Keine Ahnung, lange her. Wie hieß der denn nochmal? Da war so einer der unwichtigen Bösewichte. Ist klar. Ich glaub halt, bei Gaston muss ich bestimmt irgendwie... Ah, hallo Sven. Das ist doch der von die Schönen und das Biest, oder? Der Böse? Da muss man doch bestimmt irgendwie hier das Biest killen oder die Belle gefangen nehmen. Ja bestimmt so wie bei Rattigen entweder Belle irgendwie was machen und wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Biest killen oder so. Genau, irgendwie so. Wahrscheinlich so was ähnliches. Dann nehm ich dem Kippen auch scheiß drauf. Clayton war der Name. Von dem Typen. Der hatte immer ne Schrotflinte in der Hand. Also an die Schrotflinte hab ich mich erinnern als an den Typen. Kann ich nicht Sven, du bist auch nicht online. Wie? Ich bin online. Oh, hat Sven sich wieder auf unsichtbar gestellt. Der fies Ding. Achso, noch besser. Ja, wieso hast du ihn noch nicht eingeladen, bitte? Ja, also. Warte mal, war der Schatzplanet ein Disney-Film? Ich glaub nicht, ne? Wer? Schatzplanet. Kann sein. Hast du schon ausgewählt, bevor Sven überhaupt ne Frauens hatte? Das ist aber gemein. Also das ist schon frech, ne? Ja, Captain Hoop wollte ich aufnehmen. Schatzplanet ist von Disney. Ja, das ist auch. Sven kriegt das für den Bisschen. Was glaubst du noch? Ja, das Spiel kann ich auch. Sven, super bist du. Ja, du, Steam verbindlich zum Zimmer komplett hergestellt. Na ja. Wir fangen schon mal. Wir können schon mal erklären. Das Spiel ist schon mal verstanden. Ja, ich kann nicht ausschauen. Ich kann nicht ausschauen. Ich stehe den zum Milko, dann kann er gleich hier Faxen machen. So, ich hab's Team jetzt an. Okay. Kann fehl dich ja einladen, ich mach das nicht mehr. Ich hab's ja nicht auf meiner Liste. Deswegen. Eiskalt absolviert. Haha, Sven, du darfst euch mitmachen. Er war frech zu mir, ja? Ja. Ich war nicht frech zu dir, ich war immer ganz nett. Sagen sie alle. Ich bin immer netter. Du hast doch gestern bei Gus Gus Ducken in der Ecke mich gerufen. Komm mal her, ich will über Pal lästern. Und dann... Ja, eben. Genau, das hab ich auch mitbekommen. Ne, ne, ne. Ja. Das wüsste ich. Ich hatte nämlich die ganze Zeit ja den Stream offen auf dem einen Bildschirm und den von Miku auf dem anderen. Da wusste ich immer genau, wer was macht da. Na, sehr gut. Wolltest du heute die Drops haben? Versteh ich. Ja, klar. So. Miku, kannst du deinen übrigens aussuchen, indem du hier irgendwo auf den Knopf drückst? Genau. Genau. Auf das Bild, wo du klickst, den hast du dann gleich zum Spielen. Genau. Ähm. Also, wer nehme ich denn? Keine Ahnung. Wie du willst. Und das darfst du dir aussuchen. Das, was wir da... Ich hab... Ich hab Bock auf. Wenn hast du jetzt genommen? Ich hab noch gar keinen genommen, nur Platz genommen. Also, ich hab erst mal genommen von, ähm, König, ein Königreich für Lama. Pal hat Kevin Hook aus Dschungelbuch. Und... Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Ich weiß. Wie will ich denn jetzt einen aus? Du musst hier bei deinem Feld auf den Knopf drücken. Ach, da. Genau. Hier sitzt du dir ein Brett raus und das hab ich jetzt schon mal zu dir eingepackt. Sven hat's geschafft. Ja. Ja. Wild. Wild. Wild hab ich auch was. Ähm. Wilden Hades. Uh. Also, Captain Hook ist weg. Hades. Und Hades. Ich mag den Humor von Hercules. Eigentlich muss... Eigentlich musst du... Eigentlich hättest du wieder Polarinen John nehmen müssen, weißt du, die Ecken. Ja. Ähm. Ewe Quinn ist von... Sieben Zwergen oder? Ja genau. Wo ist die? Schlebitchen. Und Lady Tremaine? Well. Lady Tremaine? Lady Tremaine. Ist... Cinderella. Cinderella. Ah, Cinderella. Ah, ja, okay. Und Dr. Facilier ist der letzte, den ich nicht kenne. Dann haben wir alle durch. Ich nicht mehr. That is once opened a time. Manche. Kenn ich nicht. Und wer ist Mother Gothel? Gothel? Äh, Rapunzel. 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 Das war also, grüßte Froschschüsse. Okay. Das ist der Facilier. Okay, ich nehme mal den wunderschönen Gaston. Der hatte ich auch überlegt. Ich hab mal eben ne Cola. Viel Spaß. Hab dich vergessen. Mh, belastend. Mh, okay, ich bin verwirrt von seinen Feldern. Wieso? Der hat irgendwie mehr Felder als die anderen. Achso, du musst die Dinger... Ja, das sind Tokens. Die musst du entfernen. Dann hast du gewonnen. Belastend. Wieso belastend ist auch auf uns? Ist doch easy. Ne? So, das nochmal. Uh, wild. Mein Ziel ist... Okay. Wollen wir durchgehen die Ziele wieder? Jo. Fangen wir ruhig an. Okay, ich spiel die gute Isma aus König der Löwen. War das so, ne? Ja. Ne. Und... Nein, also... Ist ja auch ein König. Ist ja auch ein König. Ja, genau. Und ich muss Cusco besiegen mit Gronkh. Also Gronkh. Ich bin Cusco. Ich bin Cusco. Ich bin Cusco. Also wahrscheinlich muss ich ihn mit einer bestimmten Hand lange besiegen. So gehe ich jetzt mal davon aus. Klingt sinnvoll. Genau. Dann... Wurde es da gesehen. Der nächste bitte. Was muss ich jetzt... Bist du mir groß? Ja, du hast hier links dein Ziel stehen. Was du machen musst. Ach so. Ähm... Ich muss, äh... Ich muss die Runde mit drei Titanen starten und... den... Ach so, beim Olymp starten. Genau. Hä? Das ist nicht mein Ziel. Doch. Also du musst quasi aus deinem Deck hier raus. Das ist dein Deck. Ja. Da musst du nachher drei Titanen rausziehen. Und die starten immer in der Unterwelt. Und die musst du nach und nach, äh... zum Olymp hinbringen. Ach so. Ah, okay. Und wenn du... Wenn du mit allen dreien da bist. In der nächsten Runde. Dann hast du gewonnen. Okay. Ich bin Captain Hook und ich muss Peter Pan auf der Jolly Roger besiegen. Okay. Verloren. Ich hab mich nicht gezogen. Aber das steht ja bei mir. Ich soll ja starten mit drei Titanen auf dem Olympus. Ja, genau. Aber ich soll ja starten. Das macht doch... Ich bin eine wunderschöne muskulöse Gaston. Und muss diese acht Tokens hier weghauen. Genau. Genau. Das hätte ich noch voraus. Genau. So, dann spielen wir jetzt mal wieder Spiel des Lebens, oder? Ja, klar. Goody. Spiel des Lebens entscheidend. Spiel des Lebens ist hier in der Mitte das Bottebrett. Das entscheidet, wer anfängt. Ach so. So. Das simuliert einmal das Game. So, es geht los. Ja, wir gucken. Pal macht hier Speedrun. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, Pal ist hier das zurückgeflogen. Ja, Pal ist hier das zurückgeflogen. Das war rutschen. Pal, du gehen wieder zurück. Alter. Der Pal macht hier Speedrun. Komm, Rolltreppen. 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 Du hast ja hier dein wunderschönes Spielfeld vor dir liegen, ne? Ja. So. Du musst, wenn du dran bist, musst du deine Figur bewegen auf eins der anderen Felder. Das darf nicht stehen bleiben, das Figürchen. Genau. Das ist immer das Erste. Wo die Figur dann ist, da darfst du alle Aktionen ausführen, die drauf sind auf dem Feld. Zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst jetzt hier hin, ja? Ja. Dann darfst du dir einen Powerpunkt holen. Den kannst du hier bei diesem Chip, kannst du mit links Klick hoch machen, mit rechts Klick runter setzen. Ja. Das Symbol oben rechts, das heißt, du darfst eine Karte ausspielen. Das Symbol unten rechts, heißt, du darfst eine Karte wegwerfen. Und das Symbol unten links, heißt, du darfst bei einem anderen Schicksal benutzen, eine Schicksalskarte. Beziehungsweise, da werden zwei aufgedeckt und dann... Genau, das ist das Deck hier, das weiße. Das ist immer für die... Yu-Gi-Oh, letzte Staffel oder was? Ja, genau. Das ist in der Regel was schlechtes für die. Und bei Pal ist auch die Erklärung noch zu den Feldern, wenn du da zum Beispiel... Genau, hier, da gibt's so eine Referenzkarte. Da kannst du mal korrekt machen kannst. Achso, da. Ah, okay. Kann ich die zu mir rüberziehen? Nein. Hat halt für sich beansprucht. Hat er festgeklebt. Mit, äh... Mit Uhu. Achso. Loh. Bitteschön. Mit L kannst du locken und anlocken. Ähm... Okay. Ja, du darfst die Reihenfolge in belieb... Äh, die Sachen darfst du in beliebiger Reihenfolge nutzen, die Aktion. Das heißt, du darfst dir zum Beispiel auch Power am Ende geben oder mittendrin. Wie du willst. Ich denke mal, meine Karten muss ich hier unten ablegen, ne? Die Titanen oder was? Das sind, genau. Hier unten kommen deine Verbündeten hin, also deine Handlanger. Da kommen Items hin und so weiter. Also das linke Deck ist für hier unten, das rechte Deck ist für da oben. Genau. Quasi. Das heißt, das rechte Deck, wenn da zum Beispiel dann, äh, von dir aus ein Gegner hinkommt, also ein, äh, Held, die werden dann hier oben hingelegt und bei Kindern sozusagen deine Felder. Also wenn man so eine Karte nimmt, dann legst du sie hier hin, dann kannst du die Aktion hier oben nicht mehr ausführen. Das, äh, siehst du so aus, sobald du jetzt gesehen die ersten zugeguckt hast, Sven und mich, die kommen ja vor dir. Ja, ja. Achso, das ist auch direkt. Ich hab ja nochmal hier ne Anweisung. Genau, das ist das Spiel, wie man Hades spielt. Also das hat jeder persönlich wie, einmal so ein Guide für seinen, weil jeder hat auch seine speziellen Karten und seine eigene Spielweise quasi mit seinem Bösewicht. Deswegen hat man immer so ein Guide dabei. Okay. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Genau, also wir fangen alle an mit vier Karten. Also vier Karten aus dem Will-Indexi. Ah, und das von Anfang kriegt er null Power, du kriegst einen Power und zwei. Genau, und ihr beiden bekommt zwei. Mirko, ich bekomme schon mal zwei. Genau. Wild. Genau, der erste Spieler fängt ja an und dafür kriegt er null. Und alle, die danach erst anfangen, die kriegen dafür als Ausgleich schon einen Power Token. Du kriegst zum Beispiel, weil du Spieler drei bist, Mirko, kriegst du zum Beispiel zwei. Habe ich dir schon mal draufgepackt. Naja, das wird sich vielleicht so easy erklären. Gibt's? Gibt's wie viele Fails? Ne, also bei Secret Deo gab's sehr viele Fails. Hier wird's, hier ist ziemlich einfach an sich. Das wirkt vielleicht erstmal kompliziert, weil man's erstmal noch nicht so komplett drauf hat. Okay. Aber an sich ist das super. Was versteht ihr unter Aktion? Ich frag's meinen Freund. Aktion, alles was auf dem Brett ist. Außer deine Obstacles natürlich. Aber der Rest ist alles in Aktion. So, jetzt. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel den hier bewege, wäre es eine Aktion Version? Nein, nein. Die Felder hier. Die Felder. Ne, das sind nicht alles Aktion. Also nur die vier Felder. Genau, zum Beispiel. Das sind dann vier Aktionen. Ah, okay. Genau. Äh, ja. Dann fängt Sven mal an. Genau. So, gehe ich hin. So, ich muss mal gucken. Bevor ich jetzt... Ich geh mal in den Wurz. Mhm. Gib mir zwei Punkte, wenn ich darf. Genau. Nö. Wie nö. Du hast meine Condition aktiviert? Ähm. Natürlich. Dann... Oh, ich hab nicht gemischt. Ich hab gemischt. Erste auch, sie wird schon weg. Fällt mir grad ein. Ne, ne, ne. Ähm, Pal, da du ja vorhin so gelästert hast über mich. Wo hab ich über dich gelästert? Du hast über mich gelästert gestern. Habt ihr gemischt, Leute? Ich hab grad gesammert. Leute? Anti Sven heute wieder. Sven hast du gemischt? Ich möchte ganz gerne da eben deine hier Schicksalskarten mal eben... Ach so. Ja, mach. Sven? Hast du es so gemischt eigentlich gerade? Ich hatte... Ah, ne. Schicksalsding hab ich nicht gemischt. Warte. Okay. Das ist egal. Ich hab grad vier Karten gezogen und es ist gemischt. Das ist mir aufgefallen. Ja? Ich weiß nicht gar nicht. Hab ich nichts gemischt? Ach, Gott. Ist ja nicht ganz dran. Nee. Äh, Sven ist noch dran. Ich wollte fragen, weil ich grad... Ich hab Karten gezogen und mir ist aufgefallen, ich hab nicht gemischt. Das Ding wollte ich mal nachfragen. Ich misch gleich noch mal vollschlagen. Muss ich auch schon? Muss ich auch schon was ziehen? Äh, du kannst... Du kannst theoretisch... Wenn du gemischt hast dein Deck, dann... Äh, du kannst vier Karten ziehen, ja. Haha, die sind beide Trash. Die bringen gar nichts. Ja, am Anfang faden ist immer... Naja. Ja, egal. Jetzt hat er den Michael gespielt. Den Ballack. Den Michael. Den Ballack. Den Michael. Den Ballack. Ja, klar. Guck ihn an. Er war noch klein. Ähm, ja. Du, dann... Okay, Shining. Äh, nehm ich dann... Das war's schon? Das war's. Du bist mit mir auf den Sack gegangen und das war's? Ja. Also. So. Gut. Dann... Ach, der Kleine mit nem Teddy. Genau. Gut. Ich bewege mich in den Dschungel. Sag ich ja Dschungelbuch. Ähm. Ihr wollt nicht hören. Hau mir drei Tokens dazu. Äh, Power Tokens. Dann dürfte ich jetzt noch ne Karte wegwerfen und zwei Karten spielen. Muss man natürlich dann erstmal angucken, was ich überhaupt hier hab. Ich hab das Spiel noch nicht so ganz gerafft. Ja, das ist... Alles gut. Das ist halt so ein, zwei Runden einmal... Ähm, und dann ist easy. Genau. Hey, du. Geht mir genauso. Hä? Hä? Ich glaub... Ist hier Tippfehler? Also nicht. Fragen über Fragen. Hä? Äh, okay. Und das hier noch waschen... Hä? Okay. Erstmal den Guide lesen. Das ist egal. Das ist egal. Ach, dafür brauch ich diese Power Coins. Okay. Das hab ich... Genau, weil deine Karten kosten. Mhm. Oh, Mensch. Ich hab doch... Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch ein Fade Deck, ne? Du hast einen Fade Deck hier, ja? Ja, hier... Also anscheinend hab ich mehrere. Loll. Weil hier steht, äh... Choose one of your foes. Fate Decks. Bin grad noch verliert. Okay. Ja, ich spiel erstmal... Ja, ich spiel erstmal einen Handlanger. Für zwei. Und dann werd ich mir... Ich leg mir das gleich, wenn ihr dran seid, durch. W-Wat ist nochmal Discard Pile? Ist das hier dieser Ablager Ding hier? Das hier? Ablagerhaufen. Ne, der Ablagerhaufen ist einfach hier. Genau, du legst... Ach so. Du legst ihn einfach daneben. Genau. Ah, okay. Jetzt... Ah, dann hab ich's gecheckt. Ach so, dann... Ah, okay. Ich hab meine Karte bestanden. Genau. Jetzt hab ich ne Karte gespielt. Jetzt kann ich noch ne Karte spielen. Mach ich allerdings nicht. Ah, okay. Steht auch Discard, ey. Nicht... Ach... Ja, Mann. Mann, Mann, Mann. Und eine Karte darf ich wegwerfen. Das mach ich dann mit den Smash with Hammer. Hier siehst du da. Steht zum Beispiel, äh... Schoops one of your Fate Decks. Besser. Ah, okay. Jetzt ist dann DeMirco dran. Ich beende meinen Zug. Ja, ich bin dran. Ich muss mich jetzt bewegen. Ist doch richtig, ne? Ja. Genau. Moment, der steht eigentlich hier. Du musst dich jetzt bewegen. Genau. So. Genau. Das heißt, der 3 aus. Also das ist... Egal, in welchen der 3 du hingehst. Ne? Du musst halt quasi für dich entscheiden, was für dich am sinnvollsten ist. So, dann geh ich da hin. Das heißt, ich krieg... Oh, die 2 zählen ja hier nicht. Ich hab... Doch, du hast 2 schon. Doch. Du hast 2. Ich hab schon 2. Jetzt krieg ich ja schon nochmal 3 drauf, oder was? Genau. Dann hast du jetzt 5. Weil du als drittes erst reingekommen bist, startest du halt mit 2 Power. So. Aber muss ich... Du kannst Aktionen ausführen, du musst nicht. Genau. Und die Reihenfolge ist auch egal. Zum Beispiel kannst du sagen, die 3 hole ich mir erst am Ende oder so. Also die Reihenfolge ist egal. So, okay. Okay. Jetzt kannst du zum Beispiel noch 2 Karten spielen auf dem Feld und eine wegwerfen. Also ich muss sogar eine wegwerfen. Nein, du kannst. Kannst, kannst. Die Reihenfolge... Die Reihenfolge ist egal und ob du's machst ist auch egal. Okay. Ich... Also... Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht gewinnen kann. Also ich... Ich spiel... Wo muss ich den jetzt hinlegen? Nach unten. Oder unten, ja. Unten. Nach unten. Genau. Den kann ich ja schon spielen. Es werden 2 abgezogen, ne? Genau. 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 Besser als meinen. Da muss ich mit haben. Ja. Das heißt... Ich muss leider nochmal... Mein Englisch ist nicht das Beste. Deswegen... Das heißt nochmal... Untrap. Äh... Das... Ähm... Untrap also quasi befreien. Also du musst halt wissen... Man... Wir... In den Fate Deck... Das ist das, was wir benutzen können, um dir zu schaden. Ja. Da sind... Da können wir deine ähm... Gefangen nehmen quasi. Abblockieren. Dann werden die halt äh... Getrapped. Und du kannst... Und hier... Und deswegen hast... Deswegen hast du zum Beispiel auch Karten... Äh... Wo du dann antrappen kannst. Achso. Und deswegen hat Sven den Pal glaub ich schon abgefangen. Kann das sein? Ja. Er ging mir grad schon auf den Sack mit Fate. Mhm. Entschuldigung. Okay. Äh... Ne. Ich fäng mir das. Ich kann ich nicht gewinnen. Ich kann ich nicht gewinnen. Sven hat letztes Mal auch gewonnen, weil wir zu wenig auf ihn gegangen sind. Aber diese Karte kam von mir, oder? Er macht genau das gleiche Play. Was denn? Ich hab grad meine Karten gelesen. Was denn? Warte mal. Diese Karte kam von hier? Genau. Oder von wo kam? Ja, genau. Das kam aus dem Feldstab heraus. Ah, okay. Genau. Alles da. Weil Sven eine Karte gespielt hat, die das befähigt. Ne, weil er einfach eine Aktion ausgeführt hat. Das mein ich ja. Das mit den Blitzen, genau. Genau. Das ist eine Aktion, die das... Ah. Ah, okay. Jetzt muss ich das nochmal durchlesen, weil das bringt mir... Das bringt mir auch noch nix. Ich komm. Ja. Ja. Wie viele Aktionen hast du schon durchgeführt? Eine. Zwei. Zwei. Okay. Ja. Aha. Ich... Warum hab ich das? Warum hab ich zwei Aktionen ausgeführt? Du hast dir Power geholt und du hast den Titanen gespielt. Ach so. Jetzt... Ah. 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 Ich hab's gerafft. Wollte gerade wegwerfen. Okay. Ich hab vier Fate Decks. Will ich... Noll what? Ja. Also ich muss die aufteilen in vier. Ah. Damit schmauernlich. Ja, hab ich ja schon. Guti. Ah. Ich bin hier immer komplexer je mit den ganzen Böse. Ach so, scheiße denn. Aber ich dürfte jetzt hier keinen Titanen wieder drauflegen, ne? Doch, doch. Der müsste erstmal weggehen. Ne, ne. Das ist egal. Du kannst da 20 Einheiten in den Parken. Das ist egal. Da gibt's keine Grenze dafür. Ach so. Das heißt, ich könnte jetzt jemanden nochmal draufspielen, wenn ich... Ah, dürfte ich jetzt aber nicht, weil ich die Fähigkeit... Doch, ich hab zweimal Leben. Also du darfst zwei Karten spielen. Deswegen dürftest du theoretisch noch eine Einheit hinpacken. Ah. Du darfst ja auch spielen, wo du immer willst. Ich steh noch drauf. Genau. Mach am besten weiter nach unten. Genau. Den könntest du zum Beispiel... Also den Titanen kannst du zum Beispiel nur in der Unterwelt spielen. Oder Pain zum Beispiel dürftest du überall hinpacken. Überall dürfte ich den hinpacken? Überall von den vier Dinger, genau. Aber ab wann darf ich meine Karten bewegen? Das hab ich nur nicht verstanden. Ähm, es gibt hier ein Bewegfeld. Dieses, ähm, beim ersten, das untere hier. Das ist zum Verschieben. Dann darfst du den zum Beispiel einmal ins benachbarte Feld packen. Also weiter nicht zum Beispiel. Warte mal. Das heißt, wenn ich den jetzt hier liege... Warte mal. Wenn ich den ja hier liege und die Aktion von dem ist, wenn ich den bewege, darf ich den hier auf sein Feld hin tun, wo er vorher war, oder? Nein, ein Helden. Helden. Helden sind die, die hier oben liegen. Genau, du bist ja der Fiesling. Ne? Und ein Held ist zum Beispiel, wer hier rauskommt aus dem... Oh. Ach so. Ach so. Ja, jetzt hab ich richtig gemischt. Das entscheidet alles. Das ist zum Beispiel, was du jetzt hast, der Pain, das ist ein Ally und das ist ein Titan. Das siehst du immer unten an der Karte. Ja. Ja, ja. Ach so. Oh mein Gott, ich hab das falsch gemacht. Das heißt, ich kann damit eigentlich meine Blockierung wieder weiter verschieben hier, oder was? Theoretisch. Kannst du damit die Helden wegschicken, ja. Genau. Also die kämpfen dann gegen die Helden, wenn die dann da sind. Genau. Also kann ich die wieder zurück tun, dann will ich die noch gar nicht spielen. Das bringt ja nichts. Ja, das ist doch egal. Ja, jetzt für die Erklärung ist, wer ist okay. Als die erste Runde ist. Also für mich wäre es okay. Wir haben ja schon. Ne, dann lass ich die liegen. Kannst du ruhig, kannst du ruhig weglegen. Aber ist halt an sich. Jetzt spielst du ja nicht. Genau. Ja, mein Zug ist jetzt beendet. Okay. Und dann, wenn der Zug beendet ist, musst du immer so lange Karten ziehen, bis du wieder vier hast. Okay. Ups. Da ist einer jetzt. Genau. Alter. Da musst du, glaub ich, noch auf End-Turn klicken, oder? Ist natürlich nicht so nett. Ach ja, ich hab's nicht gemacht. Stimmt. Ah, du hast es nicht gemacht, Janik. Aha. Wo muss man drauf? Was? Auf End-Turn. Ganz oben, ganz oben in End-Turn. Die Speedrun von mir kommen. Ach so, muss ich jetzt draufklicken? Ja, genau. Weil der Zug beendet ist. Ach so. Das war mein. Alter. Zwei Sekunden waren da nur dran. Mann, Mann, Mann. Da hol ich mir erstmal ein Powerchen. Mhm. Äh, dann spielen wir mal Hook's Case. Da kostet mich zwei Power. Ja. Und dann hol ich mir direkt wieder ein Power. Zack. Boah, fehl. Ja, ich schweiß, also das war jetzt hier. Warte, ist das auch eine Extraktion, oder? Das ist auch eine Extraktion, ne? Also hast du jetzt schon... Zwei, ne, drei Aktionen. Drei Aktionen. Drei Aktionen, okay. Kommt jetzt deine verdeckte Fallenkarte, wenn ich noch eine ausführe? Nee. 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 Nee, mach ruhig. Mach ruhig, Fall. Nee, mach ruhig. Mirko ist schon Titan da, das Ding machen wir mal fett auf Mirko. Ich bin neun im Spiel. Weil die ist ja hier schon hart am Gewinnen. Stimmt. Das war jetzt Nummer vier, ne? Das war vier, ja. Das war vier, ja. Nicht so schnell, Pi. Meine Fallenkarte. Was für eine Überraschung. Ich darf jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, einen Token wegnehmen. May play beautiful as me, you may remove. Ja, darfst du. Das ist gut zu wissen. Okay. Okay, not bad. Ja, nehmen wir natürlich den Zeus. Ja. Und ich würde sagen, die legen wir einfach mal hier hin. Ja, genau. So. Was ist, wenn ich die jetzt hier spiele? Darf ich die spielen? Nee. Äh, nein. Da steht auf, wenn ein anderer Spieler einen Helden besiegt. Wenn zum Beispiel ich, also wenn Paul zum Beispiel sein Michael hier fertig macht. Ach so. Wenn er den jetzt fertig hier knüppelt. Ach so. Der hat aber zu wenig stärker. Was aber ein bisschen brutal wäre, weil es ein Kind ist. Aber naja, so ist Paul halt. Warte mal ab. Warte mal, weil ich das System nur anstehen werde. Ja. Dann zie ich noch ein Kärtchen. Ach so, ja, steht. Oh mein Gott. Ja. Das ist natürlich schwierig, wenn man so wenige macht. Was ist das? Das ist der Ablagestapel. Für die, für das Deck. Genau. Was? Ach so. Genau, der ist jetzt weg. Der kann, also wenn zum Beispiel alle 30 Karten nachher weg sind von einem Felddeck, wird er wieder reingemischt. Also wenn jetzt hier ein Titan hinkommt, ist der erst mal getriggert auf diesem Feld. Kann das sein. Genau, dann ist er getrapped. Dann kannst du ihn erstmal nicht bewegen. Okay. Deswegen du musst erstmal den Zeus wegklöp. Das heißt, ah ok. Wie kriege ich den weg jetzt? Äh, gegen die Kämpfe. Genau. Kämpfen kannst du zum Beispiel auf deinem ersten Feld, unten links ist die Aktion. Genau, das ist ein Kampf, das ist eine Kampfaktion. Und du musst halt mindestens so viel Stärke haben, wie der Held hat, um den wegzukriegen. Ach, das ist ja sehr lustig. Alles, was du zum Kämpfen benutzt an Verbündeten, stirbt. Genau. Außer die haben irgendwie eine Fähigkeit, wo dann heißt, die bleiben da. Genau. Wenn du zum Beispiel deinen Pain bitte zu bildest und Stratos zusammen, um Zeus zu besiegen, würde Zeus weggehen und die beiden. Nein. Also ich darf von jedem Feld aus angreifen? Nein. Die müssen auf dem gleichen Feld sein wie Zeus. Also Stratos dürfte nur gegen Zeus kämpfen, wenn das so aussehen würde. Wenn es so ist, dann nicht. Es sei denn, er hat eine Fähigkeit dafür. Und du kannst halt auch nur kämpfen, wenn du auf diesem Feld hier bist mit Vanquish. Also das ist ordentlich. Ja, ich verstehe. Genau. Okay. Am Anfang fehlt mehr Informationen, aber man kommt gut rein eigentlich. Ja, ja. Ich komme rein. Dann mache ich euch alle nächste Runde fertig. Ja, genau. Ich meine, wenn du gewinnst, wenn du gewinnst, wäre es eine gute Leistung. Mirko, du hast nämlich einen der Schwächsten daraus gesucht eigentlich. Aber okay. Echt? Moment, Sven, du hast schon eine Karte gespielt? Was hast du getan? Ne, ich habe noch nichts gemacht. Ne Condition. Ach hell, stimmt. Das war die Condition. Genau. Warum ist Hades der Schwächste? Das ist ein ganzes Film voll OP und hinterhaltig. Also ich bewege es einmal. Warum ist denn Isma stark? Die ist voll die Lusche. Ja, du. Ich habe die Tierlisten nicht gemacht. Ähm. Ja, Niko, die Tierlisten. Man muss übrigens sagen, Holger hatte letztes Mal den Stärksten. Oh. Krass. Trotzdem nicht gewonnen. Deswegen spielt er nicht mehr mit. Deswegen Peter oder was? Wieso hast du jetzt den Krater gezogen? Weil ich meinen Zug beendet habe und... Achso, du bist schon durch. Du hast dir nur Power geholt. Ja. Ich habe nur Power geholt. WTF? Okay. Alles klar. Das ist klar. Sven hat. Ja, dann bin ich mal dran. Ich gehe hier hin, hol mir zwei Power. Oh, jetzt könnte ich noch eine Karte spielen. Verschieben. Verschieben mache ich jetzt erstmal nicht. Achso. Ähm, okay. Die Fähigkeiten, die mein Titan hat, ne? Habe ich mal in der Frage kurz. Ja. Die aktiviert sich automatisch auch ohne Kosten oder sind da Kosten verbunden? Eigentlich nicht, ne? Ne, die ist automatisch. Ach, okay. Ach, okay. Ach, deswegen hast du den auch hingestellt, weil sonst hätte ich dann... Weil da steht ja, mein Name ist direkt getriggert, das heißt die Fähigkeit kann nicht aktiviert werden. Fähig. Genau. Ah, belastet ein Power. Sehr gemein. Es tut mir so leid. Ich spiele... After them. Dafür muss ich einen Power Token opfern. Jetzt darf ich eins meiner vier Fate Decks aussuchen, die ich natürlich habe und jeder Hero, der da drin ist, wird gespielt auf der Location, wo ich mich gerade befinde. Mhm. Okay. Ach so, ja. Ich muss Cusco fertig machen. Ach ja. Deswegen, ich nehme direkt das erste. Und wenn es jetzt kein Hellwit ist, dann kommen die wieder dahin. Also die werden dann wieder zurück. Reingepackt. Okay. Drei. Oh shit. Oh Bucky, das Eichhörnchen. Ja, bitte. Chichapatsch, Bucky. Alter. Was? 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 Wenn wrong level is revealed, you must immediately play it. Ist mal nur das Alpha Power, round it up. Okay. Zählt das auch? Warte, ich habe die Dinger noch nicht so gelesen. Ja, du musst die alle in der Hand spielen. Ne, das zählt nicht, nur die Helden werden revealed. Das wird ja nicht geplayt, nur die Helden werden, ja. Hm. Na gut. Hier steht ja auch, reveal all the cards. Und dann spiel die Helden davon. Ja, ja, ja. Aber auf der Katastrophe, sobald die revealed ist, was die ist. Muss man die automatisch spielen. Na gut, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Karte dann zählt. Würde ich sagen, ja. Ist halt wieder... Ja, würde ich doch, würde ich sagen. Weil es ja revealed ist, da hast du schon recht. Hab ich grad nicht drauf geachtet. Ja, stimmt schon. Und deswegen... Wird jetzt auf oder abgerundet? Gerundet. Steht da. Ist mal du das Alpha Power, round it up. Wow, frech. Also eins. Das ist mies. Ja. Ja, wir schaffen es. So, was kann... Kann noch die... Die Feedback. Ja. Okay. Ja, das macht Sinn. Mach's Sinn. Äh, if isn't... Oh, aufwild? Äh... Alter. Wenn Patscher is played. Das ist es. You may shuffle two of the... Ja, aber okay. Dealed our cards. Alter, das... Viel zu viele Karten auf einen Fleck. Mein, was? Deal cards is... Also ich muss jetzt zwei zusammenlegen und dann muss ich die so mischen, dass alle gleich sind, ne? Das verstehe ich jetzt auch grad nicht. Aber ich glaube, ja. Ja. Replace the shuffled fate. Achso, so evenly wie es geht. Genau. Ich mein, Stille. Also packe ich jetzt eigentlich nur die Karte da drauf, misch die und dann wird's da evenly, es geht oder nicht. Weil das waren ja auch zwei jetzt. Ah ne, die Karte war ja schon weg. Quatsch. Die is discarded, würd ich sagen. Also die beiden mischen, ja. Und dann 8, 4, dann muss ich da noch zwei hinpacken. Ja. Ja, irgendwie so. So, das übliche, ne? Und dann packe ich auf die obersten Beine auf die hin. So. Wir haben aber, ja. Wilder Zug. Wilder Zug. Wilder Zug. Es muss ja wieder eine ganz wilde Maus. Hm. Was war hier oben eigentlich? Verschieben. Gut, das hat also verschiebt. Also als, das hab ich mir schon vorgenommen, zum Glück. Verschieben wollte ich eh nicht. Also jetzt schon, aber jetzt sei weg. Kämpfen kann ich nicht. Und ne Karte spielen hab ich schon gemacht. Deswegen werd ich jetzt durch. Mirko, Waldi ihres Amtes, der Herr. Okay. Sie sind dran. Ich hab mal ne Frage. Klar. Wenn ich den, wenn ich jetzt, ich muss ja jetzt den Spielstein bewegen wieder, ne? Genau. Ja. So. Ich, äh, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hingehen würde. Ja. Also hier hin. Genau. Dürfte ich den ja theoretisch hier hin bewegen. Genau. Oder ja so Verschiebungsfelder. Wenn ich jetzt ne Karte habe. Ja. Die, die, dieses Trapped auflöst. Heißt das trotzdem, ich muss den trotzdem erst bekämpfen? Oder darf ich dann theoretisch weiterziehen? Ist dann die Fähigkeit der Fähigkeit? Ne, dann ist der Trap weg. Ja, ist der Trap weg. Das heißt, der hat ja keine, keine Fokus mehr auf meinen Titan. Auf den Titan nicht. Aber zum Beispiel, wenn du da den nächsten hinpackst, wär der dann auch wieder getrapped. Okay. Genau. Alles klar, das wollte ich wissen. Mhm. Okay. Dann ist ja nice. Ähm. Dann. Warte mal, ich habe auch drei Stück schon, ne? Ich packe den jetzt hier hin. So. Kostet, achso, kostet angreifen was. Das muss ich nochmal fragen. Nö. Okay. Das, warte mal. Ich kriege jetzt zwei Dinger, ne? Ist ja eigentlich egal, ob man die am Ende oder Anfang kriegt, finde ich. So, dann spiele ich den jetzt hier hin. Ich darf ja eine spielen, ne? Ja. Wenn ich mir die Karten so angucke, will ich noch mal gucken, ich kann gleich, ich finde das Name was drauf. Kostet zwei Power. Jetzt kann ich den bewegen, dann geht der hier. Kostet zwei Power. Achso, entschuldigung. Ja. Na ja. So, dauert ein paar Runden. Ja, ja, alles gut. So, jetzt darf ich den ja bewegen. Ich finde Thiel ist halt so im Nachhinein so ganz interessant, ne? Weil dessen suche ich halt auch nicht danach aus, sondern ich spiele halt auch, wonach ich Bock habe. Ja. Alles, was du benutzt zum Angreifen stirbt. Genau, wenn beide draufgehen. Achso, das hat mir keiner gesagt. Doch. Das haben wir gesagt. Echt? Ja. Ich dachte, Janik hat gesagt, um den zu besiegen, müssen die gleich haben oder mehr? Genau. Dann müssen wir bescheiden, dann gehen wir drauf. Ja. Wie kriege ich die wieder? Äh. Indem das du wieder ziehst. Also, wenn du die Discard-Staffel... Genau, die kommen erstmal hierhin auf den Discard-Staffel daneben und wenn du jetzt alle 25 Karten gezogen hast, also wenn es zum Beispiel einfallen, dann wird da zum Beispiel wieder reingemischt. Oder auch Karten, die holen Kreaturen vom Discard-Staffel zurück. Dann habe ich jetzt Pech gehabt und das kommt weg und dann kommt alles hier weg, weil das habe ich jetzt alles eingelöst. So, zack, zack, zack. So habe ich Pech gehabt. Ich habe nicht zugehört. Aber Zeus ist weg. Drei. Ich habe Zeus besiegt. Habe ich das nicht automatisch gewonnen? Ach so. Wenn es einfach wäre. Ach, schade. Ich gucke das nachher in meinem Stream, also nach der Wiederholung an, dann gucke ich, ob ich das wirklich so gesagt habe. Wenn ich gehe zu machen. Wenn ich gehe zu machen. Wenn ich gehe zu machen, dann gehe ich erstmal hierin. Ja, ich hatte was gesagt. Aber ich glaube, ich habe mich schriegt. Komm, dann spiele ich mal hier den Muskelmann und dann haue ich einfach Michael mal in die andere Dimension rein. Boah, wilde Muskelmann, hau ein kleines Kind zusammen. Das ist brutal hier. Dreckswieg. So, Karte wegwerfen will ich nicht. Hast du drei Power schon investiert? Ja. Ja. Warum hast du das? Oh Gott, sag mal, warum machst du das so viel mehr als ich? Habe ich gemacht, Janik. Okay. Ja, habe ich gesehen. Natürlich. Okay. Und was ist das hier? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es gibt, das ist erstmal gesperrt, deswegen kann er erstmal nur die ersten beiden. Das muss er quasi freischalten. Also es gibt auch böse Wichte, die sowas zu haben. Was ist das hier eigentlich? Sorry. Das sind extra Tokens. Es gibt Karten, die zum Beispiel, wo es dann steht, packt Tokens drauf und das zum Beispiel, damit wir das eher behalten können, ist das eine Hilfe. Und was ist das hier? Das ist geil. Oder ist das einfach nur... Das ist die Erklärung. Das ist die Anleitung. Ach so, okay. Und das hier ist ein Würfel. Ah. Das habe ich so oft gesehen. Also in meinem Kindergarten gab es nur Steine und Stock. Und das hier ist ein Janik. Ja. Der ist sehr sympathisch. Warum werde ich jetzt wieder gebumst? Woll ich das machen? Sven. 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 Weißt du, letztes Mal wurde ich gehatet, als ich mal einmal das gemacht habe. Sven ist jetzt der einzige gewesen. Wunder mal. Ja, ist so. Ja, ich kann nicht weiteres machen, weil ich kann den Müll. Ähm. Das geht ja schon mal. Ja, mach das schein. Doch, das ist ein Held. Na gut. Medaillon bringt eh nichts. Nö. Da kann er ja nur einfach her bis irgendwo passieren. Krass, also weil ich Zeus schon besiegt habe, kann er den jetzt gar nicht mehr auch suchen. Noch. Wie? Der kommt eigentlich wieder auf, äh, auf das Fate Deck. Genau, weil da steht ja nicht, äh, äh, hier findet Zeus vom Fate Deck oder so. Das steht ja, das steht ja allgemein. Das heißt auch vom Ablagestapel. Ist ja voll asozial. Mein Mauszeiger bleibt jetzt erstmal über Flip im Tisch, ne? Da oben drauf wieder. Ah, ok, ok. Ja, deswegen. Ja, ja, ich, ich meine, wenn Mauszeiger ist über Flip, ist kein Problem. Dann sind wir wieder da. Also, da will ich mich bei Sven jetzt aber sofort vermischt werden. Ja, mein, mein, mein Finger ist immer noch über Flip da. Flip den Table. Weißt du, verdammt. Das darf, warte mal. Das darf der jetzt nicht mehr benutzen? Ne, das ist Ablagestapel. Aber, aber, die hat er doch auch gezogen, oder? Ja, ähm, er zieht zwei Kanonen, er darf nur einen davon aussuchen. Achso. Gott sei Dank. Das wäre nämlich noch OP jetzt gewesen. Ich hab Sven zu Kalk 0 angeguckt, wieder mal. Hast du eigentlich... Er hat noch eine Karte weggeworfen. Ah, ok. Jetzt willst du keine Karten, Sven? Jetzt willst du wieder ein Spiel, ey? Äh, ich hab eine Karte weggeworfen. Ja, ich kann nix spielen, weil ich kann einfach nur Kackkarten haben. Ja, ja. Ja, Kackkarten. Du hast deine Kacke an mir abgeschmiert. Ich hab das Problem, ich hab viel zu wenig, äh, Felder gehabt, um Karten auszuspäßigen. Deswegen musst du dich wegkicken. Du verärgerst, eigentlich, eigentlich hast du dich nur zu den zwei Duisburger aufgelehnt, ne? Das ist schon mal schlecht, Sven. Das ist so. Komm, wir gehen gleich auf Sven. Ja. Ja. Langsam hab ich das Spiel gecheckt, Junge. Glaub ich. Na gut, dass du dich erstmal genommen hast. Ich muss gleich ein Bier holen. Ich find hard ist, hast du wenigstens noch ein Simplink genommen. Ach, hi, Shining, grüß dich. Ja. Ja, Janik, dann zeig mal, was du kannst. Ja, ich muss grad hier überlegen, wie die Karte gemeint ist. Darf ich ne Karte hinlegen? Ja. Sag mal, ja. Sag mal, ja. Sag mal, ja. So, also... Right Man Hand, also Feind Kronk, also aus dem Deck natürlich. Das kann all power on him, das heißt, ich würd die vier Power ja verlieren. Put him and any item attached to him into your hand. Ja. Also, ich mein... Warum soll ich jetzt die ganze... Wenn ich die ganze Power auf ihn wegpacke, wenn die Power dann nicht direkt wieder weg? Also insgesamt weg? Ich glaube, dass... Ach so. Heißt, dass der Power... Ich nehm an, der kann Power auf sich drauf haben, und das muss halt wegwerfen, die Power. Okay. Die er bei sich dann drauf hätte. So wie ich das verstehe. Okay. Also ich pack Kronk eh auf meine Hand dann. Also er hat halt kein item attached gleich. Und wahrscheinlich dafür kommt das so auf die Hand. Rechtsklick und Search. Kronk. Die Anzüge von denen finde ich immer noch mega. Also diese weiße Kronk. So, das ist Kronk. Feind Kronk. Hast du dich denn schon bewegt? Hast du dir die Power abgezogen? Ja. Power hab ich jetzt... Oh. Falsch, genau. So, Power ab jetzt. Oh, hab ich mir jetzt dazugegeben. Das war jetzt zwei Aktionen, oder? Ja, gerne. Ich frag ein Freund. Power geholt und Karte weggeworfen. Das waren zwei Aktionen, ja. Ja, genau. Okay. Okay. Also Sven wartet auf meine andere Beine. Sie ist... Das hier ist nämlich... Wenn der bewegt wird, dann kriegt der Power aus. Ja, ich hab ihn noch... Also ich hab ihn erstmal nur hingelegt. Nicht gespielt. Schüler hat Frage, Schüler hat Frage. Ja, du bist gleich dran. Ja, ne mach. Was? Äh... Wenn die jetzt hier drüber liegt, sind die Effekte jetzt hier aus, oder ist das... Die sind aus. Genau. Echt? Die sind gesperrt. Mein Finger ist wieder über Flip. Du, Sven, ne? Das ist ein richtiges Abwackspiel grad. Ich geh gleich nur auf Sven in der nächsten... Ja. Spaß. Alles gut. Ja, eben. Das ist... Das ist genau der Fall, wenn... Kommt zum Beispiel schon auf dem Brett lag. Achso, wenn auf dem... Wenn die auf dem Brett zum Beispiel wäre dann auch da hoch. Genau. Und das... Die Power kommt weg. Na, okay. Gut, ich dürfte noch ne Karte spielen, aber es wäre schon wieder so gierig. Oh, ich hab... Ich hab keine zwei neuen Karten gezogen. Mach doch mal. Na, da kannst du jetzt noch. Mach doch mal. Ne, eine auch nur. Du hast... Du hast 5 jetzt. 4 maximal. Also 10 bis zu 4 hast. Oh mein Gott. Toll. Das krieg ich jetzt erst. Hast du beendet? Nein, noch nicht. Ich warte darauf, dass Mirko wieder seine Karte zurückzieht. Welche Karte zurückzieht? Du darfst nur 4 haben. 10 bis zu 4 hast. Ah, einfach nur auf 4 ziehen. Nicht auf 5. 10 bis zu 4 hast. Theoretisch ist die äußere die letzte. Naja. Ja, okay, dann... Geh einfach wieder nach oben. Geh einfach wieder nach oben. Naja. Ist doch doof. Ich bin fair und tu die nach unten hin. Nö. Seh ich auch nicht so. Der ist hellgezwungen doch. Ja, jetzt seh's auch nicht. Was soll ich dazu sagen? Echt? Ja, keine Ahnung. Ja, okay, dann ist... Dann... Also, das ist jetzt so. Ich träum mich wieder so. Fall, was meinst du? Sven muss wieder bestimmt 4 haben, oder? Was meinst du? Ja, denke ich auch. Sven macht... Deswegen kann ich ja eine für euch noch... Eine Aktion noch machen, oder? Äh... Zwei hast du bisher zu Hause geführt. Ja, genau. Deswegen könnte ich jetzt für eine noch machen. Mache ruhig noch eine. Ja. Jetzt pass auf, hat er gleich gerade nur mit 3 Aktion. Ja. Mir kost dran. Ich mach das nicht. Bin nicht der Boomer. So, jetzt will ich auch jemanden abfucken. Das ist... Das fängt mit S an und hört mit Fenn auf. Bist das so? Nein. Warum jetzt gehen wir knapp? Da muss ich... Warte, ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Hast du deine Figur schon bewegt? Äh, ne. Ich bin aber am überlegen, was ich tue. Naja, hab mich auch gepasst. Aber ich kann ja nicht viel tun. Das ist echt belastend. So, was kann ich da machen? Da kann ich Moven. Das bringt mir nix. Das einzige, was mir das bringt, ist das... Weil, wenn ich die Karte ja abwerfe, darf ich noch mehr ziehen, ne? Ist ja logisch. Genau. Du sagst halt, ich 10 bis auf 4 hast. Du halt eine Karte wegwerst. Eigentlich der Unterschied ist da wegwerfen. Also macht das erstmal nur Sinn, hier zu gehen. Genau. So, jetzt krieg ich ein Powerchen ab. Aktion 1 für Sven. Achso. Ja, ich gehe auf Sven. Aktion 2. Ja. Das heißt, ich darf hier zwei Karten da rausnehmen? Genau, die obersten beiden Karten. Oder nur eine? Legst du quasi nebeneinander. Aufdecken. Und dann suchst du dir eine davon aus. So. Find irgendwie eine Fat Discard. Du hast ja keine im Discard. Oh, das nehme ich ja. Das ist hervorragend. Dann krieg noch einen Token wieder. Wo hast du denn da hingepackt? Ach, da oben. Ja, Pech gehabt. So. Hast du davon. Junge. Hey, wie soll ich denn jetzt irgendwo noch gewinnen? Ja, das ist jetzt schon vorbei für Sven. Also ich kann ja gar nicht mehr gewinnen. Also jetzt noch. Ja, das ist 45 Minuten schon übrigens wild. Äh, das ist schwierig. Ich kann nur die Dinger wegmachen, wenn ihr genug Aktionen ausführt. Ja. Und wenn ihr mir die wiedergibt, dann gehe ich ja gar nicht weg. Hey. Das bringt mir so gut, ja? Ähm. Bist du noch anders? Ja, aber... Ne. Ne. Das kann nicht sein. Hättest du mir deine Decke müssen? Das wüsste ich ja schon. Ich will ne Karte wegschmeißen, damit ich was Neues ziehen kann. Ich schmeiß die mal hier weg. Das darf ich ja. Dritte Aktion? Jo. Verstehe ich. Dritte oder vierte? Dritte oder vierte? Dritte. Ah. Wer kann ich ja... Wieso? Wieso? Fragst du? Wenn du vier machst, dann werden wir wieder einen Token wegnehmen. Ach so. Beendet. Ich kann ja eh nichts spielen. Ich kann ja eh nichts spielen, weil ich ja nichts aktivieren kann. Sven, ich würde einfach zählen und nicht mehr fragen. Ich würde einfach aufpassen und zählen. Ach so. Sonst fällt das vielleicht auf. Wie meinst du? Könnte ja. Vielleicht hab ich auch... Scheining hat sich ein Spongebob-Eis geholt. Ich will auch eins. Ich will. Äh. So. Dann spielen wir erstmal die Karte. Die Karte hat mir geschissen. Ich hasse es. Dann spielen wir... Die Karte. Ah. 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 Dann discarden wir die beiden Karten mal. So. Und dann bin ich fertig. Frech. Und mir sehr leid. So. So. Mein. Ah. Na bitte, dass du übrigens noch eine Karte ziehst. Du hast doch drei. Ach so. Ja komm, ich geh einfach mal da hin. Ich hätte das eh nicht gemerkt wieder. Also eine. Ich bin umgefallen. Genau. Bist du vier hast. Hast du dann verloren Schachmatt oder was? Ja. Das Fynn hat ja eh schon verloren. Ja. Ich kann ja eh nicht mehr hin. Ein Punkt. Ähm. Ich muss aber kurz lesen. Okay. Kann ich noch nicht machen. Oh. Das ist geil. Wie stark ist der? Ah. Okay. Na komm. Ich schmeiß eine Karte raus. Warum krieg ich die Karte jetzt? Äh. Ach man. Obwohl das noch nicht. Oh. Beende meinen Zug. Sven macht hier aber auch Reaktion. Holla die Waldfelder. Ja Sven ist irgendwie voll der Passive. Außer dass es an Mirko die ganze Zeit Fade reindrückt. Ja das stimmt. Das stimmt natürlich. Und mir natürlich auch. Ja Jani kommt gleich. Ja. Ja. Zeig mal her. Janik. Ich bewege mich da hin. Da krieg ich ein Power. Äh. Schon mal übertrieben. Ja ich mach Aktion Nummer 2. Ich bewege ihn da hin. Aktion 3 Fade auf Sven für den Satz. Das. Leute. Ja Maurice. Maurice. Den ganzen mach ich natürlich. Ja klar. Hm. Was hab du meistern? Hier hin. Ich glaub Sven ist hart abgefuckt. Aber ich hab nicht mehr. Für den Satz ist das auch easy. Ich hab den Satz nicht mal gehört. Kannst du den auch wiederholen? So, das war Aktion 3, Sven. Cool, ne? Asozial. So, und jetzt durch... Oh, lol. Lass doch ein Kärtchen spielen, wenn du möchtest. Ja, komm, Sven, auch nochmal Aktion Nummer 4. Ja, perfekt. Fallenkarte, komm. Gib ihn. Ich sag jetzt zwei... Der Oberst... Ich sag jetzt... ...von einen aus meinen Fade-Decks die obersten zwei Karten revealen und die werden dann abgelegt. Okay. Jo. Nice. Ja, schon, du hast recht. Okay, ist so gut. Oh, musst du die Discard dann, okay. Na gut, nur bei beiden sind Discard. Und dann. Hm, jo. Habt ihr auch immer Couscous-Königskasse gekocht? Moment, Sven, hast du jetzt wirklich die Karte gespielt? Ich hab ne Karte gespielt, ja. But why? Warum hast du jetzt deine Condition dahin geklatscht? Weil Yannick vier Züge, also vier Aktionen gemacht hatte. Ja, aber warum benutzt du die dann? Ja, weil ich die benutzen soll. Nee. Du kannst ja keinen Obstacle removen, während Belle da ist. Auf dem Feld doch nur nicht, oder? Nein. Nein, generell ist das schon so. Generell. Ah, okay, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte nur auf dem Feld nicht. Ich würd dir jetzt noch erlauben, die nochmal zurückzunehmen, weil... Ja. Ich war jetzt so verwundert. Wenn ihr Sven-Faktor würd ich das auch sagen. Ja, eben. Das ist halt... Da würde er stehen in, äh, äh, Belle in the realen, weißt du? Der hätte sein können, dass wir das irgendwie vergessen haben, oder so. Achso, ja. Du, man muss seine Regeln ausgehen. Ja, klar. Machst du einen Jay, ne? Ja. Sollad. Du musst da gucken, wie weit man gehen darf. Ah, krieg ich mal hier hin. Na? Oder geh ich da hin? Ne, dann kann ich ja nicht angreifen. Warte mal, ich muss mal kurz was lesen. Äh. Ne, okay, ich muss da hin. Die Scheiße eigentlich direkt weg. Also, das... Ne, warte mal. Fuck. Das ist doch scheiße. Ich gehe. Das macht zwei. Eine Aktion. Dann Karsel spielen. Das spiel ich die Hydra hier hin. So, das heißt, zwei Dinger weg. Und greift den an und der kommt wieder auf meine Hand und der ist tot. Oh. Oh. Das ist ja frisch. Und Zug beendet. Da kann ich ja nicht mehr. Oh, das ist schon wieder. Hör mal. Ich möchte nur kurz anmerken. In meinem Run habe ich die Hydra nicht gesehen. Ich werde auch kurz anmerken. Oh, fuck. Ja, ich bin auch ein guter Spieler. In den letzten zehn Minuten. Ich nehme niemals einen Franzosen. Ich mag Krofon. Ja, das ist auch das Einzige, was sie können. So. Dann hole ich mir mal einen Power. Dann spiele ich mal die Neverland Map. Aha. Neverland ist ein ganz schöner Anime. Die Neverland Map, das heißt, ich habe die Location unlockt schon mal. Ich koste mich natürlich viel Power. Ah, lol. Die Karte ist auch voll geil. Gut zu wissen. Ich will, dass ihr alle geile Karten habt. Ja, das ist super. Warte mal, bleiben Items immer liegen? Ja, außer du benutzt die für irgendwas. Also, außer die, die gehen weg. Nur Effekte gehen direkt weg. Items und Allies bleiben. Guck mal, ich kann mir noch einen Power holen. Das mache ich einfach nochmal. Klar, für Hooks Case. Baut 3 Fraktion schon, Sven. Übrigens, ich will noch kurz meine Meinung sagen. Ja? Ich finde den Titan am langweiligsten von allen. Das stimmt. Eis Titan. Was gab es noch? Ah, nee, obwohl, da gab es noch dieses Auge. Dieser Zyklon, der war voll unwichtig. Moment. Keine Ahnung, nie geguckt. Und der Feuer. Der Feuer. Was? Du hast Disney Hercules noch nie geguckt, oder was? Nee, nee, wirklich. Ja, ich würde sagen, Sven, ne? Mach mal mal Fade. Ja, du, ich habe eh nichts bezogen. Am 4, Sven? Ich würde jetzt machen. Warum war, ist Orson? Ist ja schon auch die zweite Staffel draußen, oder? Ich bin Shining. Leute, play the other Fate Cards you have drawn. Also muss ich hier spielen. Discard the Rose und pick two more Fate Cards. Play one, remove one obstacle. Guck mal, ich helfe dir doch. Nur leider darfst du das nicht. Kann ich denn trotzdem was lesen? So, jetzt muss ich erstmal Maurice's Invention finden. Die war hier. Die war auch hier. Warte, da? Ja. Was hat die? Okay. Was, was die dann da so? Ja, okay, das ist ja eure Kacke. Ähm, Moment, das lege ich jetzt erstmal hier, da kann er, ist ja nämlich eine Fate weniger ausnutzen. So, und dann müssen wir noch zwei Karten, äh, wieder aufdecken und eine davon spielen. Kannst Sven überhaupt noch gleich was machen? Ich glaub nicht. Aber das ist voll fies, remove one obstacle. Die Kombos, ja krass. Ja, nur, ich mein, er kann ja momentan nichts bewegen wegen Bell, ne? Ja, genau, er kann die nicht entfernen. Und deswegen finde ich das krasse Combo mit der Rose und Bell. Ja, auf jeden Fall, ja. Haben wir gut Teamplay gemacht. Komm, ich bin mal so nett, ich leg dir jetzt mal Beast hin. Ja. Äh. Ja, aber wo den war die denn hin, das Beast? Weißt du denn, das kann, ja, komm, ne, das ist nicht Biest, wo ist Biest, da? Biest. Irgendwann, die hat man da. Ach, den gab's, Lord of Flames. Und alle allies, wenn er jetzt hingeschoben hat, hat er ja gar nicht. Schade. Hm. Jetzt kann man, jetzt hat Sven schon mehr Fate reinbekommen als letztes Mal. So. Ja, keine Sorge, jetzt, dann gleich geh ich auf jeden anders. Ja, jetzt ist Sven auch erstmal beschäftigt für die nächsten, für die nächsten zwei Stunden. Ja, ist wirklich so. Ja, ne, okay, dann wende ich mal in Zug. Ja, schön. Svenny. Ja, moin. Sven, willst du überhaupt was noch machen? Ich weiß es nicht. Ah, ihr habt recht, das Spiel versteht man irgendwie doch dann. Geh einfach mal hier hin. Das ist halt immer wieder das Gleiche quasi, ne? Spielst deine Karten, gehst hier vier Aktionen mal durch. Schade, dass ich nicht mit Punkten gewinnen kann. Gehst dann Sven auf den Geist. Ja. Was dafür, dass er nicht gewinnen kann. Ich hau jetzt einfach mal den hier raus. Gib mir zwei Punkte wieder weg, wenn ich glaube, was ich gemacht habe. So. Ähm. Lässt es doch weniger, oder? Ja. Lässt es weniger, ja. Ja. Warum bist du nicht hingegangen, hättest du den noch direkt benutzen können zum Kämpfen? Aber gut. Ne, ne, ne. Ich gebe was anderes. Ja, ne, ne, okay. Ne, 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 ne. Du, du machst das schon. Äh. Ich hab' ein Problem. Mhm. Das ist okay. Ich hab' keine Effektkarten, die ich aktivieren kann, weil ich dieses Feld nicht hafte für, oder? Weiß ich nicht, Effektkarten kannst du auch immer verwenden. Ach so, wie immer. Also die Karten kannst du verwenden, aber halt ein Fähigkeitsfeld, oder was? Ja. Das ist ja ein Fähigkeit, das ist kein Effekt. Ah, okay, aber ein Effekt dürfte ich aktivieren. Effekt ist aber etwas anderes, genau. Ah, okay, okay, dann weiß ich Bescheid. Ähm. Ja, das hab' ich gemacht, ich hab' eine gespielt, ich könnte auch ein Fade machen, diesmal gegen Yannick, bitte. Ich weiß nicht, ja, such' da einen Ding aus. Das Ding ist, es hilft ihm nicht, glaube ich, mehr. Weiß ich nicht, das ist egal. Ich hab' ja auch von zwei Decks machen. Ne, eins musst du dir aussuchen. Einen. Oh, da müssen wir.. da sind Parole und Teil, was ich nehmen soll. Ne, dass denn? Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Das musst du machen. Ja, okay, ich brauche das lieber. Ah, er braucht es ein Übersetzen, بل, äl das zu. Beim PC, wenn der Bauer gespielt wird, dass du ein Helden nehmen aus dem. Ablaufstapel und den Helden in einen von den Deckzentern, mit reinmischen weil on the run darfst du einen helden der hier liegt wählen und gleich mit dem machen dann musst du den helden und alle decks zusammen mischen und dann die karten ja wieder 4 gleich teilen genau in vier neue decks verteilen was will ja nicht mehr belasten überlegt ja ich glaube ich keine große rolle weil er muss auf jeden fall kusgloch im feld haben oder nicht und wenn wir ihn jetzt die alle wieder reinjagen würden dann hat er wieder ja schon doch schon kann ich das kriegen oder kostet machen ja kommen sie was so lange stoppelt ist ja genau spitz on the run genau welchen er macht die kursko er muss jetzt einfach aufs deck mischen weil also beide kamen beide decks zusammen genau mischen und dann machst du daraus 44 stapel wieder die ungefähr gleich groß sind ja okay also neun karten hast du nein ich hab dir so funktioniert das nächste ja das ist so komisch wieder wenn du erdutzt hast du diese vorliegen wie keine ahnung aber da fehlt eine karte oder muss doch nicht neun sein neun wollen das ja die ganze aufmerksamkeit geht auf mich jetzt kann ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es war so ja auch vom ich natürlich haben ja nicht dann kannst du weitermachen nein ich komme das stunde wieder haben bei 22 2 23 was die rhod das habe ich dich jetzt das müsste bis zu einem schwer der daten ja mann tann er wird das ist immer feld von zwei bägen um genauen so aktien 1 zum füllen zungen wenn ich jetzt ich spiele erst mal dann für deutsche job kostet mich ein power das heißt alle meine allies der eine den ich habe wird dahin gezogen wo helden sind dann glaube ich mit den garten gleich die schicke an also die schicke ich nehme die schicke so herr ist nicht viel schwächer ich sagte auch gleich dann kann ich ja gar nicht ja deswegen sage ich ja gleich ja ich habe eine deutsch rein weil ich ja zwei karten spielen darf kostet mich auch wieder ein dann ist sie jetzt kostet jetzt vier ja dann kann ich demnächst anwerfen ist ja also die vorfalle ist was ich gerade ein bisschen komischer ich habe so ein schicke muss mich das zensieren ja ja es ist zu hart danke und ich darf noch eine karte ablegen aktion 4 wir sind die hände gebunden okay packt hat noch dahin du sollst ja nicht mehr wissen dass ich noch diese karte und mir kurz dran ja ich darf was nicht machen so es gibt noch zeit um deinen zug vorzubereiten ja ja ich weiß ich gehe hier hin eine aktion power eine aktion und hier fade auf pal was finde ich gut finde ich gut ich habe ja auch den eine gekillt schon so oh nein ist peter pan ist da der muss gespielt werden ey mir kurz verhängen ist das schlecht für mich ist es gut ach der muss sogar hier geplatziert werden ja den peter peter ja der peter hat es gemacht der peter ist schon mal am start so das waren jetzt zwei aktionen die ich gemacht habe ok pal gewinnt easy nein nicht ansatzweise so ich spiele die kostet mich hin und dann kriege ich noch zwei ne bei der jolly roger muss da liegen also noch mal für euch habe ja hier einen titan und den einen ali drin und dann kriege ich zwei punkte ja kannst dich ja ja das wäre schön ich darf eine neue ziehen fein so move wir jetzt mal also man muss irgendwie schnell sein deck rotieren das ist sonst echt ein problem dann hole ich mir natürlich drei power ja klar fähig frech so moment hatte ich vorher einen oder null ich hatte einen total ja genau so so ähm sag doch doch oh jetzt ist ich darf zwei karten spielen nur also machen was man ja 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 ich nicht mehr erstmal ich hab gut wieder schwierig ja weil dein test mal was du da auch hattest ja boah ist immer noch genug da wir haben noch drei tüten im schnitzel ja krass ich komm gleich nur kurz rum ne so eingefroren spiel ich den schon mal ne ne dann spiel ich worthy opponent und mir zwei power da haben wir schon mal einen hero okay das muss gespielt werden kann ich mir auszupfen wollen ne ach danke ich hab ein isotonisches sportgetränk bekommen wild das hat mich gepackt das ist schlecht und ich krieg nicht meinen döner ja du kriegst doch jeden tag döners und dann bewege ich noch den peter pan jeden zweiten hier hin fast vielleicht bestell ich mich da kriegt auch einen döner runter warum hast du jetzt peter ich hatte diese woche einen döner weil ihr doch mal geredet habt dann hatte mein stream äh mein zuschauer einen döner danach war ihm schlecht also dass und was so das fällt heißt an peter panbrick denn also ja das steht da ja 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 verstanden hab ich verstanden ja okay na gut okay oha du bist wieder wach oha nja ich bin jetzt richtig am feuer hier ähm ich geh mal da hin ja also nicht also schon wieder verloren hm hast du hier nicht fällt oder ja das ist echt gott alles Dankeschön. Dann aktiviere ich meinen wunderschönen Effekt. Den Hunter Instinct. Ja, drei Power weg. Ach ja. Und dadurch darf ich die wunderschöne Bell eliminieren. Das ist korrekt. Damit ist sie weg. Das ist doch vollkommen richtig. Ich darf mir zwei Punkte wiederholen. Warum das? Weil ich da drauf stehe und so. Steht es also drauf, mir zwei Punkte wieder zu holen. Das war's dann für diese Runde. Wollte nicht noch mit der Taverna trinken gehen oder so? Nee, diesmal nicht. Ach so. Oh, was habe ich hier gezogen? So. Belastend. Ich gehe hier hin. Shisha sagt dann zwei Power, deswegen weg. Ist nun mal so. Dann... Bäm! Meine verdeckte Fallenkarte. Und hast du jetzt Shisha gekillt? Oder nicht? Nee, ich habe sie nicht gekillt. Oh. Wunderlich. Hast du jetzt gekillt? Ja, mach ich aber gleich mal. Warten mal zwei Minuten. Ich opfere die anderen beiden Powers und beschwöre den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Oder Imperiale Garde, wie sie hier heißt. Also... Das kannst du bei Yu-Gi-Oh! in der ersten Folge kannst du ja einfach so spielen, ohne was zu opfern. Ja, aber die durften halt nicht direkt angreifen. Deswegen hat Yu-Gi-Oh! eigentlich theoretisch immer Karten ziehen können. Das stimmt. Bist du ja zu dir dabei? Ist ja an sich, weil zu dir da noch Mega-Bro ist. Ja. Ist eigentlich immer noch Bro. Jogi, weil er so doof und hat das nicht gewusst und hat deswegen immer Monster gespielt. So, jetzt habe ich... Der hat das Herz der Karten, du nicht. Naja, das sagst du. Wie war das nochmal bei dem Bank-Fash? Ich darf einen Kampf machen, oder ich darf mehrere machen? Ich darf es einen. Einen Kampf, ja. Dann habe ich erstmal die Eichhörnchen mag ich lieber als die Shisha. Deswegen kommt... Achso, die kommt... Moment, die kommt nach rechts. Jetzt hast du Shisha besiegt? Ja. Zack. Obsession. Ah, ich muss... Und der dahin, oder? Äh... Ja, ich mach das mal. Na, ich mach das schon. Ja, und der Decker kommt wieder auf die Hand, weil das die Fähigkeit ist, dass er stattdessen auf die Hand kommt, dann nicht auf die Hand. Ja, und nicht auf dem Discard Ball. Ich finde, Captain Hook ist einer der geilsten Bösen durch den Disney. Jetzt habe ich nur noch das fiese Eichhörnchen vor mir. Eichhörnchen in der Hose. Du hast Eichhörnchen in der Hose? Du willst zum Ars gehen, Sven. Dann müsstest du, glaube ich, mal rasieren. Du brauchst den Therapeuten. Vielleicht für beides? Mhm. Fass. Mann, Sven. Fack. Gut. Soll ich dir einen Rasierer kaufen zu Weihnachten? Wow. Welchen machen wir jetzt nächstes Jahr? Ich bin dran. Scheiße, ich habe gar nicht nachgeguckt, was meine neue Karte kommt. Scheiße. Ja. Palt, darf ich auch noch Karten ziehen? Ob du die noch Karten ziehen darfst? Schade. Du hast doch schon vier. Ja, wir frage ich ja. Wie viel will ich den haben? Hör mal. Fünfte? Warte mal, ich muss noch mal kurz meine Karte lösen. Warte mal, ich muss noch mal kurz meine Karte lösen. Wie hat das denn? Also. Weihnachtswoche. So, ja dann. Ja dann. Kein Problem. Weihnachtsaufschieten. Oh. Das ist aber eine ganz böse Karte. Ja. Hast du jetzt echt fünf Karten gezogen? Ja. Ja. Wie leid. Papalosa? Katze, nein. Darf ich auch? Nein. Ich hab... Das ist jetzt echt fünf Karten gezogen. Ja klar. Alter, das ist ja voll die scheiß Karte, ey. Ja weißt du, was ich damit hatte? Die schmeiß ich weg, die ist zu behindert. Das hat sich gelohnt, wenn ich schon drei Stück geliegend hätte. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich will wieder was abfucken. Vier Takte sind hab ich gehört. Was? Ich hab noch gar keine gemacht. Ich hab noch gar keine gemacht. Ich hab noch gar keine gemacht. Ich war noch... Warte mal. Ich stand hier, ne? Du standest hier rechts, also... Ah, ja, ja. Ok, ich muss nochmal nachdenken. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Dein. Na okay. So. Ein Pünktchen, dann spiel ich ein Feld, wäre wieder keine. Ah, Yannick. Du siehst doch wie ein Freiwilliger aus. Naja. Warum liegen die anderen... Ich hab vier Stapel, du musst ja einen davon aussuchen. Ok. Ene, mene, muh und ich nehm dich. Das war ja so ein Spektakl. Ich weiß. So. Uhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wollen wir nach Brandenburg? What? Was? Was machen wir, wenn Pacha es bleibt? You might shuffle two... Da gibt's Glühweinwanderung mit Alpakas. Alpacha gespielt, wir werden aus meinen drei übrigen noch zwei Decks. Ja. Und das war's, ne? Genau. Und bei dem anderen ist halt, äh, du nimmst jetzt... Da werden auch wieder drei draus. Oder? Ja, du musst ja ja replacen. Die shuffle. Eigentlich musst du nur zwei zusammenmischen und dann wieder zwei raus erstellen. Dann darf ich da aber trotzdem hier irgendwo hin tun, ne? Wo ich das verstehe. Ja, ja. Das ist trotzdem hier. Ne, ne, ne. Bei den anderen steht ja auch, mach daraus wieder vier. Da steht halt nur, äh, pack zwei zusammen. Und dann macht die... Das ist ja replacen. Als hievenlich erst possible zwei. Replace. Ja. Eben. Das heißt, du musst aus zwei wieder zwei machen. Ja. So bin ich verstanden. Ja. Ja. Will ich jetzt mal behaupten. Ich pack halt hier mal wieder hin. Komplex deine Tante. Kannst du das nächste Mal was leichteres nehmen, Janik? Nee. Ey, Katze. Ey, die will mein Brötchen-Clown nicht klauen. Das muss mir kurz entscheiden. Das ist wirklich nicht dran. Was dann? Du musst entscheiden, welche zusammengemischt werden. Pff, ist ja eigentlich egal. Komm, ja. Ja. Wahrscheinlich hat sich da gar nichts geändert. Bestimmt wieder den gleichen. Wir werden es nicht erfahren. So, und ich schmeiß noch eine Karte weg. Wieso will ich Fatscher jetzt wieder hier drauf? Wieso will ich Fatscher jetzt wieder hier drauf? Hat er entschieden. Hast du die nicht gerade da angelegt? Nee. Nein, nein. Ich hab mir die nur so bereit gelegt, weil ich nicht wusste. Okay. Ich hab die jetzt da übers Eichelchen. Dass das Eichelchen nicht stirbt. So, und jetzt mach ich meine dritte Aktion. Ich schmeiß eine Karte weg. So. Und. Zug ist spendet. Die ist scheiße, die Karte. Eigentlich sag mal so. Es lohnt sich halt mehr, wenn du dem noch Felder blockierst, ne? Jaaaa. Das ist jetzt zu spät, aber jetzt zu spät. Mirko, Pan und Sven haben jeweils schon mal gewonnen. Wir beide noch ein Null. Also mehr will ich nicht sagen. Jaaaa. Ich spiel also heute auch. Oh, ich hab noch Cola bekommen. So. Mirko, wir sind die Underdogs. Wir müssen zusammenholen. Ah, ja. Okay. So. Neue Karte ziehen. Also ich werde kein einziges Mal reinfehlen bei dir Mirko. Was sag ich jetzt? Ist das hier für ein Win-Trading? Nee, ich kann sagen, ich brauch das gar nicht. Gerade hab ich gespielt. Ich krieg einen Punkt dazu. Ich geb zwei aus. Also verliere ich einen Punkt. So. Ah, haben wir das schon mal geklärt. Meine Hand ist verwirrt. Ich will so gleichzeitig Cola, Bier und ein Brötchen essen. Okay. Reintippen. Bisschen gierig. Warte mal. Wo reintippen? In die Cola? Du hast ja zwei Enden. Also einmal so und dann mit dem anderen Ende da rein. Interessant so. Wisst ihr, was mein Vater macht? Also ich mag halt gern so Mettbrötchen, ne? Ja. Ja, geil. Schön mit fett Zwiebeln drauf. Ja. Und meine Schwester und mein Vater machen das aber anders. Ne? Auch normales Mettbrötchen. Ja. Und dann machen die wie eine Art Flug. Wie beim, beim, beim Bauern. Der pflügt dann einmal. Dann macht er so mit dem Messer. So Einkerbungen. Und er hat gesagt, dann kommt die Saat drauf, ne? Das ist alles Pfeffer. Mhm. Und dann kommt sein Dünger. Im Dünger ist immer Maggi. Ekelhaft. Ich hab' nicht probiert. Ich hab' nicht probiert. Gute Ahnung. Ah guck mal, da haben wir ja wieder Zeiss. Das ist ja doof. Mhhh belastend. Das ist jetzt. Ich hab' ne Freundin. Ja. Die mir geht was zu essen mal. Das ist nett. Ja. Aber ich mach' ja auch immer gern Frühstück. Rot auf Gegenseitigkeit. Oh! Ehrenwert! Okay. Warum machst du Sven? Ich bin ja am überlegen, was ich machen soll. Was? Wieder Einleitung und was? Ja, so ne Art. Aber ich hab' noch ne Karte, ne? Mhm. Die ist sehr mysteriös. Und komplex. Oh! Hey! Jetzt bin ich gespannt. Also wenn ich so ein Ding halt weg habe, ne? Naja. Einen Token? Genau. Ja. Dann gewinnst du? Nee. Kann ich wieder ein Token platzieren. Ja. Darf dafür aber, ähm, mir drei Power geben. Mhm. Oder drei Karten ziehen. Ja, cool. Ja, aber ich soll die Dinger weg haben, aber dann sollen wir auch wieder die Dinger hinlegen. Oder wie? Ja, das ist dann halt... Ja, weil du sonst... Warum sollst du sonst drei Karten ziehen dürfen? Ja eben. Ist halt so ein Trait dann, ne? Nee, das ist so ein Fehler. Oh. So, ich geh' einfach mal da hin. Okay, mit zwei Punkten. Äh, spiel' die Wölfe. Kostet mich ein. Ähm. Ja komm, dann mach' ich noch mal Fade. Gegen Monsieur Dilipal. Warum schon wieder? Ich hab' doch schon zwei da liegen gesackt. Sack. Irgendwann ist immer das erste Mal scheinen. Wild. Mhm. Ähm. Der Taunt ist... ... 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 2 Tokens, äh, Power Tokens, weil ich mich bewegt hab. Alter, was? Ist ja klar. Natürlich. Dann... Glaube ich dir jetzt einfach mal, bin ich schon einverstanden. Nein, er kriegt viel, hab ich mir versprochen. Also, nein. Dann darf ich hier noch eine Karte spielen. Ich spiele New Identity. Das heißt, ich kann mich bewegen. Also, kostet mich ein. Ich darf mich wieder bewegen. Und dafür, ne, kennt man ja aus den anderen schon. Ne, halt kein Fate. Na, weil ich mich bewegt hab, kriegt er noch mal zwei. Genau, kriegst du noch mal zwei. Gut, dann kann ich noch zusätzliche Aktionen führen. Hier ist noch Karten spielen. Ich spiele Bomb Detonation. Hopp, jetzt hab ich gestackt. Ich platziere noch mal zwei Power. Jotuo ist weg. Damn, okay. Wir müssen bei Yannick reinfaten. Danke. Den stapeln wir bei dir, ich werde ihn ja nächste Runde anscheinend brauchen. Dazu sag ich jetzt mal nichts. Äh, jetzt kann ich mir noch ein Power, das... Ne, stimmt ja gar nicht. Das war ja... Ich öffne sie nicht schon mal, Mann. Na gut, mehr kann ich ja nicht machen. Einzelsässiges Ding. Aber mal ein guter Move. Ja, dann fade mal. Not bad. So. Ich muss so oder so hierhin. Dann aktiviert sich seine Fähigkeit. Kann man ja eine random Analyse rausziehen. Das kommt ja eh hierhin. So. Time Travel. Perform an action. You are ready to perform this turn. You cannot... W-watt. Nochmal. W-watt. Kannst eine Aktion zweimal benutzen. Außer Fade. Auf der Location. Okay, dann wäre ich... Das ist ja mega nice. Kannst doch jetzt bis zu vier Karten ausspielen, alter. So. Ja, das bringt mir aber nicht viel. So, jetzt habe ich zwei Power. So, ich kann eine Karte move'n. Will ich aber eigentlich nicht. Ich kann nur eine Karte spielen. Und faden. So, was macht jetzt jetzt gerade Sinn? So. Ich glaube, ich... Ja, genau, Yannick. Das haben sie schon gut erkannt. So. Move up. Ja, das ist schon mal schlecht. Das geht ja nicht. Du hast ja keinen. So. Ah. Sind beide nicht da, ne? Ja. Dann müssen wir einen davon suchen. Und der eine ist im Ablagestapel, glaube ich. So. Rechtsklick. Yannick ist wahrscheinlich schon wieder angepisst. Wem muss ich suchen? Naja, Shining, alles gut. Alles gut. Also, das... So was pisst mich nicht an. Also, ich bin sehr schlecht. Schlecht alone zu kriegen. Also, alles easy. Naja, ist frustrierend. Weißt du, ich habe die gerade wecker auch nicht. Jetzt kommt er direkt wieder. Das ist halt wie viel suckig. Ich hier drinnen. Also, ich werde das halt nicht gewinnen, weil ich komme hier halt nicht voran. Weil das an sich easy zu kontern ist. Und das ist halt das Problem. Ah, ist der. Was kann er winnen? Oh doch, kann ich holen. Ich werde mich noch mal, damit ich noch was trinken kann. Ja, okay, ich nehme den. Wenn da einer ist. Das ist natürlich... Alter, den tue ich erst mal hier hin. So, das heißt, ich kann jetzt einen von hier rausnehmen, ne? Jo. Hier, hör auf. Nimm mal den, würde ich sagen. Nein. Warte, ist da wohl noch was anderes? Ah, ne, da sind... Oh, da sind einige. Ich nehme den. Ich nehme den vor allem. Es tut mir so leid, Yannick. Ist ja mega unfair. Ist ja mega unfair. Aber das ist das für eine starke Karte eigentlich. Warte mal, darf ich den echt nach... Wenn du hättest, play it. You may choose a player here from Russia. Ja, I'll say this. Alter, das ist total unfair. Das ist schon mal leid, Yannick. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber das ist einfach unfair. Alles gut. Ich hasse ich jetzt noch mehr. Alles gut. So. So. So, ich spiele noch, ich kann, ich kann ja noch eine Karte spielen, genau. Ich glaube, das war sogar noch nicht, dass da Yutu, äh, Ding entzugenommen wurde. Yutau. Aber schwierig. Schwierig. Dafür fehlt es mir nicht auch noch von deinem Deck. Mach ich das, aber dann kann ich meine Karte mehr ziehen. Aber dann muss ich meine eine Discard, aber dann könnte ich die da hängen. Das ist doch ein komplexer Scheiße. Ja. Okay, ich spiele... Warte, ich habe zwei Dinger, ne? Das kriege ich ja doppelt danach. Obwohl... Ich habe noch ein Ding. Aber ich brauche jetzt... Ich muss ja eigentlich... Weil da langsam wird... Nee, das ist gefährlich, weil das ist da. Oh mein Gott, ey. Ich bin kom... Das ist alles zu komplex. Ja, okay. Ich beende. Ich muss beenden. Geht nicht. Das ist alles kompliziert. Yut. Ja, wenn man eigentlich sein zuvor bereit hat und wieder alles vergessen hat, ne? Knaller. Ähm. Ja, ist so. Das Problem ist halt... Ja, das ist ein Problem. Da ist ein nasslicher Smiley. Nee, das ist gar kein Problem. Ja, nice. Okay, doch. Machen wir dazu. Gehe ich hier hin. Dann spiele ich Sir Rayleigh. Für drei Power. Ich kriege natürlich auch drei Power. Also gleicht sich das wieder aus. Warum wird er rumgepingt? Frech. Welche blockiert er? Ah, das ist okay. Okay. Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. Oh mein Gott, ich bin auch doof. Ich brauche mich viel zu viel Arbeiter. Ah, nee. Das ist gut, dass ich das noch gesehen habe. Dann spiele ich noch die Fire Slug. Für zwei Power. Da fällst du mich das Ding verarschen. Jetzt überlege ich das tatsächlich noch zu riskieren. Das ist doof, glaube ich. Ja, nee. Mach ich nicht. Dann wende ich mein Zornzieher auf Zweckkältchen. Ich packe ihn hier hin. Offere ein Power. Spiel Severed Hands. Das heißt, ich kann wieder tauschen. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Dadurch, dass ich getauscht habe, kriegt Kujo zwei Power Tokens. Dann kann ich noch bewegen. Dann würde ich die dahin bewegen. Dann heißt, die tauschen wieder Plätze. Oder sie ist das anders. Das heißt, er kriegt jetzt hier noch zwei Power Tokens. Warte mal, drei muss ich wieder hinfangen. Da bin ich jetzt irgendwie aus dem Vorlass. Äh, ja. Neko. Jo. Warum kriegen die Power drauf? Wegen dem, wegen Genoto. Achso, wegen Maso, Maso. Ja. Alter. Ich gehe jetzt hier hin. Krieg zwei Punkte. Dann setze ich diese Fähigkeit von Zeitkinder an. Der Rose hat nur stark, wenn er an der Location wird. Äh, ja, ich merke schon. Alter. So. Okay. Ja. Mach ich das jetzt zuerst? Weil das ist noch grad... Eigentlich... Fuck ey, dann kostet das drei. Mann. Das wird nervig. Eigentlich... Das ist mal Pacifica killen. Ja, ich... Ich hab grad vor. Aber wenn ich das jetzt mache, dann kostet mich das drei. Dann kann ich den ja immer noch holen. Das landet da. Ah, hm. Aber dann krieg ich erst mal diese Fähigkeit. Das ist eigentlich ganz nice. Ähm. Wir machen jetzt den Deal mit Pacifica. Das heißt, ich... Das kostet drei, weil ich kriege ja eine Stärke abgezogen hier. Von meinem Alley. Dann wird sie mein Alley. Ich ziehe hier drei ab. Das geht ja hier hin. So. Das heißt, das wird jetzt nur noch eine Stärke. Ähm... Nein, der Ream ist nicht upside down. Ja, okay. Wenn das runter geht, dann verliert die Stärke. Ja, genau. So, dann... ...spiel ich mein... ...Journal. Warte mal. Ja, doch. Darf ich ja noch. Ähm... So. Das heißt, nochmal zwei runter. Jetzt muss ich's, äh... ...Dipper suchen. Search. Wo ist Dipper? Dipper ist ja... ...hier. Den... ...tue... Den kann ich ja hinsetzen, wo ich will, ne? Ist ja eigentlich egal, oder? Ne. Warte mal. Ne, wo das Buch in gelegt. In dieser Location. Ja. Achso, ich hab's ja jetzt hier hingelegt. Das war doof. Ich wollte das eigentlich hier haben. Na, egal. Hab ich... Hab ich falsch... Hab ich scheiße gebaut. So. Oh, das ist jetzt belastend. Ich hab selber mir diese Karte jetzt quasi blockiert. Time Travel funktioniert jetzt nicht mehr. Nö. Jo. Das ist belastend. Das ist echt schade. Ja, das ist echt schade. So. Das ist echt kacke. Scheiß, ich hab das Buch falsch hingelegt. Ich wollte das hier hinlegen. Ah. Dann hätte ich den nämlich... Ich kann ja keinen angreifen, fällt mir grad ein. Bitte? Ich weiß. So, warte mal. Was ist das hier? Ah, Moment. Ich hab grad was... Ja, gut. Der Effekt gilt ja immer noch, oder? Von ihr? Äh... Oder... Warte mal. Ja, klar. Die ist doch noch da. Nee, er ignoriere ihre Fähigkeiten. Oder? Ja. Nee, das ist richtig. Das heißt, sie hat die Fähigkeit. Dann hat sie die Fähigkeit nicht mehr. Okay. Ich hab nur noch einen Punkt. Okay, dann kann ich da den nicht spielen. Dann ist beendet. Und ich darf... Wie viel darf ich jetzt ziehen? Warte mal. Ich muss zwei auffüllen. Wenn you drag cards at the end of the return, draw one extra card. Also drei darf ich ziehen. Bis fünf. Okay. Das ist doch relativ blöd. Naja. Alter, Schwier. Meine Bisschen-Rose-Karten-Stacks. Ey, das ist so cool. Mann, ich hab Dipper falsch gespielt. Das ist kacke. Weil ich hätte den eigentlich mit Pacifica und den anderen Typen da töten wollen, dann wäre alles weg gewesen. Das ist schon so. Ah, dann geh ich darüber und tu ich den da. So, komm. Ah, ich kann gar nicht kämpfen, fällt mir grad ein. Ich hol zwei Power. Ich hab ja gar kein Kampf-Ding. Ich spiele The Fiendish Five. Jawohl, machen wir. Das heißt, ich darf mir da jetzt einen Ally vom Discard-Pile holen. Nehmen wir den. Ich glaub, ich tu doch da ein. Da ist sowieso unwichtig. Ups. Woll ich nicht. Ja, da gibt's eigentlich nur einen sinnvollen. Also sinnvoll ist dann auch gar nicht mehr. Oh, das ist das denn hier. Ja, passt schon. Dann nehmen wir den Panda-King. Und den packe ich jetzt einfach mal hier mit dabei. Scheiß drauf, hat jetzt zwar nur viel Stärke, aber was soll's. Alles voll blöd. Egal. Wir machen irgendwie grad sehr viele blöde Sachen. Naja. Ich spiel kurz diese Karte hier. Ist dem so. Ja, weil du hast mehr Dinger und dann darf ich eine von meinen Discard zurückholen, ja. Äh, dann Discard ich eine Karte. Dadurch verlieren die natürlich wieder eine Bekanntheit. Ich Discard Eternal. So. Eine Karte. Moment, ich hab grad einen Power ausgegeben. Und das heißt, ich krieg hier einen Power aus dem Dingen. Kommt auf den Sir Rayleigh. Moment, ich hab grad einen Fehler gemacht, weil... Den muss ich in die Hand packen. Verzeihung, my bad. Darf ich gar nicht spielen. Ähm... Hat wieder keiner aufgepasst, ne? Ich meck halt schon. Hm. Äh, na was, ja. Ja, und dann benutze ich eigentlich direkt die... Oh, Moment, Moment. Moment, Moment. Das wollen wir dich auch tun. Was denn? Wär ich? Ja, was willst du denn tun? Ich kann den ja bewegen durch diese Fähigkeit. Passt du. Hey. Nice. Dann mach ich das so. Äh, ich benutze die Fähigkeit von Augmented Body. Und spiele dann von dem Robofalken noch eine Karte aus. Dann nehm ich den Panda King, den lege ich hier hin. Das kostet mich drei Power. Und das heißt, dass... Drei. So. Rayleigh die Hälfte meiner Power kriegt. Von den dreien, das heißt zwei, weil aufgerundet. Vier. Vier. Und dann bin ich fertig. Vier. Vier. Komm man. Dann kann ich den aktivieren. Gehegen. Ein Power. Das bringen wir aber nicht. Dann... Ja, ich schiebe wieder 20 Karten hin und her. Bewege ich den. Also, Moment. Ich habe meinen bewegt, das heißt, die kriegen natürlich... Dann kann ich verschieben, dann tausche ich wieder mit den beiden Plätzen. Das heißt, Jotaro kriegt noch zwei, klar. Alter, ich verstehe da nicht mit diesem Markenverteid. Ja du, ich könnte auch mal festhalten, aber du wirst es glauben. Nee, das ist richtig. Aber wir spielen nicht so. Krank. Aber leben beide noch. Dann krieg ich auch nicht weg die Sohne. Dann... Find ich doof. Ich spiel noch einen Arrow. Hallo. Das heißt, ich kann mir noch eine Killer Queen holen aus dem Deck oder aus dem Discard Pile. Nur welcher ist die Frage. Was kommt der andere noch? Ich weiß nicht, ob das zu viel wegbekommen hat. Nervt. Nee, das ist ja gar nicht mehr. Das ist 3. 3. 3. 3. 3. 6. 6. 2. 5. 10. 12. 10. 10. 11. 12. 12. 14. Ja sicher. Karte die gespielt habe ich. Faden, Pall, was geht? Oh ne mich schon wieder. Ne Neck finde ich nicht gut. Alter Glück gehabt, dass sie zusammengekommen sind und nicht nacheinander. Beziehungsweise weißt du das halt. Kenne ich noch Slykamm. Ich spiele da ein Sly. Ist ja komisch. Ja, aber? Dann pack ihn hier hin. Gut, dann... Ich hab dir doch die Antwort gegeben. Ja klar kann ich das mit den Gnomen bewegen. Ja, hab ich dir doch gesagt. Ich bin so vertieft, ich hab gar nicht gemerkt was ich gemacht hab. Du kannst ja strittig die Namen überlegen. Ich bin einfach nur konzentriert. Ich geh jetzt hier hin. So, dann krieg ich jetzt drei Stück insgesamt. Einmal eins und einmal zwei. So, du musst ihn da hin bewegen. Dann ist er weg. Dann... Er noch nicht. Kann ich eine Karte aktivieren. Das wäre dir. Oder? Das heißt, mein... Mein Ellie. Der hier. Die Pacifica. Schmeiß ich weg. Und krieg drei Power dafür. Ja. Das kommt weg. Stimmt. Und da ich ja jetzt auf diesem besonderen Feld bin, krieg ich diese Fähigkeit. Er kriegt eine zu, das heißt er ist weg. Kann ein Deal aushandeln. Er kriegt zwei dazu, das heißt er ist weg. So, dann kurz raus. Da. Dann habe ich noch die Schiene. Dann habe ich noch die Schiene. Und Karte spielen. Ich muss vier Stück abziehen. Dann spiele ich noch den anderen Killer Queen. Der ist jetzt mein Ellie. So. Und dann kann ich noch eine Karte spielen, ja? Was kann ich jetzt? Ich kann keine Karte mehr spielen, das habe ich. Ich kann noch eine Karte wegschmeißen. Da ich das zweimal auf der Hand habe. Also, ich bewege ihn da hin. Dadurch sind beide tot. Dann... Spiel ich die Karte, damit ich zu... Das stimmt, da sind beide tot. Das macht keinen Sinn. Ach komm, leck mich Spiel. Das ist so dumm. Das ist so einfach dumm. Ich krieg gerade zweimal Deal auf die Hand, ey. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm, ey. Was sind wir dumm, ey. Das ist so dumm. Was ist so dumm, ey? Da ist so dumm. Den kann ich dann auch noch, oder ich kann den spielen. Ernstelaj nervt. Play Random Man. Ja, ich krieg ja dann nochmal 4 bis 7. Ja, nice. Puh, ich hätte jetzt einen grad so unnüchtig, na. Alter. Ah. Es sich leidnervt halt jetzt richtig. Was? Oh mein Gott, das lese ich ja jetzt erst. Oh mein Gott, ist das dumm? Oh mein Gott. 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 Oh ich mit. Danach nicht mehr viel. Also die beiden sind draufgegangen weil ich ihn da hin bewegt hab. Der einer hat einen dazu bekommen. Alles gut. Das reicht. Durchsicht. Und weil Jotoro hier drauf war, hat er zwei ab bekommen. Deswegen ist es ja auch raus. Mir glauben. Ja. Ich wollte es nur erklären weil ich es nicht erklärt hab. Das wäre auch ok. Mittlerweile habe ich es sogar verstanden wie der Bombs funktioniert. der bums nach tropfen muss ich ja aber krass ja so dann kann ich noch eine karte spielen dann gespielt noch die nächste kille queen setzt sich dahin habe ich wieder null gut da bringt mir was zum glück dann könnte ich noch eine karte bewegen ok mache ich nicht mehr kurz wieder so was mache ich denn jetzt wird bei jannik rein fetten schön bei dir junge du weißt dass jannik nächsten törnern ein drittel schon geschafft hat ja ein drittel drittel hast du aber schon ich mache ich bin auch bei 0 kam jetzt auf dein ding gar nicht klar ist doch super war das ja aber du hast ja gleich wieder den deal nein du kannst ja nicht muss ja jetzt das ist ja egal ob ich dahin gehe oder keine disco dann gehe ich jetzt hierhin krieg ein punkt erst mal so mache ich jetzt am besten dann frage ich mich auch immer wegen der verliert ja dann ein genau dann wird kostet das nur noch drei aber dann ist ja auch von dieser dings weg ich muss gerade voll nachdenken das ist voll schwierig dann kriege ich den ja wieder runter nachdenken auch immer schwierig so ich aktiviere die gnomfähigkeit schieb den jetzt hier rüber dann ist das erstmal erledigt ich habe das habe ich ja schon genommen da war ich jetzt dann kriege ich eine karte runter dann kann ich noch eine disco dann spiele ich deal mit dipper das kostet mich drei weil hier ist die fähigkeit runter ach so ja okay war das darunter ich muss noch drei abziehen studie zu der ist jetzt hier unten was auch eigentlich egal wo der liegt bei mir noch gar nicht so schlimm also na ja das hat alles gemacht so das einzige was ich jetzt noch machen kann ist eine ach so ich kann auch das karten und feld spiel ich das karte erst mal die und dann spiele ich jetzt mal viele deals hast du bitte bitte wie viele deals hast du mit 90 prozent der hat ganz einfach deals ja ist so nervig und dann fällt auf jannik fällt nein auf dich wie warum das ist doch quatsch eingelegt hast und jannik habe ich schon genug angetaue nee jannik braucht hero star das ist ja das egal dass beide effekte sind dafür zu sagen dass ich den hier bewegen kann oder nicht du kannst auch diskaden ist nicht so hier du kannst aber hier nicht aber da wird jetzt gleich nicht verhofft genau hier wird es und ich kann noch was hier von dir diskaden wenn ich das richtigen robo folgen kann ich dir noch ein robo folgen oder ein feuer ist aber wenn du hier sei muss dann löst auch sein effekt aus was passiert da was schneiden wird diskadet dann mache ich dann einfach das verschwindet der effekt bleibt bei dem wo tue ich denn jetzt am besten hin ganz nach links glaube ich ja und jetzt kann ich ein robo folgen ja noch aus robo folgen entfernen ja und jetzt kann ich noch ein item entfernen genau von seiner neuen location ach so ist ja gut da ist ja nur das ich hoffe das ist jetzt nicht so belastend nein überhaupt nicht lass mich ruhig machen irgendwie ist gerade mein discord die zwei freunde wurden entfernt ne das ist das ist gar nicht so schlecht gewesen das war mir sogar relativ lieb dass du das so gemacht hast ok von daher mach dir keinen kopf das war vor allem das ist das game warum soll man ich kann wieder auf 5 auf ey ok Fähigkeit so ich muss jetzt nur überlegen was ich wie ich das am besten machen ich weiß was ich wieder gezogen hab für eine karte par ne ne deal ne deal card alter also ist glaube ich doof ich darf meine ellis glaube ich mit den fähigkeiten von büchern nicht töten obwohl das trinken wir eigentlich gar nicht doch ich hätte dann zweimal noch ziehen können extra karten ähm hm 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 Ja, ja, 1 Uhr kann gut hinkommen, ja. Alter. Das hört auch nie auf, dieses Spiel. Was ich mache. Na du, wenn du hilfst, dann schon. Ja, ich helf dir ja schon, indem ich nix mehr bei dir mache. Okay, guck mal, wir gehen da hin, dann hole ich mir erstmal 1, 2, 3 Power. Dann, spielen wir mal MagShot dahin. Das kostet mich dann 3 Power. Und das heißt, dass Sir Falcon wieder 2 Power dazu bekommt. Klar. Na? Krieg immer die Hälfte aufgerundet drauf. Ach, ich weiß, warum ich so oft eine DVD-Kategorie bekomme. Dann spiel ich noch einen kostenlosen Robofalken hier hin. Deswegen fähre ich gerne, um die zu besiegen. Und... Jetzt muss ich... ...kurz überlegen. Ne, das ist ja... ...Quatsch. Oder? Hm. Obwohl, ist das Quatsch? Ja, doch, das lohnt sich noch nicht. Ne, das lohnt sich nicht. Dann machen wir mal Schluss. Und ich bin mit 3 Kärtchen. Okay. Ich hab damit... ...33% geschafft. Hey, hey. Äh, ja. Jetzt kann ich meinen... ...Typi bewegen. ...Dat mach ich dann... ...Moment, warte. Ich be... ...Moment, warte. Ich be... ...Mhm... 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 ...Hoshihiro... ...Ki... ...Ki... ...Oh, hoppala. Moment. ...Hoshihiro... ...Ki... ...Kira. Das heißt, ich kann ein... ...Eli aus meinem Deck oder Discard-Peil... ...meine Hand wieder hinzufügen. Ist ja klar. Ja, natürlich. So. Hab ich gemacht. Dann... ...kann ich jetzt noch einmal... ...reinfaden. Peil, was geht? Warum denn schon wieder mich? Nimm doch Mirko mal. Nee. Ich hab'n Deal. Ich bin voll weit weg vom Gewinn. Wie, du hast'n Deal. Ihr macht'n Deal zusammen, oder wat? Mirko lässt sich gewinnen, oder wie? Okay. Ist doch wohl'n Witz. Nehme ich direkt wieder... ...Dat. Ja, komisch. So. Was ist jetzt wieder passiert? Win-Trading hier. Weil Mirko hat noch nie gewonnen. Deswegen... ...Du schon mal. Du sollst gewinnen. Danach geh' ich jetzt. Alter. Was ist das denn? Ja. So. Ich bin dran. Du sagst doch immer Fade bei mir rein, ja? Ich gewinn trotzdem noch. Ja, ist doch komisch. Dass ich will, dass du von Nioh kriegst. Ich geh' jetzt hier drauf. Ja, versteh' ich auch nicht. Ne, ich krieg' meine vier Dinger hier. Ja, find' ich cool. Weißt du, wie ich acht Sachen da unten jetzt hab. Fünf. Fünf. So. Dann spiel' ich jetzt erstmal... Spiel' ich das? Ja. Ich spiel' das jetzt einfach mal. Bis jetzt bin ich wieder gezwungen, Fade zu benutzen. Ich spiel' jetzt wieder die. Damit kann ich zwei Animalin tausend. Das kostet mich nix. Ich lass' jetzt ja nicht gewinnen, Herr Sonntag. So. Ja, bitte, ja nicht gewinnen. Nein, mach' ich nicht. Jetzt hab' ich die getauscht. So. Was kann ich noch spielen? Gesundheit. Ich spiele... Das kostet mich zwei, ne? Da krieg' ich das leider zu. Ich hab' eine Karte gespielt, ne? Ja. Das heißt, ich darf noch zwei Karten spielen. Möcht' ich das oder das? Hm. Ja. Was? Versteh' ich jetzt nicht. Ja, ich weiß. Aber ich hab' ihr lest' mir das jetzt durch, Shining, weil ich jetzt erst checke, was ich damit machen kann. Kann das sein, dass ich kurz aus dem Discord raus war? Nö. Ach so. Okay. Äh, halte. Ich wüsste. Ich bin komplett überfordert. Was ist da los? Na, ich komm' ich spiel' die Karte, zieh' zwei ab. Dann kann ich wieder eine Random Anomaly spielen. So, was haben wir jetzt hier? Oh. This location gains one more. Dann tu' ich die mal hier hin. Dann kann ich danach sogar sechs holen. Kannst du den einen sogar jetzt noch holen? Kann ich das jetzt schon holen? Ja, klar. Okay. Dann krieg' ich da jetzt noch einen. So. Ich kann jetzt noch eine Karte spielen. Wie spiel' ich denn jetzt? Ach, wenn ich eine spiele, okay. Nee, ich spiel' jetzt erstmal den Deal. Der hat ja nur eine Stärke. Ja. Das heißt, ich bezahl' einen. Und der geht ja jetzt auch hier runter. Und ja, das war's eigentlich. Und ich darf wieder bis fünf auffüllen. Warum brauchst du eigentlich bis fünf? Weil ich immer hier eine extra ziehe. Achso, ich habe schon drei. Achso, frech. Alter, was ist das für eine Farge, dass ich dieses eine Buch nicht bekomme. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, genau. Ich wollte bei Yannick reinfetten. Fangen wir damit einfach erstmal an. Achso. Ja, ich muss halt. Sonst wird der... Sonst wird der schon 66 Prozent fertig. Du faddest ja nicht bei ihm rein. Ja, lass ihn ja gewinnen. Ja, aber Yannick, tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, okay. Dann ist der Ding in 2000 fertig. Weißt du, was ich mein? Ja, ist ja das Game. Alles gut. Wenn das grad von Harry vermisst. Also Chase würde ich schon nehmen. Oh. Also, den hier halt. Ja. Ne, move'n. Den pack'n wir weg. Ja, klar. Ne, der andere hat kein Sinn mehr. Ja, klar. Ja. Okay. So. Dann hol' ich mir erstmal einen Power jetzt. Okay. Ja, Shining. Ja, ja, ja. Dann move' ich mal meinen Frightening Gaze. Einfach, weil ich's kann. Klar. Move' ich den mal hier hin. Und krieg' ich dafür ein Notoriated Dingens abgezogen. Okay. Dann spiel' ich noch. Ja doch, das ergibt Sinn. Dann spiel' ich die noch kostenlos. Und krieg' ich viel Power dazu. Ah. Neue Reaktion benutzt. Krieg' ich neues Kärtchen. Sieben. Alter. Jetzt geht das Spiel jetzt, glaube ich, richtig los. Ne, ist ja nur so, ne? So, ich bin dran. Ich bewege mich hier hin. Das heißt... Übrigens, ich hätte mal einfach die Tokens nehmen sollen. Ah, Leute. Egal! Ich hab' da jetzt... Ja, gut. Deko, ne? Ja, eben. Ich hab' mich schon gefragt. Die Papiertitel fällt halt eher nicht auf. So. Also, stimmt. Weil hier noch ein Arrow ist, kriegt er ja noch einen. Ja, genau. Ist ja klar. Ich verstehe. Stimmt. Äh, dann Killerqueen wird hierhin bewegt. Das, also, hätte ich natürlich vormachen müssen. Ja. Dann hat er... Dann hat er... Genau, hat er trotzdem 3, deswegen steht er so oder so noch da. Auch schlimm, wenn ich... Superkasten X4, genau. Sie macht das eigentlich keinen... ...unterschied. Äh... So, Moment. Na gut, stimmt. Ich kann mir jetzt 3 Power holen. Dann... Spiel ich... Ja, Faszin, wie viel passiert, bevor du überhaupt in Aktion ausfährst, ne? New Identity. Dadurch kann ich mich bewegen. Das heißt, der ist weg. Fuck off! Das heißt, ich kann mich hier... Ja, die gehen da nicht rein. Das ist natürlich doof. Nein, das... Äh... Ähm... Dann bin ich hierhin, dann könnte ich ihn wieder verschieben. Ich könnte ne Karte spielen. Mit 2 holen oder Discard, was mach ich denn? Achja, ich musste noch eine abziehen. Gut, dass du aufgepasst hast. Hä? Ja, ja, mach... Ja, ich verstehe das voll und ganz. Bei euch komm ich auch nicht mit. Ihr hättet auch... Ihr hättet auch einfach 10 Karten spielen können. Ich hätt gesagt, jo. Mach du mal was. Richtig. Ja. Ah, ich hab gewonnen. Ja. 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 Ja, da hättest du jede Runde Heimlichheit wegziehen können. Ich hätt's nicht gemerkt. Und Mirko auch nicht. Ja, ich... Ich weiß nicht. Ich glaub... Ich krieg... So, was mach ich denn als letzte Aktion? Ähm... Ich fade einfach Papal rein. Kannst du nicht. Ich weiß. Zack. Nur Zack. Ähm... Ich fade gleich an deine Mama. So. Oder wo man da da ist, aber... Ich hole mir zwei Power noch als letztes. Und... Ja, mach du mal. Ja. Und Mirko ist wieder ran. Ja. Ah, dieses Geräusch hab ich so lange nicht mehr gehört. Legst du mal Heimgefallen, ne? Ja, ich werd bei dir reinfallen. Ich hab schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Lass dich ja nicht gewinnen. Wieso nicht? Hey, das ist ja langweilig. So ein Sequels auch nicht haben. So ein Geschenk. True. Ja. Mach mal kurz klarstellen. Bei Mirko krieg ich immer Werbung. Warum ist das? Hä? Ich hab das ausgeschaltet. Na, keine Ahnung. Ich krieg bei euch auch immer Werbung. Ich geh jetzt erstmal hier hin. Krieg ich erstmal... Ja, ich krieg nur bei Mirko. Ich hol mir erstmal... Also ich hab grad ein Twitch-Theater, da hab ich nur bei Mirko. Bisher. Ähm... 2... Und... 1... Nur bei dem, der es ausgeschaltet hat. Finde ich geil. Ja, das ist voll dumm. Ich verstehs nicht. Jetzt ist wieder dumm. Ich wärm und krieg. Äh... Ich muss immer meinen Kopf wieder anschrecken. So. Darf ich nochmal gucken, Pai, was ich für ein Fate krieg? Nein. Schade. Macht's trotzdem. So, ich... Damit lasse ich dich auch gewinnen. Ich kann eine Karte spielen. Klar. Und eine Discard. Man kann ja nicht sein, dass ich hier der Böse bin, nur. Ich mach auch Fails. Ich komm nur nicht dazu. Eine Karte jetzt spielen. Kann ich denn jetzt nur eine Karte spielen? Nein. Das ist doch alles Kacke, ey. Ähm... Fuck. Ich muss das erstmal weiter, Mann. Das ist so belastend. Wenn ich das mache. Das, 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 das. Was nehm ich jetzt? Ehm... Ach komm. Ich muss das jetzt erstmal spielen. Ich spiel dieses Amulett. Gibt das Gideon. Das ist nur dafür da, wenn ich eine Anomalie ziehe, dass ich dann die beiden oberen aufdenken kann und dann mir eine aussuchen kann. Wer ist das nicht? Achso. Ich muss mir einen abziehen. Und ich kann auch eine Discard. So. Die finde ich sowieso unwichtig. Dann discarde ich die. Ehe 100.000 von. Ja. Das ist dafür da, dass ich mich die Dinger angreifen kann. Ach, ich darf wieder auf 5 auffüllen. Ja, Nick. Wir faden natürlich erstmal bei dir rein. Ja. Ja, jetzt hab ich das schonmal, das schonmal gut. Das ist gut. Moment. Hattest du nicht grad vier? Karten? Ne. Oder hattest du drei? Ne, du hast noch drei auf der Hand, ne? Ja, ja. Alles gut. Dann ist in Ordnung. Da fuck ist Koichi Hirose. Ist der hier? Ne, ne? Ne. Wer meinst du? Den hier? Das ist auch einer, der hier drin ist. In dem Fade Deck. Ja. Meiner letzten beiden natürlich. Ja, natürlich. Sind das alles allies da bei dir? Bei mir? Die hier? Bei ihm? Bei Pal. Nein, das sind auch nicht alles allies. Sind das alles allies? Nein, nicht alles. Einiges. Wie viele hast du denn da? Keine Ahnung. Ach, du hast doch locker 5 da liegen. Das ist schon 5 da liegen. 1, 2. So, ich frag jetzt hier das Fade. Ja, okay. Wer ist dran? Pal, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich spiel hier mein Dings. Ich darf mir wieder was raus suchen aus meinem Deck, ja. Du weißt, das ist die gleiche Karte von vorhin. Ja, mach das. Ja, mach das. Mach doch. Ähm. Muss ich erstmal suchen. Ja. Deswegen wollte ich jetzt machen. Wird ja voll verwirrt. Achso, ja klar. Äh. Ich benutze natürlich mein Max-Shot, um hier den Slamer zu zerstören. Ja, ist aber frech. Weil das reicht ja, wenn ich den Max-Shot benutze, dadurch, dass ich ja hier den Frightening Gaze hab, klein minus 2 Stärke an den Hero geprägt hab. Natürlich, wussten wir alle. Ganz eindeutig. Wort hat 6. Ja, ich bin müde scheinbar. Verstehe ich. 6. Der hätte mir damit zwei gespielt, der hätte aufgegeben. Also, wenn ich jetzt fortspielen würde, der hätte jetzt 13 Angriff. So. Mhm. Achja, genau. Ich hab ein Fate benutzt. Das heißt, bevor das passiert ist, natürlich, hab ich erstmal ein... Also, ich hab Venkwisch benutzt, natürlich. Nicht Fate. Bekomm ich erstmal hier, kriegen die einen weniger. Natürlich. Das darf ich ja nicht vergessen. Ganz klar. So. So. Kann da gleich 50% mehr brauchen? Wenn man wieder... Ja, passt... Passt schon. Wir sind ja alle so gerade bei 50%, glaub ich. Ja, so ungefähr. Okay, dann spiel ich natürlich ne Karte und zwar The Fiendish Five und hol mir einen Max-Shot wieder. Das frech. So. Tattel gibt... 4... 6... Dann benutze ich noch... Augmented Buddy. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Und... Achso. Die kann ich ignorieren. Die ist eh weg. Und dann benutze ich... Stärkste Einheit. Die hat nur noch 2. Ich bewege ihn dahin. Er kriegt dadurch einen Schaden. Moment, ich kriege ihn gar nicht. Schop zurück. Dadurch den Arrow noch einen ist direkt weg. Ich muss nichts machen. Ich muss nichts spielen. Das heißt nur hier. Das heißt, ich kann auch eine Karte diskaden. Das heißt, ich benutze das... Was mach ich dann? Die Karte nehm ich Black. Rengifisch brauche ich nicht. Also, ich muss sich nur einmal bewegen. Ne, komm. Nehm ich Discard. Und das heißt... Nochmal einer weg. Die Kompomagisch? Ich kann einfach ihn spielen. Hier hin oder dahin. Und dann diskarte ich einfach mal. Also... Ich glaube, wenn man nun zu guckt, warum reden die immer mit sich selber? Na, man hat sofort sich hin, ne? Ja. Okay, passt. Ich bin gleich mit meinem Turn. Gut. Bevor Kira sich bewegt, bewegt sich natürlich Killer Queen. Natürlich. Dahin. Das ist klar. Weil... Der bewegt sich vor meinem Zug immer zur stärksten Einheit. Das ist natürlich die hier. Genau. Das ist natürlich wenn das eine stärke. Genau. Das heißt, sie hat zwei. Dann bewege ich mich dahin. Dadurch kriegt sie einen Token durch Killer Queen. Weil... Ich hab vergessen, da ein Pfeil legt. Weil ein Pfeil legt, ist sie eh weg. Weil das ja verdoppelt wird. Das heißt, ich brauche den Token gar nicht erst hinlegen, ist ja klar. Na klar. Das ist ja klar. Das heißt, wir müssen da reinfaden bei Yannick. Da sind drei dazu. Dann hole ich noch... Weil Pal ihn natürlich vermisst, weil er ihn heute noch gar nicht gesehen hat. Dann spiele ich noch Toro Hero Kanedaichi. Na klar, genau. Für zwei. Alter. Warum haben die alle so lange Texte? Ist so... Bei dem sind... Ich hatte gar keinen Bock, was durchzulesen. Ja. Ja. Weißt du, bei allen anderen... Ja, der macht nichts. Oder sonst was. Oder der kann irgendwie eine Sache machen. Einfach 10.000. Aha. Ja. Alter. Ja, was mach ich denn noch so? Hey, was... Ja, fake gecleant. Weil er... Keine Ahnung. Die ganze Nacht. Die ganze... Hey. Das geht... Ach so, ich bin drunter. Okay. Ich geh hier hin. So. Ich krieg vier durch den Time-Revil. Hab ich jetzt neun. Dann krieg ich noch einen wegen denen hier. Zehn. Alter Schwede. Zehn. Zehn. Ja. Das kommt auch noch dazu. So. Ich muss schon nachdenken. Was mach ich denn jetzt mit mir eigentlich? So. Ich spiel jetzt erstmal die Karte. Die kostet mich ja eh nix. Die kommt wieder hier rein. Ja. Dankeschön. Oh. So. Dann tue ich den hier weg. Kriegst du drei Power. Krieg drei Power. So. Was mach ich jetzt als nächstes? Ich kann ja noch zwei Karten spielen. Das werde ich auch... Ah ne, warte mal. Das muss ich dann zuerst machen. Jetzt spiel ich die Karte. Das kostet mich zwei. Darf die ersten beiden oben aufdecken wegen... Warte mal ne. Doch. Doch, doch, doch. Wegen dem Effekt. Wegen dem Item hier. Da muss ich ja nicht drauf sein. Ja, stimmt. So. So. Wachsfiguren. Dislocation. Descut. An alley. Fromm your rim. To get drei power. Oh, das ist gut. And what is this. Dislocation gains. Choose your dead hero gets .... Until the end of your turn. Hm. Ehh. ich brauche das hier, das ist wichtiger. Wo ich den hinpacke ist eigentlich egal. Ich pack den mal hier hin. Und dann spiele ich meine letzte Karte. Moment, die andere hat er reingemischt. Achso, Entschuldigung. Dann spiele ich jetzt meine letzte Karte. Es ist so geil, wie alle Tiere sein Feldchen voll hat. So, jetzt muss ich das hier drehen. Das ist jetzt komisch. So, ja, ich bin jetzt eh fertig. Geht Zeit, Mekko? Noch nicht. Noch nicht. Ich bin noch nicht. Achso. Und ich darf Fita auf 5 auf. Das sind meine letzten drei Karten. Muss ich dann jetzt wieder neu mischen? Genau, du ziehst erst alle Karten und dann wirst du wieder... Ja, ich habe hier noch drei. Genau, dann die Ablagestapel umdrehen. Mischen. Und dann da hin. Genau. So. Alter. Jetzt kann ich mir auch mal wieder... Alter, ich habe die falsch hingelegt. Ich bin doof. Mekko Mann. Obwohl, ne, das ist... Ne, doch. Ich habe die falsch hingelegt. Ich bin dumm. Mekko Mann. Ich... Ja, Alter. Aber ich doof. Ich wollte die doch nicht da hinlegen. Warte mal. Dreht der sich eigentlich mit, oder bleibt der hier stehen? Der dreht sich mit, oder? Würde ich sagen. Wenn du das sagst. Mhm. Wer dreht sich mit? Der hier, meine Figur. Doch, der dreht sich mit, weil ich war ja in Gravity Falls. Das macht ja Sinn. Ja. Scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Das hat jetzt... Das hat dich... Das ist echt ein seltsamer Get-On. Ich muss sagen, Custom ist bisher das Geilste. Yep. Es macht Bock, es dauert nur Scheiße lang. Oh, ich habe ein Thema. Stell dir jetzt mal vor, Sven hätte auch gesagt, ich mache noch eine kurze Runde ein bisschen. Ich habe halt einen Fehler gemacht, das ist blöd. Schreibe, weil in der Serie ausgesprochen wird. Was macht sie jetzt, Seanin? Aber gut, da bleibt mir nichts anderes übrig. Da muss ich jetzt erstmal meinen Fehler wiedergutmachen. So. Dann hole ich mir erstmal einen Power, Yannick. Du weißt doch, wie das ist. Obwohl? Obwohl, warte. Ich überlege jetzt noch. Na doch, Yannick. Wir nehmen erstmal dich. Ich muss jetzt. Wer darf mal rumkommen? Ja, hier kommt. Den willst du nicht. Ich überlege jetzt. Das war jetzt schon. Ja hier stimmt's. So. Klar. benutze ich meine move aktion bekanntheit geht ein runter ich muss den robo folgen hierhin und welches wichtig dann spiel ich noch ja komm ich bin mal von dem max shot für ein name ist drei power und das heißt es kommen wieder zwei power auf den reilly ganz klar kann ich halt nicht machen hat das ist belastend sag ich wie es ist ich bewege das war muss ich ja mein killer queen bewegen nein doch muss ich tatsächlich das ist halt so sein ability weißt du bevor ich anfange muss ich das machen nein ich hab keinen discardpeil mehr das heißt die ganzen deals sind jetzt hier drin ich gehe ganz nach rechts das heißt ich krieg ein power dann spiel ich natürlich yuja fungami ach so du bist auf dem feld er ja ok ok mach das mal und dann können wir das problem ist wir können ja jetzt gar keine hero mehr spielen das ist ja gar kein problem das heißt du kriegst auf jeden fall gleich noch einen weg das heißt dann gibt es zu 66 prozent jetzt fertig das ist ja schlecht das ist nicht schlecht wie ist das denn nur passiert gönn mir doch mal was ja gönn ich dir auch klar ähm moment ich hab mir deinen power dazugegeben ja gekämpft habe ich habe eine karte gespielt ich kann noch bemoven äh wenn ich jetzt play or move ah ok du hast mir zwei karten im prinzip discarded oder äh was wo das ist im prinzip ja den hast du ja discarded und den auch durch den kampf ne äh dann könnte ich eternal spielen ok du musst einen hero wieder hinlegen nein nee nee das ist condition ist ja erfigen ok das ist das geht spiel ich nämlich die tunnel die bekommt halt nämlich noch einen runter sehr gut und dann scat ich mal den Bullshit ach Gott ähm wie mach ich das denn jetzt äh Moment ich muss wieder auf ok ich muss wieder auf vier ziehen mach ich liegt die so nebeneinander das kennt man glaub ich weil sonst länger als man der Tisch ist nicht lang genug Dadurch hol ich ihn wieder. Mach du mal. Und jetzt kann ich nur faden. Wie weit ist Mirko? Ich glaub Mirko ist auch was fällig, oder? So wie Mirko klingt das noch am Anfang. Theoretisch bin ich fertig. Aber geht nicht. Theoretisch ist er fertig, Annick. Da müssen wir bei Pal reinfaden. Das 9, du kriegst... Bei Pal? Was ist das für ein Name? Einmal bei Mirko, komm. Ich hab die ganze Zeit nur bei Pal gemacht. Nein! Ich hab aber keine Ahnung. Ich hab mich null mit dir beschäftigt. Das kannst du nicht nehmen. Okay, das kannst du nicht nehmen. Das musst du machen. Das geht nicht. Okay, also einer der Anomalien wieder das Anomalien-Deck, richtig? Ja. Und das hier wohin? Hier hin? Ja. Ich verliere eine Power. Hab ich schon gemacht. Achso, okay. Hab ich schon gemacht. Ich find geil, das da steht Loses up to one Power. Ich mein, soll er sonst null verlieren? Wie sinnfrei ist das? Hm. Gut. Oh, gut. Das ist ein Item. Das ist ein Elder. Also, ich hätte ja einen gewissen Favoriten. Nicht den hier, bitte. Eigentlich hätte ich einen anderen Favoriten. Wo die Hand vielleicht war, oder was? Ne, ne. Ne. Ist tatsächlich kein Indiz. Aber wer weiß, vielleicht. Eventuell. Ja. Ja, mir hat gesagt, die nicht. Also, die. Also, kommt ja jetzt wieder da rein und wird gemischt, oder? Ja, ich muss mischen. Ja, ja. Ich leg die drauf und... Du misch dann. Da will ich jetzt nicht das Wischen nehmen. Äh, und damit ist dann... Mirko dran. Ja. Achso, mein Riff geht auch nicht zurück, ja. Hier steht hier nochmal. Weil theoretisch müsste ich über Anomalien haben. Obwohl, ich hab ja immer noch eine liegen. Okay. Das steht da. Ah, ich bin dran, ne? Ja. Na, bist du fertig? Ne. Geht, wie gesagt, geht nicht. Weil... Ja, warte, ich mache das, geht nicht. Du musst auch irgendwie Journal 1 haben, damit du Stanford rufen kannst, wahrscheinlich, oder so. Damit ich bin nicht fertig gleich. 1 und nochmal 2. So, jetzt kann ich eine Karte und eine Disc-Karten. Shit, okay, das geht nicht. Anlegen. Wenn ich das mache... Schau mal, ein schöner Plan ist. Hat mir ja nix mehr. Geh ich da drauf? Geht. Das hab ich halt nicht. Aua. Tisch. Der kriegt jetzt 13. Das ist jetzt aber für die Runde erst egal. Kostet aber auch nochmal. Aaaaaaah. Shit. Also, ich hab in 2 Runden gewonnen. Also, Will to Survive kann ich halt nutzen, um es rauszuzögern, um vielleicht Glück zu haben. Für die Runde danach. Also, vielleicht hab ich in 1 Runde gewonnen. Ich hab auf jeden Fall in 2 Runden gewonnen. Ich muss aber bei Pile reinfaden. Ne, das kann ich noch nicht machen, weil das ist scheiße. Der ist jetzt bei knapp über 50%. Der wird jetzt gleich so weit sein wie ich jetzt. Mindestens. Und dann muss ich hoffen, dass ich einen guten Fade reinbekomme. Fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne, der ist da. Schau, das ist Lai. Wär ja geil gewesen. Und das laufst du verlangsamt. Naja. Ach, ich spiel einfach die Karte, kostet mich eh nix. Da kann ich Anomalien tauschen. Ich nehm hier die beiden, tausche ich einfach hier. Das und das. Ist eigentlich egal. So, ich kann auch keine neue Karte ziehen. Der ist noch belastender. Ah. Ich kann auch eine Discard, fällt mir grad auf. Sorry. Ah, die Discard ich. Und dann darf ich wieder... Ja, okay. Dann beende ich mal zu. Ich darf wieder auf 5 auffüllen. Alter, wat? Das fuckt so ab, ne? Super. Zeig mal, wie du jetzt gewinnst. Ja, ne. Leider. Ich hatte es eh nicht geschafft, aber ich hatte eigentlich voll den Mega-Turn geplant. Aber es funktioniert nicht. Weil der Move ist nicht erlaubt. So, ich geh auf jeden Fall erstmal hier hin. Ja. Hat Henning jetzt gleich gewonnen? Ne. Ne. Ich komm nur auf. Ja. Ja. So. Ich benutze erstmal... Ich aktiviere erstmal ne Karte. Dadurch geht schon mal wieder Bekanntheit einen runter. Ich benutze vom Augmented Body mal wieder das Ding hin. Und zwar bei dem Robofalken den Move-Scheiß. Dann move ich jetzt einfach mal die Firesluck nach rechts rüber, weil... Why the fuck not? Ja, klar. Das sind natürlich dann wieder zwei Bekanntheit weg. So. Oh Gott. Dann... Leute, Leute, Leute. Ist natürlich eindeutig, dass ich hier jetzt noch ne Karte diskaden werde. Na, das sind fünf. Wobei, ich werde erst mal eine spielen. Ich spiele erst mal eine. Ich spiele erst mal eine und zwar spiele ich den Bums hier, kriege ich 4 Power dazu. So, dann diskade ich eine Karte. Und zwar nehmen wir... Oh, das ist jetzt schwierig. Ähm... Hier, diskaden wir das Security System. Genau, dann bin ich nämlich auf 5 Runder. Und das was? Okay. Ja, ja. Damit habe ich die 66 Prozent. Weil ich habe ja keinen Helden bei mir. Mhm. Bin ich nicht gut. Na, hab ich schon. Ist okay. Mach mal weiter da. Warte. Sorry. Ähm... Alles gut. Gut. Dann gehe ich... Dann gehe ich... Scheiße, ich kann die Karte nicht spielen. Rasssss. Okay, ich muss das gleich so machen. Nicht hier hin. Kriege 3 Power. Spiele das hier. Verliere 2. Dann... Kann ich noch verschieben. Das mache ich allerdings nicht. Mir kommt es dran. Soll ich jetzt bei Yannick rein faten? Ja, ja. Ja. Kann ich auch an. Kann nicht. Kann ich auch an. Kann ich auch an. Kann ich... Ich gehe jetzt hier hin. Was ist einer? Krieg. Jetzt fatet der wirklich nicht bei Yannick rein. Ja, ich muss. Sonst kann ich auch nichts machen. Ja, also gewinne Yannick. Okay. Nee, du kannst doch auch faten. Kannst du auch faten. Ja, ich muss das jedes Mal machen. Ja, ich kann... Bei mir funktioniert das leider nicht. Ich kann selten faten. Weil ich muss andere Dinge hier machen. Ja, ich muss auch andere Dinge machen. Ja, das ist... Ich auch. Dann muss man halt meinen schönen Opfer. Ich habe auch nicht gefaded, Palle. Es sei noch nicht so. Eine Aussage. Ich habe auch nicht gefaded. Es sei noch nicht so. Sooo... Das ist doch für eine Aussage, ja. Dass da sogar den Twitch äh... Ich spiele jetzt erstmal das hier. Mehr als Maximum von Twitch. Das heißt zwei abziehen. Kenn ich nicht, nee. Darf mir die ersten zwei Karten angucken. Hast du wegen der Fähigkeit von... Kenn ich den Anime? Ja. Oh! Das ist ja schön. Komm mal, wenn wir da haben. Kommt wieder rein hier. So, wo packe ich dich hin? Ah, 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 ah. Alter. Mann, ich wolves moch dieUDhen so... Ja, schon nach S halb eins, ja, spät. Ach, ich schmeiß die jetzt irgendwo hin, ey... Krieg mich doch hin. So.. Die spiele ich noch... Ich bin mal gespannt, wie viel Glück du gleich hast, Yannick. Ich auch. Das heißt, kostet mich ein. Dann spiel ich jetzt das Buch noch schon mal. Das sind nochmal zwei. So, dann muss ich Stanford jetzt raussuchen. Oh, 14k. Sollen wir einfach schon mal spoilern? Nee, oder? Und gucken? Nee. Nee, du verhältest halt vielleicht auch gar nicht. Eben, genau. Wir haben ja eh gerade, er hat Stanford gespielt. Ja, aber der hat jetzt zwölf Stärke übrigens, ne? Der hat in der Tat zwölf Stärke. Weil? Weil hier noch sechs Karten drin sind, okay. Ah, okay, ja. So, ich hab fertig, ich darf hier nichts mehr machen. Ja! Jetzt bin ich gespannt, Yannick, ob du Glück hast oder nicht. Let's go. Stopp! Nein! Ach, darf ich noch eine wieder? Ach ja, okay, ja dann. No! Scheiße! Das ist ja doof. Das ist ja wirklich doof. Oh, das ist ja sad. Mann! Ja gut, danach kann ich die, jetzt kann ich die eh weglegen, jetzt sogar. Äh, keine Ahnung. Wo spiel ich denn hin? Das ist ja Quatsch. Ja, das ist ja Outloader, komm, dann geht er nicht so schnell kaputt. Sagst du. Ja. So. Na gut. Kriegst du, gewinnst du jetzt? Äh, ne, ich gewinn jetzt nicht. Ne, aber ne, ist Outloader wahrscheinlich. Ich kann nicht gewinnen, glaub ich. Moment. Theoretisch. Das. Nein, ich kann nicht gewinnen, weil ich nicht Vanquishen kann. Mhm, okay. Deswegen kann ich auf keinen Fall gewinnen. Woll ich auch bei denen nicht reinfäden. Das ist halt, das ist halt jetzt mein Problem. Ich kann halt niemanden Vanquishen. Was ziemlich belastend ist. Vor allem, ich kann nicht mal ne Karte diskaden, das heißt, so viel mach ich grad eh nicht. Ähm. Tja. Das ist jetzt alles doof. Kass hat es. Äh. Tchtchtchtchtcht. Okay, Schaff Pal nächste Runde. Wir nutzen erstmal natürlich aktivieren, das heißt, hier geht einer runter. Mhm. Und wir machen wieder gleiche Spielchen, wir machen das mit dem Move. Ne, klar. Ich aktiviere halt seine Fähigkeit, Augmented Body, benutze den Robofalken. Ja, meine Runde. Wieder meine Runde. Das heißt, da gehen wieder zwei runter. und ich bewege einfach mal riley kommt ja mal kurz noch rechts so jetzt kann ich schon eine karte spielen aber ich hab halt gar nicht noch gar nicht angeguckt ich spiele einfach die karte bringt mir nichts weil ich habe ich habe keine grabe ich muss natürlich ein paar ausgeben das heißt der so ready kriegt auch wieder ein paar drauf natürlich und jetzt muss ich hoffen gut ich gehe nach ganz rechts kriege dadurch ein power dann spiele ich juja fungami kostet drei natürlich dann ist der weg und der ist weg oh du hast vercutten das cardet ja ich bewege den dahin das heißt ich kann wieder eine karte dazu packen jetzt muss ich ja noch rein faden bei pal weil sonst hat er gewonnen habe ich eh nein habe ich nicht naja wer weiß wer weiß was jetzt noch kommt ich hab gerade mist gemacht egal naja mary und bentley das ist als erstes egal und ich habe das auch die spielen ich keine rolle für mich jetzt krieg zwei tokens einmal ein token ich kann jetzt eine karte spielen das ist der deal wende das auf den ich muss genauso viel zahlen wie viele kostet ich habe genau und gewonnen das war schnell runde guck mal wie viele karten ich da liegen habe ich habe keine ahnung mehr wegen dem schojo charakter das ist was das ist auf jeden fall es ist auch egal wenn ihr noch wenn ihr jetzt auch noch bei mir eingefadet hätte gut was weiß ich was was hätte passieren können noch wenn der jannik ist doch auf mich gegangen wäre ja dann hätte auch gewonnen ja eben dann hätte ich gewonnen memory gun obwohl das bringt das ist nicht so schlimm weil der dipper kommt dann wieder hoch warte mal wenn man das ist die viele diskkarte ok das wäre nicht schlimm gewesen naja schade finde ich wild um eine um eine runde quasi haben wir alle also du hättest nur einen dazu noch gebraucht also wenn du dran gekommen wärst du gewonnen wenn ich dran gekommen wäre ich gewonnen also knapp als nicht ging nicht das ist halt nice das ist echt krass also man muss sagen die decks sind so ausgelegt weil wirklich 50 50 wenn die karte oben gewinnen hätte ich gewonnen mann 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 50 50 verliere ich immer das war die decks sind anscheinend echt so ausgelegt dass man echt gleichzeitig gewinnen kann boah ne würde ich nicht sagen würde ich nicht sagen ja bei mir war es ja ich muss soviel anomalien rausholen wie ich kann ich brauch voll viele münzen weil Stanford voll stark wird durch die hier ja das ist natürlich auch alles ein bisschen kartenlang ich habe zum beispiel am anfang habe ich zum beispiel missplate bei meinem deck ist natürlich so ziemlich simpel das deck aber natürlich habe ich tropfen missplate komisch ne ich habe ja zum beispiel ganz am anfang ähm wo ist denn der hab ich den hier weg gehauen ähm gegen die hier vor drei stunden weißt du es bestimmt noch ne und das musste ich nicht die bleiben tropfen also hätte ich hab ich ne weil es kein ally der kämpft ja nicht der bleibt so okay ich habe ja auch nicht drin gefunden vielleicht habe ich es sehen aber so wie ich es gesehen habe mussten die nicht mal weg also theoretisch hätte ich den auch behalten können aber ist egal dann hätte ich noch mehr lesen müssen auf jeden fall gg 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 mhm ich flippe die table easy win und wir sind wieder draußen dann wollen wir noch ne schnelle runde gg komm halten schnelle noch mit custom ne ne mit marvel dg bestem fix ich muss morgen früh raus machen ich muss früh raus machen ja war geile weihnachtswoche für mich endet sie jetzt ab jetzt leider Wann ist das du fast bei jedem mitgemacht hast? Fünf von sieben ist eine gute Quote. Ja. Ja, morgens. Fünf habe ich mitgemacht. Ja, fünf. Bullenparty und dein Torcamp morgen nicht. Fünf von sieben ist eine sehr gute Quote. Ehre dafür. Morgen hätte ich auch noch mitgemacht, aber... Ja, verständlich, wenn du... Ich meine, ein paar Stunden schlaf immer. Ja, ich habe einmal nur eine Stunde zu frühstisch gepennt. Das war hart. Ja, ich habe auch nicht so viel Bock drauf. Sag ich will das. Wieso habe ich denn nach? So, danke. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ja. Ich habe doch gesagt, in der nächsten Runde ziehe ich euch ab. Ja, stimmt. War ja sogar angekündigt. Ja, aber hast du... Das war ja wirklich ein Stumpf, muss man ja sagen. Wir hatten... Da war... Wir waren weit entfernt davon, vom Sieg. Schein, ich habe gewonnen, immer noch. Was hat er denn? Wer hat gewonnen? Ja, ich habe schon... Ich habe schon... Zehn mal meine Arme hoch. Ja, alle haben gewonnen. Ja, wir sind alle Gewinner scheinlich. Wir sind alle Gewinner, genau. Auf jeden Fall. Es gibt keinen Verlier. War auch das letzte Game für diese Woche? Nicht schlecht. Den gehen wir voran. Ja. Ja. Sechs Tage? Ziemlich flott gewesen. Ich sag, wie es ist... Ich habe keine Mütze für morgen. Ich habe aber... Ich habe mir so Weihnachtskugeln geholt. Die balle ich mir irgendwie in den Bart rein. Okay. Das ist aber gut. Erkennt es geil. Kreativität ist ja auch nice. Ja. Leider ist die Mütze nicht rechtzeitig angekommen. Das ist belastend. Schade, schade. Ja. Ich habe ein Ohrloch. Ich hätte da dann eine Kugel an meinem Ohr reingemacht. Das geht auch. Also ein Ohrringloch. Ich danke euch beiden. Ich wünsche euch noch... Ja, ich danke auch. Ich wollte gerade sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Aber ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Erstmal ist es gut. Schönen Sonntag. Man hört sich, man hört sich nicht. Je nachdem. Ciao. Ciao, ciao. Ah, das war geil. Ey, es ist... Noch mal was zu sagen. Schlechte Laune war heute null. Nur hoch konzentriert, weil... Solche Texte. Jedes Mal. Ich hätte sogar Bock, den nochmal zu spielen, weil ich echt den geil fand. Das war... Ich habe... Horn King letztes Mal fand ich auch cool. zu spielen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Aber... Ich muss sagen, den jetzt fand ich noch geiler. Vielleicht custom... Vielleicht sind custom Dinge einfach noch geiler gemacht, ne? Ich meine, es gibt 300 Stück. Irgendeinen werde ich... Da gibt es auch welche, die ich kacke finden werde. Ganz ehrlich, ja. Das kann gut sein. Aber... Kira war jetzt unfassbar cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich auch sehr geil. Mir macht es nicht, dass ich halt theoretisch... wieder nicht gewonnen habe. Ist... Das Laten. Ja. Mirko... Ein Zug... Hat gewonnen. Paul und ich jeweils... Ein Zug entfernt. Wie geil war das denn? Also... Solche Menschen sind wir noch haben. Das ist ein YouTube-Upload, ja? Wer will ich nicht? Wahrscheinlich... Ich gönne ihm das auch. Paul hat es dann auch gewonnen, ja? Ich habe nur bei Ihnen reingefettet, er nur bei mir. Mirko hat einfach... Hat einfach zweimal was gemacht und dann hat er sich gesagt, komm, reich wollt. Kann ich verstehen. Ist sehr komplex. Ja, war schon. Kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Äh, Brotherhood wahrscheinlich dann auch bei Full... Ähm, und nicht nur bei Fullmetal Alchemist. War wahrscheinlich bei beiden. Ne? Aber kann ich mich nicht dran erinnern. Äh, ich habe es auch damals so durchgewincht. Da merkt man sich sowas nicht. Ja, aber das waren die Games für diese Woche. Das waren jetzt sechs von sieben, äh, haben wir schon hinter uns. Und ich finde es einfach geil. Also wenn jetzt... Das waren auch schon alle Games. Morgen halt nur noch ein Abschluss-Talk quasi. Äh, ich werde dann nochmal ein bisschen mit den Leuten besprechen, was... Äh, was wir dann noch so bequatschen werden. Ähm. Paul von Mirko dann auch morgen noch die Karte. Also, heute. Ne, Shining war es gut. Äh, das ist gut, Shining. Aber danke für den Einsatz. Ähm... Ich fand echt... Die Woche war echt geil. Also so, was hatten wir jetzt alles gespielt? Sieben Games. Codenames. Ähm... Gatic Phone. Äh, Pummelparty. Verstecken. Kurskursdack. Ähm, was war Donnerstag? Kurskursdack war... Na klar, Tabletop. Ähm... Sieg mit Dio, klar. Heute dann nochmal... Auch nochmal Tabletop. Ich hoffe, dass es war in Ordnung, dass ich zweimal Tabletop genommen hab. Ähm... Mag ich halt gerne. Und ich dachte... Ist ganz nice, weil einige auch das spielen wollten. Äh... Auch mal Willi und das spielen wollten. Und ich wollte halt auch mal noch was anderes bringen. Und, äh... Na, Mirko hat mich dann auch noch auf die Idee gebracht. Jo, danke Leute. Gut, wenigstens wisst ihr das noch. Wenigstens wisst ihr direkt, was ich meine. Krieg ich mal ne Karte? Na, weiß ich nicht, ich hab auch kein Geld. Hahaha. Und, äh... Ja, also nächstes Mal wird noch geiler. Ich hab da einige... Ich hab jetzt schon Planung ja unterwegs. Äh... Akadariton weiß ja schon Bescheid. Ähm... Dann sende ich Pal ein. Könnte ich theoretisch auch. Der Pal sich auch irgendwo verdient. Ne? Wahrscheinlich ich hab die Karte noch nicht mal wiedergekriegt. Die... Die Zeichnerin macht die ja gerade erst. Jetzt nicht seit gestern. Ich denke, mein Bruder will es zu Weihnachten. Ey, geil. Geil, geil. Welche der fünf Editionen? Die Hauptvariante mit den grünen. Also ich hab... Die lilanen und die grünen. Die mit der, ähm... Schneewittchen und die... Grüne, die wir... Wo wir auch immer drauf spielen. Ne? Hätte doch... Ich brauch auf jeden Fall noch die Edition von, ähm... Horn King. Den... Den fand ich super geil. Den mochte ich sehr. Auf jeden Fall, ähm... War das eine sehr coole Woche. Ich... Na, es war so... Auch eine Art Prototyp. Ich will ja nicht... Jetzt nicht zu viel sagen, weil, ähm... Werden wir bestimmt morgen auch noch besprechen. Und wir werden auch nochmal einen Recap-Stream machen. Quasi über das Jahr. Und so wahrscheinlich über das Event nochmal. Und... Ne? Okay. Deswegen werde ich jetzt eigentlich nicht zu viel sagen. Aber... Ich fand's cool, dass die Leute darauf Bock hatten. Ich find's cool, dass... Das Grüne erstmal. Ja, okay. Ja, Standard-Variante. Die ist auch cool. Ne? Das hat auch sechs drin. Ist auch nice. Ich glaub, bei nur zwei Paketen sind sechs drin. Bei den anderen halt nur drei. Deswegen... Verständlich. Hat man ein bisschen Auswahl auch. Ne? Und, ähm... Wie gesagt, ich fand's geil, dass die Leute Bock drauf hatten. Ich fand's cool, dass das alles so an sich reibungslos geklappt hat. Natürlich einige technische Probleme. Ne? Aber morgen, ähm... Was soll die von Metal Games? War da einer von Anna Till dabei? Ich glaub sogar schon. Ich glaub sogar schon. Aber ich hab nicht alle direkt... Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Ne? Das stimmt, Shannon. Und abgesehen von Sven und mir, hat es nur Paul geschafft, jeden Tag mitzumachen. Auch Ehre dafür, Paul. Freut mich, dass du daran, äh... So... Auch so viel Interesse hattest, das, äh... Jedes mitzunehmen. Ich mein... Nehm ich vorne weg, ne? Vielleicht bist du ja morgen einfach nicht da. Ich mein heute. Morgen bist du eh nicht da. Aber, ja. Ich verabschiede mich. Morgen, äh... Heute. Wir haben schon Sonntag. Frohen Sonntag, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ähm... 19 Uhr wahrscheinlich dann ein kurzer Shrekmania-Stream oder so. Schau ich mal. Weil wir machen einfach nur den Talk. Vielleicht fange ich auch 19 Uhr an mit dem Talk. Und Sven kommt 20 Uhr dazu. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und... Ja, wir reden über Weihnachten. Was wir da so vorhaben. Wir reden über Gaming dieses Jahr. Vielleicht auch, was wir so gemeinsam gemacht haben. So Projekte so. So Games. Über das Event. Jeder kann auch ein Thema mitbringen. Keine Ahnung. Werden wir vielleicht nochmal drüber schnallen. Aber... Ja, morgen ist David auch... David ist auch noch dabei. Ja. Heute. Heute. Gute Nacht, Leute. Ich glaube eh nur scheiße. Vielen Dank fürs Einstalten. Äh... Findet euch alle nice. Ähm... Ich werd eh noch im Recap... euch noch genug loben. Haut rein. Nacht die zurück. Nullen gehen auch. Kartoffeln sind besser. Klöße. Kartoffelklöße. Oh. Klöße geht so. Klöße geht so. Was? Ich hatte bis jetzt noch die richtig geile Klöße. Klöße sind doch richtig geil. Ja, Mann. Beste. Ich hatte bis jetzt noch die richtig geile Klöße. Klöße mit Soße und Braten. Ja klar, so eine richtig schöne Bratensoße dabei. Digga, da konnte ich mich reinlegen, Digga. Ja, klar. Verstehe Sven gar nicht, ey. Sven zu verstehen, das ist ein Mysterium. Ja, nicht wahr. Sven ist ein einziges Mysterium. Ich bin voll einfach gestrickt. Nee. Würde ich jetzt nicht mehr behaupten. Bin ich ganz ehrlich. Also Soße oder Andes? Nee. 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 Und das ist auch noch offener Pizza. Da wird Welt, das steht. Das ist auch noch offener Pizza. So. Die andere Szene will nicht so richtig, aber so halb willst. Ach ja, doch. Auf einmal. Natürlich. Aber das ist jetzt belastend. Ich wollte jetzt irgendwie die Szene einbinden und jetzt gucke ich in mein Streaming so. Wie es steht, da ich soll das Passwort eingeben. Ähm. Ich bin jetzt oben rechts. Das ist ja nice. Ah. Sehr schön. Wieso ist dem jetzt so? Fuck. Döne, du wärst. Okay, dann geht das nicht über Browser-Quelle. Da muss ich halt... ... oder anders machen. Belastend an dieser Stelle. So hat es jemand immer nach vorne. Oh, wir haben das letzte Mal tatsächlich eine Wissenschaft daraus gemacht. Ich und Janek. Oh. Okay. Naja, als wir das letzte Mal zu dritt in der Kamerastream hatten, da hatten wir dann eine Wissenschaft daraus gemacht. Mit Overlay-ETC. Weißt du es nicht mehr? Nicht mehr, nee. Also selbst immer, wenn von der Kam, davor mit dir, was wenn du nicht konntest, danach was anderes. Genau. Und davor, davor war das React 2019. Nö, da war noch die E3, oder nicht? E3. E3. E3, weil da waren wir, da hatten wir jetzt dieses Jahr doch auch eingerichtet. Davor, das jetzt mal. Habe ja, ja, E3 haben wir kurz am Stream noch eingerichtet zu dritt. Ja, ihr beiden. Ich habe mich auch gefragt. Ja, das war ja eigentlich voll gezwungen. Ähm, da war es ja einfacher, aber wir hatten das vor, ich glaube, entweder war es 2020 über 2019, wo wir zusammen auf die E3 reagiert haben. Und da haben wir tatsächlich eine Wissenschaft aus dem Overlay gemacht. Da haben wir irgendwie eine halbe Stunde darüber diskutiert, wie das geben wird. Gut, dass Finn versucht sich aus der Kamera rauszulehnen beim Essen, das funktioniert einfach nicht. Auf vollem Frame drinnen. Habe ich so. Dopp. Was? Auch bei dir, Bruder. Ja. Was, Finn? Dankeschön. Schau mir nur ganz viele Leute dazu. Alles okay. Naja. Ich bin schüchtern. Wer versuchst du jetzt überzeugen? Alle? Ja, ja, ja. So, ja, dann. Ja, ja, das wird gut. Ja, dann. Ich bin wirklich schüchtern. Ja, Sven, natürlich. Das sehe ich auf jeden Fall. Warum glaubt mir das nie jemand? Warum sollten wir schüchtern im Geister? Nee, ich bin wirklich schüchtern. Nee. Wenn es mal so wäre, wäre es wie ruhiger. Das ist ziemlich so. Sven, wenn du wirklich schüchtern wärst, dann könntest du niemanden reden. Ganz ehrlich. Nee, er ist unzündig schüchtern. Das ist jetzt auch nirg. Das ist introvert, Thero, wie das heißt. Ja, aber auch dann kannst du mit Leuten reden. Das ist auch gleich. Also wenn du wirklich mit keinem reden kannst, dann bist du Taubstum zum Beispiel. Oh, wow. Kann man so nennen? Mhm. Sven ist ein Talent, immer im Stream zu essen. Das habe ich nie vermisst. Ja, du. Die Farbe kommt halt immer zum Stream. Ja, ja. Ja, das will ich immer zum Stream. Macht das wahrscheinlich, macht das. Das muss man. Aber da hast du doch mal ein schönes Overlay gemacht. Ja, ne, komm mal. Ja, man will das. Den Rahmen habe ich rausgesucht. Den hier darunter. Immer. Easy. Immer. Kann ich auch noch sprechen. Wie hast du dir die so aufgeteilt? Kann man die einfach so aufteilen, die ganzen Dinge? Man kann ja auch Fullscreen machen. Ah, man kann einen Einzelnen auch Fullscreen machen. Okay, cool. Ich habe es vielleicht zu kompliziert gemacht. Geht mir das jetzt wieder weg? Ah, so. Ich hatte jetzt Sven einfach Fullscreen. Du bist mir beim Essen. Ups. Das wäre natürlich auch interessant. Bei dem einen Kanal ist dann so der Talk. Beim anderen sagst du was, wenn man beim Essen. Währenddessen redet er auch noch so. Das war das Kategorie. Bestimmt. Wir kommen und trinken. Ja, mach das. Es mal Schnaps. Wenn dir. Nee, das war was Normales. Oh. Schnaps ist sowas Normales. Ich habe erst mal meine Kamera geflippt. Schwarz, äh, schwarzes Wild. Ja, ähm. Schnaps ist ein Fitt. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach ohne Overlay. Was soll der Geist? Ich bin jetzt so ein Simpler Mensch. Weil er mir die Gegner in die Knie gezwungen hat. Ich habe halt viermal Fensteraufnahme gemacht. Den haben wir dann kopiert. Also immer kopiert und dann immer zum anderen geschoben. Ja, schön kompliziert. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr eure Gegner in die Knie zwingt in einem Game und ihr einfach nichts gemacht habt? Ja, Worms heute. Ja. Amagellon aktiviert. Findest du damit jetzt? Echtest keinen, damit ich das nur den... Nee, ich meinte Yannick. Achso, mich und... Ja, wir haben im Grunde private Worms WMD gespielt. War ja. Das war wild tatsächlich. Ja, aber habt ihr auch extra gemacht, weil der vorher gesagt hat, Yannick gewinnt eh. Und dann habt ihr euch extra selber weggerauen, damit die Aussage auch stimmt. Ja, das musst du auch, ne? Um 20 Uhr eins, Sven ist schon mal zu spät. Ja. Sven ist too late. Ja, Sven ist, wir sind zu spät hier. Ich glaub doch. Ja, 20 Uhr eins. Ja. Frech. Ja, genau. 20 Uhr eins ist too late, Sven. Das sehe ich aus, Sven. Das war schon frech. So, ich mach ihn wieder. Und Sven, kann es sein, dass du dir auch so eine Milze mit leuchtenden Bommel holen wolltest? Vielleicht. Ja, weil ich wollte mir, ich hab mir so eine bestellt, nur die kam halt nicht an, gestern. Was soll ich sagen? Also, bei mir stand schon, dass die nicht rechtzeitig kommen wird, deswegen hab ich einfach so eine billige Dinge dazu. Hör gut. Ja, bei mir stand zwischen dem 18 und dem 21. und da dachte ich mir, komm. Ich hab mir gar keine bestellt. Probier's einfach mal. Bei mir stand, nicht vor Weihnachten. Lassen mir sowieso nicht. Aber man muss das immer sagen, drei von vier sind weihnachtlich gekleidet. Immerhin. Ja. Moment mal, drei von vier? Ja. Finde den dritten. Versuch den dritten, Sven. Versuch den dritten, Sven, ja. Ah, Pa! Jawohl! Alles weihnachtlich geregelt. Ja, gleich. Ja, die Goldene hat leider nicht mehr gepasst, dafür hab ich dann doch zu wenig Haare hier. Das ist... Ah. Ich werde jetzt angerufen. David, ey. Dann können wir ja schon mal über David lässern, als erstes Thema. David, einfach Fame? Ja. Habt ihr denn... Ja, ich hoffe, ihr habt was vorbereitet. Ja, klar. Habt ihr denn... Also, wir würden über das Gaming-Jahr reden. Über das Event diese Woche. Was ich zum Beispiel geil fandet, was ich nicht so geil fandet. Also, halt so ein bisschen... Sollen wir mal so ein Fazit machen. Und wir werden dann nochmal über Weihnachten reden. Genau gut. Was wir machen, so Traditionen, was weiß ich nicht. Was man da macht. Oh, klingt vernünftig. Finde ich gut. Weißt du, wenn ich hierfür warten müsste? Dein ist ja so ein Telefonieren, da ist es immer noch ein Fressen. Oder was weiß ich, was wir in der Ehe jetzt machen. Ja. Ich mach jetzt einfach... Ich mach jetzt einfach live Anmord während du schon live bist. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum AEG Weihnachts-Talk. In der AEG Super-Winter-Weihnachts-Woche. Tag 7 von 7. Einfach du. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Ja, morgen. Ja. Einfaches Morgen. Ja, so schnell geht's, was du sagen. Ja, so schnell ging die Woche um, tatsächlich. Montag bis Sonntag. Wir waren live dabei. Hat jeden Tag mitgemacht. Ja. Wie schlecht. Ja. Ich brauch da auch mal ne Abwechslung von New World, sag ich dir das. Das war mal ganz willkommen. Da haben wir ja auf jeden Fall jetzt 7 Spiele reingebracht. Aber das genaue haben wir ja innerhalb von den letzten 10 Tagen gespielt. Nur am Sonntag war ein Tag Pause. Also heute. Letzte Woche. Oder davor. Achso, okay. Ja. Ne, doch. Okay. Letzte Woche haben wir Willenus, Goose Goose Dark. Äh, was ist das? Ein Tee. Achso, das habe ich gespielt. Und Samstag hatten wir dann ein Witcher und ein Pummel-Party. Und Sonntag war dann Pause. Und dann ging die Woche los. Stimmt. Da haben wir auch schon so viel gezockt. Krass. Ja. 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 Die letzten 10 Tagen neunmal was gemacht. Gute Geburt. Wenn das wieder empfehlbar so sein. Ja, gut. Ey, das sind auch nur zwei Monate. Plus minus. Ja. Ich hoffe mal, die Vorbereitungen, die ich da bestimmt eingetroffen habe, sind dann FZ fertig. Das ist ein anderes Ding. Ich hoffe, ich auch. Das will wieder Zeit, dass ich meine Haare rasiere, weil das geht mir so offen geist. Ich bin noch so jung und ich werde vorne kahl. Ja, ich werde halt vorne kahl. Guck dir das mal an. Das willst du ja nicht. Am Freitag habe ich meine Eltern getroffen, meinen Opa. Und mein Opa ganz begeistert. Oh, Stefan, du hast ja Haare. Meine Mutter, oh, du hast ja Haare. Ich sage, ja, aber guckt mal hin. Ich werde vorne kahl. Meine Mutter, ja, stimmt. Das hast du aber nicht von deinem Vater. Ich sage, nee, Geheimratsecken, ja, aber der ist halt vorne nicht so kahl. Was soll ich sagen? Muss wieder ab, die Matte. Ja, da kannst du auch eine Torücke aufsetzen. Genau. Haartransplantation, let's go. Was? L.A. Style. Einfach vom Bad einfach nach oben. Boah, nee, dann müsste ich ja meinen Bad wegmachen. Also, so. Den kannst du wieder schnell wachsen lassen. Nee, schnell, sagt er. Ja, klar. Ganz ehrlich, dann nehme ich lieber meine Arschhaare. So. Da habe ich auch mehr von. Ja. Nice. Gibt es denn auf jeden Fall erstmal was, wo du sagst, das war bisher der beste Tag in dieser Woche? War das Special Week? Wir fangen einfach als erstes an, Special Week hier ein bisschen guter zu labern. Boah. Der beste Tag. Ja. Wo du sagst, das war das beste Game, das muss auf jeden Fall nochmal wiederholt werden in der Art. Ja, wiederholt werden würde ich sogar sagen, alle. Weil ich fand alle Games circa. Ich fand gerade den Chat, du wild. Habt ihr das gelesen? Nö. Nö. Ja, ne, ich lese mal den Chat. Das fand ich jetzt gerade wild. Ich dachte, Paul ist 40? Alter, das fand ich mal das wild. Was zur Hölle? Das bleibt gut hängen. Das passt. Na, wird wohl schönen Abend noch. Dann ist das auch eingeschaut. Nö, das fand ich wild. Bin dann sympathisch, so passt. Oh Mann, ey. Kommt rein, spricht über die Geburt Jesu Christus und dann geht man wieder. Ja, klar. Ist auch wichtig. Ist auch klar, Bruder. Ja. Das ist quasi Online-Variante von einer Tür klingen. Ist doch... Weißt du, Zeugen hier oben warst? Ja, nur... Na, nur im Allgemeinen. Und ich... Nur nicht so nervig. Genau. Nur nicht so nervig. Die kommen bei mir nicht mehr. Ich hab einmal Tür aufgemacht, danach kommt... Dem kommen sie nicht mehr. Ich glaub, die waren bei mir nicht einmal. Zumindest nicht, dass ich mich hier erinnern könnte. Bei meinen Eltern damals waren sie einmal. Ja, bei uns war die auch schon ein paar Mal. Man muss dafür... Man muss ja einfach nur anmeckern und dann kommen die nicht mehr wieder. Dann haben die keinen Bock. Ja, war ja mit Polizei irgendwo. Nee, das ist auch übertrieben. Die sind ja eigentlich gar nicht so aufträglich. Wenn du sagst, nö, dann hören die in der Regel auch. Kommt drauf an. Normalerweise. Das ist die Uhr hier, die hören nicht auf, wenn du neigst. Hallo, mich hat mal einer auf der Straße angesprochen. Ja, das ist jetzt auch raus. Haben sie kurz Zeit, um mich zu reden, ja. Ich wollte zu U-Bahn. Und er spricht mich an. Wir hatten sie ganz kurz Zeit, zu reden. Und ich so, ja, okay, um was geht's denn? Um den Herrn, Gott und Erlöser. Ach, du heilige Scheiße. Nein, keine Zeit mehr, tschüss. Ja, und dann dachte ich mir so, hm, alles klar. Ja, red darüber weiter, bla bla. Ach, ja, einfach mal. Hast du dich noch mit dem unterhalten, dann? Ich hab mich tatsächlich mit dem unterhalten. Why? Keine Ahnung, ich dachte mir, musste ich vielleicht einfach nur bezahlen. Ich hab keine Ahnung. Oh, gosh. Das war wirklich schrecklich. Ja, wir waren ja bei den Games. Also das Beste, ich würde sagen, verstecken. Verstecken war eigentlich. Verstecken war das Beste, ja. Mit das Beste. Bin ich bei Pall. Okay. Ich denke, das kam am besten an irgendwo. Ja. Es gab natürlich die technischen Dinge, aber die weiß man jetzt halt fürs nächste Mal. Ja, zuerst nicht loben. Ja, das stimmt. Aber das war ein Döbel. Ja, man hätte viel eher auf die Konsole hinweisen müssen. Bedeutet natürlich, aber der weiß doch nicht. Ja, das wär nicht. Ich glaube, dann hätten wir eine Map auf jeden Fall noch mehr geschafft. Ja. Ja, bestimmt. Vielleicht noch eine Michael Mayers Map da reingekommen. Die kommt dann ja erst das nächste Mal. Ja, aber das nützt dann natürlich nichts. Ja. Ja, aber waren sicher mal wirklich ganz nice. Also, ich meine, ich hatte immer das Gefühl, einige hatten keinen Bock auf Suchen. Aber sonst. Definitiv. Da hat es bei der Frust rausgehört. Muss man vielleicht gucken, dass man, wenn man nächstes Mal vielleicht mehr sucht oder so. Oder bei der gleichen Zeit, ob sie zwei Sucher, dass die wenigstens ein bisschen gemeinsam leiden oder so. Keine Ahnung. Ja. Das erste Mal war es ja nicht verkehrt. Also. Ja, das stimmt. Ich denke, das gleiche Problem hast du ja auch. Sorry. Nee, mach. Wollen wir nur sagen, Sven hat ja angefangen und hat aufgehört damit. Als Kinder. Oh, perfekt. Das war passend. Nächstes Mal mache ich es dann genauso. Der hat sich dann kalt geschlossen. Ja. Nächstes Mal, ich habe ja jetzt das Rad gemacht. Nächstes Mal, das schneide ich dann aus als VOD. Klebe das wieder dahinter. Denken, das ist neu eingestellt. Dann passt das schon. Sven wieder ins Zimmer. Boah. Ja, doch geil. Hallo, Hauden. Grüße von Hauden, Freunde. Grüße zurück. Grüße von Hauden. Grüße zurück. Hallo. Auf alles Fiat. Ja, ich hoffe auch. Na, das ist er doch. Ja, Sigi. Ja, nee, verstecken war super. Also Secret Dio, denke ich, wenn wir das das nächste Mal haben, dass das jeder kennt schon, dann wird das auch nochmal besser. Das war halt, also das war das chaotischste von allen. Ja. Ja, mit das chaotischste. Ja. Mein guter Tag hat sich auch Mühe gegeben am Tag danach, aber Secret Dio war schon gut dabei. Ja, aber das Schlimmste war, glaube ich, nicht. Das war natürlich das Schlimmste. Mein Party war doch super. Also vom Chaos her war das nicht das Schlimmste. Danke, Hauden. Danke. Nee, vom Chaos her nicht. Von der Stimmung vielleicht, aber ey, ich habe gelacht. Ich hatte Spaß. Ich habe auch gelacht. Ja, ich hatte auch bis zum Glück. Das Gute ist, dadurch hat Party einen guten Quillip gemacht. Der ist ins Beste aufgeschafft. War so? Ja, siehst du mal. Ach so, ich war nicht letzter. Also ich habe auch mal Spaß gehabt. Hauptsache nicht letzter. Hauptsache nicht im Knast. Ja, Hauptsache nicht letzter. Ja, Secret Dio, wie gesagt, wenn da dann das nächste Mal man vielleicht im Vorhinein die Regeln für alle verständlich macht, dass alle wissen, wie das Game funktioniert, dann ist es eigentlich auch super. Weil es ist ein schönes Spiel. Schönes Gremspiel. Ja, es wurde versucht. Ich meine, wir hatten jetzt drei Runden und alle drei Runden waren noch chaotisch. Ich glaube, die vierte Runde war dann wieder okay, wo wir dann zu fünf waren. Weil wir dann nach drei Runden auf Bescheid wussten, natürlich. Wir haben nur drei Runden geschafft. Das kam mir so viel mehr vor. Ja. Ja. Ich dachte, wir hatten so irgendwie acht oder sowas. Aber ja. Ey, du musst dich nicht einschauen, Boko. Bitte. Ja, du musst dich einschauen. Nee, woher nicht. Da ist ja noch Probezeit. Obwohl, da rüttelt jeder Probezeit hier. Oh, das sind keine Glocken. Das sind Kugel. Ja, ne? Ja. Ja. Ja, Willen ist zwar super. Also, ich mag ja Willen ist sehr gerne. Mag ich auch. Gestern war, ähm, echt mal, auch mit einer meiner Highlights, weil, äh, Custom mich ja sehr überzeugt hat, ne? Custom war, Bild. Custom war richtig geil. Weil da, wenn ich nicht mal Willen ist fast. Ich hab' ganz viel miteinander geredet. Ja. 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 So, kann man es auch ausdrücken? Also, Sven, ey. Sieben es selber, oder was? Ja, du, ich hab' gerade so ein bisschen rumgeschaukelt und es steht ja. So funktioniert das, ja. Bei Sven steht also, warte. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, Mirko, glaub ich dir, glaub ich dir. Vielleicht, wenn es nicht stehen würde, ne? True, 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 true. Äh, Sven gehört nicht zu den Zwergen, ich glaub eher zu den Heinzelmännchen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, wenn wir Willen ist, das nächste Mal machen, das würde ich, also, das werde ich, denke ich mal, nächstes Jahr auch wieder ein bisschen reinplanen. Also auch mal hier, einfach nochmal, auch normal. Gut. Freue ich mich schon, wenn David dann anfängt und wir ihm direkt Custom rein tun. Ja. Eindeutig. Ja, einmal geschüttelt und schon steht er, genau. Ja, ja, ja. Äh, ja. Äh, ja, ja. Äh, ja, ja. Äh, ja, ja, ja. Aber habt ihr denn bei Custom sehr viel mehr Auswahl an Charakteren, oder? Ja, sehr viele. Du hast ja wirklich so, äh, auch Reiter, so, Games, äh, weiß ich gar nicht, Jokes, dann war da noch Serien? Was war das, oder so? Ne, dann waren noch weitere Disney-Heinies. Genau. Äh, ja. Also, eine weitere Reihe quasi. Ja. Gab es nicht nur die drei und dann noch ein Random? Ich meine, ich glaube noch was Viertes, ne? Ich weiß es nicht. Gab ein paar einige, ja. Außer, wie gesagt, auter anderem hier, ähm, Build Cypher. Sehr geil. Ja, Miss Finster. Oh, Miss Finster. Das selber übrigens. Hatte sie genau? Ne, ich habe Kira genommen, aus Jojo. Oh, das ist Jojo. Ja, Jojo. Ich fand den auch, das war tatsächlich auch der, den ich bisher am coolsten fand, von denen, die ich gespielt habe. Ja. Mein Haar, das zackte ja auch hart rein, aber Horn King fand ich zum Beispiel auch nice, mit dem ich gespielt habe, nachdem ich ihn auch so ein bisschen verstanden habe. Der ist auch ein bisschen das, ja. Ne, aber so, äh, den fand ich bisher echt am coolsten. Auch wenn ich dann, vor den 30 Runden, die wir gespielt haben, ich euch, euch dreimal dazugeguckt habe. Einfach die Grenze an deinem Lesen. Aber diese Texte auch unter deinen Karten, ne? Ja. Das ist, ja, vor allem musst du ja verstehen, wie die einzelnen Karten miteinander funktionieren und das Problem ist, die einzelnen Karten haben ja dann auch wieder so lange Namen. Dann musst du die erstmal wieder raussuchen, okay, was ist denn das jetzt für eine Karte? Und was macht denn die Karte? Aha, die macht wieder zwei Seiten Text, okay. Und die hat dann wieder die Synergie mit einer anderen Karte. Alter, Alter. Alter, der war meins sehr, sehr simpel. Ja, das stimmt. Und das, und dann ist man auch auf den ersten Blick erstmal kompliziert. Ja. Es war auf jeden Fall komplexer als, äh, Prinz John. Ja gut, das ist wirklich keine Kunst. Also Prinz John ist ja wirklich der leichter als ein bisschen von allen. Ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass wirklich jeder Einzelne von uns war komplexer als so die Standarddinger. Außer vielleicht Pete. Wobei Pete ist ja auch ein Addon, ne? Ja, genau. Ich glaube das vierte. Ich war nicht dabei, hab's bisher nicht gespielt. Kann ich mitreden. Na, mach ja nichts. Wir sind ja gleich fertig. Beim nächsten Mal. Also zum Beispiel fand ich es auch schwierig, ähm, dann zu erkennen, wie weit jemand ist. Bei dir hab ich's sofort erkannt. Bei mir war ja auch klar. Bei mir, guck, keine Ahnung, ich hätte, ich hätte gesagt, ich bin auch am Anfang, hätte ich ihm geglaubt. Ja. Der hat einfach 30k an der Liegen und ich wusste nicht, was ist jetzt? Ja, wo sind das? By the way. So schlimm. Wenn nicht dabei, okay erscheinend. Na gut. Dann ist das so. Hat man noch gespielt. Garthic Phone ist natürlich immer lustig, aber das ist halt, äh, kann man halt nicht so viel spielen. Na, also Garthic Phone ist halt so, hast du die Modis einmal durch so, dann brauchst du einen Puffer dazwischen. Dann brauchst du halt mal eine Weile dazwischen. Sonst macht das keinen Sinn. Ich bin auch so am Stück, also zwei Stunden war schon gut eingeplant. Gerade mit der Menge an Leuten, die dann da war, letzten Endes. Dann Codenames noch danach und so, nochmal was anderes zu haben an dem Tag. Codenames mag ich auch sehr gerne. Ist ein schönes Spiel. Was auch, ist auch halt sehr simpel und macht trotzdem halt Spaß, weil, an sich ist das halt auch wieder ein Game, was sehr darauf aufbaut, wie die Leute ticken. Ja. Und wir ruinieren uns sehr schnell. Wir sind ja immer ganz wild. Nur schwarze Wörter bekommen, letztes Mal. Der hat es immer entschieden. Ja. Was oder was? Phone hätte nächstes Mal gerne Trivia-Tricks, das ist auch ein schönes Spiel. Trivia-Tricks? Trivia-Tricks. Das war auch dieses Quiz-Spiel, oder? Ja, genau. Genau. Das haben wir eingeführt, dann haben wir es mit Shining gespielt und Shining hat es dann bei Pall eingeführt. Ja. Das war wild. Wild. Vor allem, man kann ja mit Twitch halt auch spielen. Ah. Mittlerweile. Kann man auf jeden Fall einrichten. Das ist cool. Ich erinnere eben meinen Plan, vom Februar bin ich natürlich schon immer wieder ein bisschen am Plan. Ist ja klar, ist ja schon fast. Ist ja quasi morgen. Heute ist mir auch wieder eingefallen, dann muss ich erst mal fünf Sachen hin und her schieben. Schwierig. Aber, naja. Wild. Was haben wir denn sonst noch? Sieg und Dio hatten wir schon. Ich glaube, sonst haben wir die ganzen Games durch. Pummelfadi war natürlich auch an sich ziemlich witzig. Also dann für drei von vier von uns zumindest. Die Katars. Ich muss auch sagen, zum Beispiel der Hase, ich finde den Hasen an sich null OP, aber wenn du ihn verbindest mit so einem Labyrinth, das war schon krass. Ja. Ja? Das Ding ist, glaube ich, Rind auf der Weihnachts-Map ist halt generell so ein Todesding. Darauf gebe ich auch keine Schuld. Das heißt, du kommst halt nicht schnell durch, dann knuddelt sich das da immer auf einem Haufen alles. Wenn du da noch einen Hasen da rein schickst und der läuft dann da im Kreis, ganz übel. Ganz, ganz übel. Und den haben wir ja noch nie woanders gespawnt. In unseren beiden Runden, in der ersten Hälfte und in der zweiten ganzen, war beides mal immer der Hase. Auch weil jeder andere Map ist da eigentlich Latte. Läuft da rum, macht ein bisschen, killt mal ein. Außer du hast echt mal super viel Glück. Ja. Die Leute sind die ganze Zeit genau auf der Linie über der Rumble. Das hatte ich schon. Halt auch die Einstellung mit, du kannst halt eine Null würfeln oder so. Sowas trägt halt auch zum Beispiel bei, dass der Hase ein bisschen krasser sein kann. Natürlich, wenn du deine Zehn würfeln, ist der Hase erstmal wieder weg. Ich dachte immer, das wäre Standard. Nein. Nein, siehst du, meine Einstellungen sind halt so wild, du denkst dich schon so an die gewöhnt. Deswegen bin ich gerne so ein Host, weißt du, ich weiß wie die Leute das mögen. Danke, danke. Bitte, Brüder. Der Hase hat auch gut entschieden beim letzten Mal. Sonst hätte Pal gewonnen. Ne, scheinlich. Ja, sonst hätte Pal gewonnen. Achso, ja, true, ja, true, 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 true. Ja, sonst habe ich mich einfach überhört. Ich habe nur gehört, Pal gewonnen. Ja, klar, Pal hat gewonnen, natürlich. Ja, klar. Wie bei, wie im Goose-Gestuck-Finale, das war super. Weil er gewinnt, er gewinnt dann doch. Sie haben gewonnen, aber sie haben verloren. Ja. Wie fandet ihr denn bei Goose-Gestuck so die Einstellung? Also, war natürlich mal was anderes, dass sie sich nicht gegenseitig sehen konnten. Jede Runde ist, glaube ich, wie immer ein Impostor von anderem Impostor rausgenommen wurden. Direkt zum Start. Ich war zweimal Impostor, habe immer den Impostor als erstes rausgenommen. Einmal unabsichtlich und einmal absichtlich, aber auch aus Panik. War ein bisschen chaotisch. An sich fand ich es auch noch irgendwie witzig. Witzig dauerhaft zu spielen, das war, glaube ich, zu anstrengend. Aber ansonsten? Also, ich glaube, bei Demingern-Leuten ist super. Ja. Aber war halt mega chaotisch. Deswegen war es auch die RK-Aus-Einstimmung. Das war ja auch der Zweck. Und wir haben auch wieder die anderen Maps gesehen. Also, hat da viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, die ist durcheinander reden. Das war ein bisschen problematisch. Weil dann, wenn dann die acht Leute durcheinander reden, das ist dann, boah. Und einer, das lauft als der andere, dann willst du mit einem reden, dann verstehst du den nicht. Und dann kannst du ja irgendwie jemand anders rumschreien. Und dann, boah, nee. Also, Koch, wer ist mal ein paar programmiert? Ich bin inzwischen in den Runden immer auf Full Mute gegangen. Weil das war, ich habe dann kurz, wenn da irgendwas Wichtiges war, kurz gequatscht und dann Full Mute. Und dann, ja. Weil das war für mich dann zu viel auch. Ja, für mich waren die Einstellungen sehr negativ. Ja, ich war wirklich sehr leidtragend an dem Abend. Aber hey, ich habe es hingenommen irgendwann. Ja, das ist halt, leider wurde da nicht so wirklich auf Welpenschutz geachtet. Da waren auch viele neue bei und die kannten das natürlich noch nicht mit den Regeln. Ich meine, ich konnte es auch schlecht einfüllen, man hat mich nicht gehört. Von acht Runden war ich zwei existent und davon habe ich eine gewonnen. Ja, reicht doch. Eine YouTube-Runde. Ja, eben. Ja, eine YouTube-Runde, genau. Wenn ich YouTube machen würde. Ja. Das ist auf jeden Fall, da muss man dann das nächste Mal ein bisschen drauf achten, ja. Ja. Aber nein. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drüber reden will, was wir im Februar dann machen. Es sind manchmal andere, die dran glauben. Aber aktuell, ich glaube, jetzt habe ich es auch final. Aber ich weiß nicht, ob ich drüber reden will. Muss man sich drüber überraschen lassen. Und da haben wir alle Games durch, ja? Von der Weihnachtswoche. Ja, war super schön. Heute natürlich unser Talk, ne? Natürlich. Zum Abschluss. Aber... Der war auch wild. War auch cool. Tschüss. Hau drei. Ja, bis zum nächsten Jahr. Ja. 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 Das war ja, das ist ja theoretisch unser letztes Film zu sein. Wir sind ja, was man ja rauskriegt. Das stimmt. Bro. Ihr macht ja dann Pause. Ja. Ich mach da nur eine Woche Pause wahrscheinlich. Also nächste Woche wird wahrscheinlich kein Stream kommen. Ich weiß es noch nicht. Dann könntest du mich die Woche nochmal... Ich habe euch ja... Ich habe euch ja viele Wochen hintereinander was reingedrückt, wie ja immer am Wochenende. Ob man da Interesse hat. Dann habt ihr jetzt mal ein paar Wochen Pause. Hör mal. Hör mal. Aber nach Weihnachten starte ich wieder direkt los. Ja, wir haben Stand jetzt den 21. Da wird direkt angefangen mit Deceit. Januar. Ja. Ah, okay. Deceit. Oh, wild. Ja. Konnte ich leider nie wirklich vernünftig spielen, weil ich nie Leute dafür hatte. Wir haben es mal auf einer Landparty versucht. Nur da hatte einer einen Laptop, der war zu schlecht dafür. Ja, aber das fällig. Ja, das fällig. Weil es halt... Ich habe den Laptop angefangen. Ja, aber das ist halt im Jahr 20. Wann war das? 2020 war das, glaube ich. Nee, das war 2019. Da hat er sich halt den Laptop von einem Kollegen geliehen, weil der kein PC mitgebracht hatte. Weil der ist halt zu seinen Eltern zurückgefahren, weil da hat die Lampart stattgefunden und so was. Sein richtiger PC stand halt noch in Bayern dann rum. Da hat er sich einen Laptop geliehen von einem und dann war zu schlecht für Deceit. Ja, okay. Laptops sind mal spätig. Naja, halbwegs vernünftiger Laptop. Wenn du jetzt einen Laptop dir für 500 Euro holst, also Entschuldigung, kriegst du ja wohl Deceit gespielt. Ja gut, Deceit sollte dann laufen, das stimmt. Da wirst du denk ich sogar New World fast mitspielen können. Nicht unbedingt auf 50 FPS, sondern eher so auf 20, 30, aber... Das sollte er hinkriegen eigentlich. Sven, im Chat wird nur gefragt, was du da auf dem Stuhl hast. Achso, ja, das ist eigentlich eine Mütze. Die auf dem Stuhl. Warte. Warum hast du sowas? Habe ich mal bekommen. Okay. So, Frage mal. Dann haben wir da wenigstens die Special Week durch. Im Allgemeinen würdest du sagen, war gut? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. War ja auch so ein Testing. Nächstes Mal dann ja richtig, hau rein, Dave, hat Spaß gemacht. Bis dahin. Ich hab' ja kein Bock. Na, dann hat er Rage-Quid. Toll, jetzt hab' ich Janik gesplittet, falls ich die 10 zusammengeschnitten hab. So ne Kacke. Paul, du bist auch gesplittet, by the way. Man sieht dich gerade gar nicht. Was? Ja. Man sieht den linken und den rechten Hintergrund. Ah, wird. Schon wieder auf. Ich muss in eine Richtung, ne? Ich muss sie an. Und bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch? Die Verzögerung macht mich fertig. Ja, ich bin falsch. Du musst doch hier hin. Das war schon richtig. Das war schon richtig. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Ne, wir werden über Games noch reden, Shining, und über Weihnachten. Und nächstes Jahr werden wir, glaube ich, noch nie so viel drüber reden. Paul spielt allein das Blödschen. Das kann er. Ja, ne? Bitte nicht. Ja, mit mir selber spielen kann ich. Das habe ich drauf. Aber ich fand es an sich einen sehr guten Test. Ich finde es immer ganz geil, wenn man so ein Event plant, dann weiß man direkt, wie man es beim nächsten Mal zum Beispiel besser machen muss. Also da habe ich mir zum Beispiel auch so Notizen gemacht. Weil zum Beispiel beim Valoranturnier, da haben wir auch zweimal was organisiert damals. Da muss ich auch so nach dem ersten, während des ersten Zeit schon, okay, das muss ich beim nächsten Mal anders machen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch wieder ähnlich gewesen. Zum Beispiel auch ganz so. Ja, da haben wir auch schon in der Form gesammelt. Noch doch auch so, ja, ich bringe noch drei mit, ich bringe noch vier mit. Das ist auch irgendwie ganz geil. Ja, definitiv. Das ist alles zu wenig, ne? Ja, bei CS dachte ich zum Beispiel auch nur, wir wären vier oder so. Habe mich auch überrascht, weil tatsächlich so viele waren. Ja. War krass. Ja, das war schon cool. Die meisten haben sich noch heimlich immer noch reingemogelt in den letzten Tagen, das war nice. Kann gerne so weitergehen. Beim nächsten Mal. Ja. Dann würde ich noch über das Gaming-Jahr reden. Oh, okay. Okay, hau raus. So, erstmal so im Allgemeinen, bevor ich hier jetzt irgendwelche Games nenne oder durchgehe. Würdet ihr sagen, warst du zufrieden mit dem Jahr, was so Gaming angeht? Oder würde ich sagen, es gab schon bessere? Ist von mir ein kleines Nein. Aber das waren die letzten Jahre durchgehend. Boah. Was eher enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber jedes Jahr momentan. Also, zur Zeit ist schlimm, was Gaming-Industrie angeht, in meinen Augen. Also, ich sehe es mal so, es gibt immer ein paar Spiele, die sind gut. Aber es gibt halt auch viele Spiele, die ziemlich enttäuschen. Die halt ziemlich erst gehypt werden und dann sagst du dir so, es gibt gerade noch einen Fehlkauf oder so. Was sind die? Fehlkäufe habe ich dieses Jahr nicht getätigt, nur letztes Jahr. So für mich. Letztes Jahr? Weiß ich. Würdest du sagen, du hast dieses Jahr einen Fehlkauf gemacht? Nee, dieses Jahr habe ich fast gar nichts gekauft, tatsächlich. Also, weil ich zu viel Angst hatte. Weil letztes Jahr waren nämlich auch ein paar Fehlkäufe dabei. Also, dieses Jahr war ich ziemlich zögernd immer. Ja. Also. Ja, so bei mir war es tatsächlich so, letztes Jahr war ich halt von Valhalla war nicht so meins. Und Cyberpunk war ja auch letztes Jahr. Ja, Cyberpunk hat mich auch ziemlich enttäuscht. Also, war halt einfach nur nicht meins. Also, bei mir war es dann nicht so viel mit dem High. Ja, weil Witcher war ich zum Beispiel auch nicht so der größte Fan. Ja. Aber für uns zum Beispiel trotzdem, das Setting so an sich mag ich das, aber trotzdem hat es mich nicht viel lang genug gehobt. Weil ich davon also ein bisschen enttäuscht. Bei Cyberpunk ist bei mir das Problem gewesen, wenn man das als Singleplayer-Storygame betrachtet, ist das ein sehr cooles Spiel. Wenn man das als das betrachtet, was es sein sollte, dann ist es ein ziemlich schlechtes Spiel. Ja. Ja. Da kriege ich nicht recht. Ja, das stimmt. Und hallo Somo, einfach alles cracken? Nee, nee, das machen wir ja nicht. Also, bei Cyberpunk fand ich teilweise, also, es gab da Leute, die hatten so richtig viele Bugs. Hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte wohl in der letzten Mission, die war bei mir total verbuggt. Musste das Spiel dreimal neu starten, bis ich den Bug dann noch raus hatte. Bugs hatte ich nicht, gar keine. Also, ich hatte tatsächlich davon befreit überhaupt nicht. Ich hatte einen großen. Zwei. Zwei großen. Zwei? Aber das Schlimmste war wirklich das Motorradfahren. Das war ich so ätzend zum Spiel. Nein, ich steuere immer auf dich nicht, aber Bugs hatte ich gar nicht. Ja, aber Motorradfahren war angenehmer als Autofahren, tatsächlich. Nein, nein, nein. Ich kann mir den Motorrad nicht viel gucken. Wenn ich mal Autofahren ging noch, war auch nicht die schönste Steuerung, die ich hatte in dem Game, so was Autos angeht. Aber so Motorradfahren war einfach so, ich drücke nach links, da war mal alles, ist einfach so, Hartgas weg ist dann. Ja, so, ja. Das war einfach Pong mit Wänden im Motorrad. Generell, Fahrzeuge waren in Cyberpunk schrecklich. Ja. Da war tatsächlich Motorrad besser, aber gut, ist gefühlsamer, ne? Im Chat wird sicher noch unterhalten über GTA 6. Das ist ähnlich wie Mario Kart 9. Der Vorgänger läuft halt noch zu gut. Das Gleiche. Ja. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ich glaube, die machen ja eh erst mal Bully 2 oder so. Das ist noch nicht offiziell bestätigt. Aber Bully ist mega. Ja, Bully von 2005 oder so. Ich muss auch mal zweiter Teil her. Ich muss kurz weiter des Tages raushauen. Ja. Und zwar, merkt euch Kinder, lieber ins Klo gefurzt als in die Hose geschissen. Das stimmt natürlich. War es dann schon? Raun kommt mit Half-Life 3 an. Niemals. Naja, gut, ich meine, war dieses Jahr die VIA-Variante? Ne, letztes, oder? War es auch letztes? 20-20? Letztes, ja. Letztes. Ich komme da gar nicht mehr so hinterher, was jetzt dieses Jahr war und was letztes. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich will rennen. Ja. Dann Corona ja auch. Da fließt halt zueinander überall alles momentan. Ja. In den Tagen. Valheim war aber dieses Jahr anschein. Zweiter, Zweiter. Valheim war dieses Jahr? Zweiter, Zweiter. Bei The Access. Warte mal. Also, fangen wir doch mal an. Was für... Valheim war... Ich weiß ja nicht, was ihr so gezockt habt. Habt ihr Far Cry 6 gezockt? Ne. Ne. Ich hab gar keinen Bock drauf gehabt. Ich hab schon Bock drauf, aber... Ich kaufe Far Cry nicht zum Vollpreis. Das spiele ich dann ein, zwei Jahre später und dann ist gut. Also, ich hatte Far Cry 5 gespielt und... Ne. Far Cry 5 habe ich auch gezockt. Ich hab nur 3 gespielt und danach dachte ich mir, okay, na was... Naja. Ich hab 3, 4 und 5 gespielt, davon war 5 das schlechteste. Ich hab, äh, tatsächlich 1 bis 5 gespielt. Oh, ja. 1 damals noch als kleiner Stöpsel, da kann ich mich ja kaum dran erinnert, war bei meinem Nachbarn auf dem PC. Teil 2 hab ich selber gehabt auf dem PC, voll geil. Aber Far Cry 2 war wirklich ein super geiles Spiel. Welcher war das schlechteste deiner Meinung nach? Ähm... Boah. Würde ich fast sagen Far Cry 4. Echt? Den fand ich auch nicht schlecht. War Cry 4 fand ich auch nicht schlecht, aber den... 5 gefiel mir besser, weil das hab ich mit einem Kollegen zusammengespielt, das war ziemlich cool. Das haben wir zusammen durchgespielt und dann war das eigentlich sehr geil. Na gut. Ich finde, so eine Koop-Erfahrung ist halt immer noch ein bisschen was anders, das macht das im Zweifelsfall auch besser, ne? Ne, zum Beispiel. Da gibt's so Games, wo ich sagen würde, spiele ich lieber alleine, aber es gibt Games, die ich sagen würde, im Korb, sonst halte ich, sonst will ich das Ende nicht sehen. Sonst bleibt die Motivation nicht oder so. Mal blöd gefragt, Rather than Even, Up? Äh, was ich gesehen hab, war sehr geil, aber... Ah, Village. Ja, genau. Ich weiß auch, wie die Easter Eggs so cool, zum Beispiel, ähm, dass man in dieser ersten Villa da so einen DVD-Easter Egg hat, dass man da Mac hört. Okay. Wie quasi dieses Geräusch, wenn Mac an Haken kommt, aus DVD, das war ja der Villa da, zum Beispiel so ein kleines Easter Egg, das guckt man einmal an. Sowas find ich so, war schon ganz cool. Das Geräusch war auch nice, ähm, aber für mich ist das eher so ein Game, wo ich so schaue und weniger spiele. Mhm. Für mich genauso. Ich hab's auch geguckt, aber hab nicht selbst gespielt. Mhm. Hat mein Bruder auch gesagt, mein Bruder meinte auch, zum Zugucken voll geil, zum selber spielen, ne. Ich hab's gezockt. Äh, ja, 50 Euro oder was, oder 60 Euro für 8 Stunden Spielzeit? Naja. Naja. Und das Spiel war nicht sonderlich gut. In meinen Augen. Also. Ja, das war auch nicht wirklich so, die Story war nicht gut überdacht. Ähm. Ich fand's halt relativ langweilig. Es gab halt eine wirklich unheimliche Stelle, oder gruselige Stelle, wirklich Horrorstelle, und zwar mit dem Baby. In dem Haus. Das war geil. Aber weißt du was cool war? Ja. Die geilste Referenz auf Resident Evil 4. What are you bawing? Ich hab irgendwie viel nicht gezockt. Hab's dir nicht gezockt? Der Händler ist legendär. Ich hab, ich war nie ein riesig. Ich hab's ihm gezockt. Das ist legendär. Würdest du damit nicht vergessen? Das war doch eine Woche davor. War nicht in der Weihnachtswoche? Ja. Was meinst du hier, ähm, 21? Und hauen fast, ob ihr Back4Blood gezockt habt. Die, ja, die Close Beta hab ich mit Sven gespielt. Genau. Ja gut. Okay. Also, ja, ich fand's okay. Also das, was ich gespielt hab, war ja noch, also das war, es gab ja zwei Go-Beta-Phasen, meine ich. Genau. Bei der ersten, die ersten, die erste haben gespielt, die zweite war ich nicht dabei. Genau. Und die zweite hab ich auch eigentlich gemacht. Ja, ich hab nur die erste gespielt, das war ja noch die schlechte Variante. Das war ja auch, beim zweiten haben die ja noch viel verbessert. Deswegen, als ich das so gespielt hab, fand's mich nicht so überzeugt, dass ich gesagt hab, okay, das ist jetzt auch für mich ein Vollpreis-Game. Mhm. Für mich war das auch so ein bisschen so, keine Ahnung, so Apple-mäßig, so, da ist so ein bisschen extra die Marke noch vertreten im Preis. Ja. Also, da war's zum Beispiel dann Left 4 Dead-Macher. Ja. So was. Für mich war der Punkt einfach, keine PvP-Kampagne. Sog ich nicht. Na, ich, ja, das stimmt so. Da, viele fanden das halt, also Zusammenfassung von den meisten, was ich so mitbekommen hab, war halt so, okay, so das Segel-Player-Ding, so an sich ist geil, so dieses ganz normale Co-Op-Ding, das ist halt super, umgesetzt und was ich gemacht, das haben sie noch gut verbessert. Äh, aber der Multiplayer ist einfach Letztrotze. Weil, ich mein, das ist ja einfach nur, du spielst auf der Insel zum Beispiel, oder so. Und dann wird die Map einfach, bei Royale wird sie immer kleiner. Toll. Ja, aber der ist schon klein, also du gehst ja nicht mal das normale Ding durch, oder so. Ich glaub, die haben sogar angekündigt, dass sie das vielleicht noch nachrechnen, oder so, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall erst nächstes Jahr, was halt deutlich zu spät ist. Wenn da geile DLCs kommen, dann werd ich's mir irgendwann mal holen, wahrscheinlich. Dann wird's wahrscheinlich so ein Angebot geben, hier, Deluxe-Back oder was, dann für ein 40, dann hast du da, keine Ahnung, zwei DLCs noch mit drin, und vielleicht ist es dann wirklich ein cooles Spiel mal, so für eine Woche. Ja, das stimmt. Kommen wir mal zu einem Spiel, was der liebe Pal dieses Jahr seit Release gezockt hat, New World. Oh, New World. Hassliebe. Ne, aber fang erstmal ruhig an. New World? Ja, wenn ihr was dazu wählt, wenn ihr was dazu wählt. Ich bin der Einzige, der das gespielt hat. Ja, könnt ihr beide ruhig wählen. Na komm. Dann bleiben wir. Also, ich fand's cool. Es war schon ein Jahr eine Habsliebe, wie du eben sagst. Manchmal hab ich's garst, manchmal hab ich's sehr geliebt. Der Anfang streckt sich ein bisschen, aber ist okay, wenn man mit anderen zusammenspielt. ist das Schleppen am Anfang tatsächlich relativ normal für ein MMO. Aber dann wird's ganz gut, ja. Ich hab da jetzt Endcontent nicht viel gesehen, aber ja, so mit Content ist auch noch voll okay. Zum Endcontent kannst du, glaube ich, mehr sagen, Karl. Ja, gut, ich hab ja sieben Tage nach Release, fünf Tage Spielzeit. Der wird 60 erreicht. Hab ich auf jeden Fall gut reingesuchtet und dann halt seit dem Endcontent gegrindet. Leider relativ ineffektiv, da ich auch die ganze Zeit auf einen Serverwechsel gewartet hab und so weiter. Und dadurch nicht dann auf meinem Server so viel reinsuchten wollte und keine Kompanie hatte. Und nächstes Fall halt ein bisschen abfuckt. Da haben sie halt sehr viel Unsinn gemacht mit den Servern am Anfang. Das war einfach sehr traurig. Die hätten halt viel mehr zur Verfügung haben müssen beim Launch. Wahnsinnig, war blöd. Dadurch haben sich viele Leute halt aufgesplittet. War für mich dann suboptimal. Aber so vom Gameplay her ist das Spiel sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Problem ist halt, es gibt extrem viele Bugs. Der Trading-Post zwischendurch war immer wieder mal down. Teilweise für mehrere Tage. Und das Spiel ist halt komplett Player-Driven-Economy. Das heißt, es gibt keine NPC-Händler. Ich kann nicht hingehen und meine ganzen Schwerter bei irgendeinem Dully verkaufen. Sondern ich kann die Events zerlegen oder an Spieler verkaufen. Wenn das nicht möglich ist, äh, ja. Dann geht halt schon mein Geld in den Arsch. Dann hab ich schon keine Kohle mehr. Ganz schnell. Das ist halt doof. Und ansonsten, grad Endgame-Content ist halt zum Großteil Craften, ne? Wenn man keine Lust auf Craften hat, dann ist halt das falsche Spiel. Ja. Das ist richtig. Aber Server-Merches kommen, Freunde. Ja. Unsere Server wird bald gemercht. Nächste Woche, glaub ich. Am 21. meine ich sogar. Da wird's nochmal wild. Ja. Da wird nochmal richtig wild. Wolltest du sagen, das Game ist für dich dieses Jahr so... Das ist dein Top-Game? Ja. Einfach, weil das für mich wieder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar brauch ich halt ein Game, wo ich wirklich Stunde um Stunde reinballern kann. Und ich hab immer was zu tun. Und das hab ich einfach bei dem Spiel. Hm. Ja. Gut. Äh, ich hab hier eine ganz lange Liste anspielt. Ja. Ich hab jetzt auch eine. Hat einer von euch It Takes Two gespielt? Ja. Ich wollt grad sagen, Yannick. Das hast du doch mit Heulen gespielt. Ja, mit Heulen, ja. Ja, hau mal raus. Ich hab's nämlich nicht gespielt. Wahnsinn. Ja, diese Woche wollte ich auch nicht mitmachen. Ja. Recht komisch. Ja, deswegen wollte ich ihn eigentlich gar nicht erwähnen, aber okay. Das war gelöscht. Ja, It Takes Two ist, ähm, boah, würde ich schon fast sagen mein Game des Jahres. Weil, ähm, hat natürlich jetzt keine MMO-Größe oder so, was man in Spielzeit investieren kann, aber es ist halt ein, äh, natürlich ein Koop-Game. Ein Koop-Story betriebenes Spiel, ähm, was halt auch sehr schön umgesetzt, äh, wurde. Halt allein die ganzen Mini-Games, die man da machen konnte, war auch nochmal so netter Zeitvertreib, wenn man dem war. Die hat man alle mitgenommen, wenn man sie gefunden hat. Glaub ich, alle, ich mein, die meisten waren ja auch eigentlich offensichtlich. Was zum Beispiel sehr cool gemacht. Ähm, ich fand auch die, was das Spiel halt so geil gemacht hat, ähm, von Anfang bis Ende war es durchgehend, ähm, einfach darin cool, dass es einfach jedes, jedes Level einfach komplett anders war. Du hattest immer neue Fähigkeiten, du hattest, auf einmal, äh, war, kurz das Genre gewechselt und zwischendurch, und also das war sehr gut umgesetzt. Es war halt sehr viel, äh, Kreativität mit drin, man hat gemerkt, das, ähm, ist nicht so gerusht gewesen, also die Entwickler kennt man ja auch dafür mit, äh, Way Out und, ähm, Brothers, äh, dass die Games halt können, das war jetzt ihr drittes Spiel. Bisher hatten sie bis, ich glaub, nur 90er Games von der Bewertung her. Ja. Obwohl Way Out ich nicht ganz sicher bin, das hat vielleicht nur einen 80er-Bereich. Das ist halt auch ein sehr hoher Bereich auch hier. Ja. Aber das war halt zum Beispiel auch sehr cool gemacht. Ich fand, wie man, äh, da immer wieder so geflasht ist, wenn man so denkt, okay, jetzt hat man das gemacht, so, und jetzt ist eigentlich die Kreativität, äh, was soll jetzt eigentlich noch kommen? Warum? Auf einmal macht man da, macht man hier einen Bosskampf-Beat-em-up? Wenn der andere gerade noch was anderes machen muss. Und das ist, das ist zum Beispiel einfach sehr cool gewesen. Also, halt wirklich gut umgesetzt. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich mein, ich habe ja Brothers of the, äh, Tale of the Sons, also das erste Spiel von ihnen damals auch gespielt. Und ich, ähm, hab dementsprechend auch ein Let's Play to, äh, Way Out geguckt. Weil ich, äh, damals eben dementsprechend nicht sicher war, ob ich es kaufen will, weil ich nicht wusste, mit wem ich es zusammenspielen soll zu dem Zeitpunkt. Ähm, gebe ich dir recht, also allgemein, äh, fand ich, ähm, das Game auch sehr cool vom Zuschauen her. Ich denke, als Spiel selber ist es auch ganz geil. Ähm, ja, und ich werde es mir eventuell noch holen, weiß ich noch nicht, dieses Jahr nicht mehr. Mal gucken. Es stehen andere Spiele auf der Liste. Ähm, aber da ich gerade das Wort habe, wir haben ein anderes Spiel noch gespielt, das kam sehr viel zu uns. Ja, weiß nicht, Palla hat noch nichts dazu gesagt. Achso, ich weiß nicht, Palla hast du Lust gespielt? Ja, ich habe, äh, alle drei von den Entwicklern habe ich gespielt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Attacks 2, das Beste, muss man sagen. Ja. Also, alles, was Janik gerade gesagt hat, kann ich es unterschreiben, das Spiel ist absolut der Hammer. Und vor allem, man kann es nochmal durchspielen theoretisch, wenn man einfach die Rollen wechselt. Mhm. Und dann hat man wieder ein neues Gameplay, supergeil. Ähm, Brothers A Tale of Two Sons, der zweitbeste Teil von denen, in meinen Augen, weil das einfach, ich will das Ende nicht spoilern, aber das Ende flasht einen halt irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Aufgrund des Gameplays einfach, weil sich das dann halt ändert. Und, ja, A Way Out auch, sehr starkes Game. Ja. Das ist richtig. Ähm. Ja, wir haben doch Hood Outlaw auf dem Outlaw Splash gespielt. Oh Gott. Eine Woche lang oder so. Ja. Und das war super. Ja, gut. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch den Hype, den David da reingebracht hat. Also, auf einmal, auf einmal kommt die WhatsApp, äh, 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 WhatsApp Nachricht, so, das nächste Handshow dann für uns, Leute. Holen. Ja. Ja. Da, also dich hat's am meisten mitgenommen. Ich glaub, da du krieg... Ich hab's am meisten mitgenommen, mich hat's am meisten enttäuscht. Ja? Natürlich am meisten rum, es kann natürlich am meisten fallen, ne? So ist das. Also, der Trailer, der erste Trailer sah schon geil aus. Die ersten Gameplay-Scenen sahen geil aus. Das Game selber... Es ist... War doch super. Es ist... Ich weiß nicht, also, die KI ist dümmer als... Keine Ahnung. Also, die weiß schon, was sie zu tun hat, aber irgendwie... Nee. Und die Spieler waren auch nach einer Zeit eher so, ja gut, wir haben jetzt ne Meta gefunden. Ziehen wir jetzt durch. Also... Ist normal. Marion, absolut broken. Ja. An dieser Stelle nochmal Danke an Steve, dass du mir das Spiel geschenkt hast, weil... Ich bin froh, dass ich da kein Geld reingebottet hab. Danke, danke damit, dass du uns das Spiel geschenkt hast. Ja, das war unser nächstes Spiel, was wir so hundert Stunden spielen wären. Hier Sven, hier Yannick, wir spielen jetzt. Ja. Wie viel Spielzeit habt ihr? Wen... Oh Gott. Boah, ich muss jetzt nachgucken. Warte. Weniger ist schon schon, glaube ich. Okay. Ich glaub, hab ich... Ich glaub, die 10 hab ich nicht vorgelegt. 3,7. 16,5. 3,7. Boah, Mann. Ich guck mal schnell. Ich meine, es ist für den Anfang jetzt zum Beispiel ganz cool gewesen, dass man so... Man wusste ja noch nicht, was Meta ist und so. Ja. Ich glaub, was das größte Problem an dem Game war, war zum Beispiel, ich glaub, der Ursprungsgedanke von denen war ja, ist, dass das lockt ist auch. Also zum Beispiel, einen Robin muss man nehmen, man muss eine Marianne nehmen. Ja. Und nicht, man kann viermal Marianne nehmen oder was... Man hat viermal John gesehen am Anfang, als man dachte, John ist hier, ist der Krasse von denen. Aber dann sollte man das halt... Als der Nahkampf da durchkam, man dachte, im Nahkampf-Meter, auf einmal ist Marianne natürlich Level 10 geworden und dann wusste jeder, okay, Marianne ist es. Ja. Ich hab 28,5 Stunden. Aber... Ich hab's bei 3. Und ich hab, glaub ich, 90, 95% davon auf John. Ja. John ist halt wirklich Meta. Also John ist... Aber nur am Anfang. Nur am Anfang. John ist... Ja, genau. John ist halt erst mal stärker, bis Marianne halt ihre ganze Fähigkeit hat mit Level 10. Ja. Wenn Marianne voll Power ist, dann... Und dann vier davon rumlaufen, dann kannst du auch stehen bleiben. Mittlerweile haben die ja einen neuen Charakter drin. Ja, gut. Und der PvE-Modus, Paul. Naja, der PvE-Modus auch. Es gibt einen reinen PvE-Modus. Ja. Ja, es gibt einen reinen PvE-Modus. Rough. Ja. Aber du spielst immer noch gegen Spieler. Aber... Nicht mehr gegeneinander auf einer Area. Sondern nur gegen Punkte. Auf zwei verschiedenen. Ja. Für mich gab's zwei riesen Probleme. Erstmal, dass man mehrere Charaktere... Also, dass man die doppelt nehmen konnte und dreifach und vierfach. Ja. Riesenproblem. Und vor allem der PvE-Modus war überhaupt nicht vorhanden. Im Prinzip. Du hast halt drei PvP-Games gehabt irgendwo. Und das finde ich halt langweilig. Ja. Ich hatte mir gewünscht, dass die Aufgaben ein bisschen komplexer sind, schwieriger zu erfüllen. Dass die Maps einfach größer sind. Dass der PvE-Teil einfach mal doppelt so lang dauert. Dreimal so lang dauert. Ja. Dass die Maps auch größer sind. Ja. Das war so mein großer Wunsch eigentlich. Ja. Und als ich die Maps dann gesehen habe, dachte ich mir so... Was hab ich getan? Ja. Der größte PvE-Kontakt, den du hattest, war ein Team muss Schlüssel holen. Jo. Und dann hier und da mal ein Stealth-Kill. Und dann hast du noch PvP. Und dann kam der Sheriff immer mal wieder... Ja, genau. Ja, dann hast du ihm eine Smokpunkt bei ihm geworfen, ne? Ja. Fertig. Oder ein Nate. Oder du hast ihn mit dem Robinshot ausgemacht. Genau. Mit dem Sprengfall. Dann war das auch drungen. Ja. Das war's dann auch. Ja. Ja. Schlechtes Game. Oder nein, nicht schlechtes Game. Schlecht ausgearbeitet. Ja, die Idee ist super geil gewesen. Also ich dachte mir auch, okay, das wird ein gutes Game, dann... Ja. Bis sie halt zu den Gedanken... Also, bis sie sich die Gedanken genommen haben, auch dürfen wir noch... Wenn wir den viermal die Marien nehmen wollen, dann sollen sie machen. Ja. Das war halt so... Da war halt viel falsch gemacht worden, auch in der Entwicklungsphase noch. Also ich glaube so, die Anfangsgedanken von dem waren auch gar nicht so schlecht. Man weiß natürlich auch nicht, wie das so in der Entwicklungsabteilung da läuft, aber ob sie sich dann zerdacht haben oder ob es dann eine Close-Beta-Phase gab und ich dann mitgekriegt habe, kann natürlich auch sein. Ja. Und das Feedback war, ey, ich wollte aber auch Marien spielen und mein Kumpel auch. Und wir durften halt das nicht, weil einer den weggepickt hat oder so. Keine Ahnung. Und deswegen, wenn man auf die 12-jährigen Kevin's da gehört hat. Weiß ich nicht. Äh... Ja. Das ist halt immer auch ein bisschen das Problem. Hattet ihr den Voice-Chat-Bug mitbekommen? Bei Hood? Nee. Oh, da habe ich damals einen Clip hochgeladen davon. Das war absolut wild. Vor allem, dass das regelmäßig passiert. Ihr habt, äh, nach Matches, wenn ihr in die Lobby zurückgegangen seid, ne? In euren, äh, versteck da. Habt ihr die Voice-Chats von anderen gehört? Und zwar auch die Xbox-Party-Voice-Chats. Nicht nur In-Game-Sachen. Ja. Das war so geil. Weißt du, bist in deiner Lobby, auf einmal hörst du Leute reden und denkst dir, hä? Ich spreche die an. Und der eine zum anderen, ey, hat das zu einer angequatscht? Ja, ich glaube schon. Und dann stellt sich noch ein Vierter ein. Alter. 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 Alter, so hält einfach. Gross all over. Alter, ganz kritisch. Ganz, ganz kritisch. Die Stimme aus dem Off. Ja. Was für David auch kritisch war, war Outriders. Same. Ja, absolute Enttäuschung. Oh mein Gott. Outriders war ganz kritisch. Also, ganz ehrlich, ich habe die Demo installiert, ja. Ich starte das Spiel. Leeeeee. Eeeh. Eeeh. Überall. Ich stelle die Einstellung ein. Ich kann es nur auf Fenster spielen. Ich kann es nicht auf Vollbild spielen. Nein. Fuck. Ich konnte es nicht auf Vollbild spielen. Ein Game nach dem anderen. Ich konnte es auf Screen. War ja in meinem Stream gesagt noch, du benutzt zu viel Ressourcen. Was denn? Mein PC sagt, ich benutze mich mal 50% meiner CPU. Dankeschön. So. Was ist das für ein Game? Damit war es schon abgefuckt. Da waren wir noch nicht mal bei den Klassen. Also es gibt Clips darüber bei den Jungs, wie ich einfach nur rummeckere, dass das Game der größte Müllhaufe dieser Erde ist, ja. Bitch. Ich habe sowas noch nie erlebt bei einem Game, das ich nur auf Fenster spielen konnte. Noch nie. Ja, ich fand es auch okay. Aber ich glaube, es war auch wieder Full-Preis. Ja. Full-Preis wäre es nicht wert gewesen, aber so mit Freunden kann man es spielen, finde ich. Ja, das ist halt zum Beispiel auch ein Game, wo ich sagen würde, wenn nicht eine volle Lobby und nicht so hoch der Preis gewesen wäre. Also vier Leute, vier Leute, 30 Euro. Aber so war aber... War ja nicht so. Ich hab solo gespielt. 38,4 Stunden. Ja, ok. Ich hab die Story gespielt, ich hab dann noch Endgame, also Endgame, hab mich noch ein bisschen gezockt. Das Endgame war ja auch so trash. Selbst Destiny hat besseres Endgame. Destiny hat voll geil das Endgame, aber halt wenig. Aber das Gameplay, es gibt kein geileres Spiel als Destiny vom Gameplayer, in meinen Augen. Das ist der absolute Hammer. Es ist der beste Looter-Shooter. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass dahinter ein sehr guter Entwickler steht. Bungie, oder wer? Ja. Gott sei Dank seit zwei Jahren nicht mehr Activision. Gott sei Dank. Aber auch damals The Taken King? Destiny 1, Taken King? Ja, das war ja, aber da waren sie ja noch bei Microsoft. Das war auf jeden Fall geil. Da waren sie noch bei Microsoft. Erst danach haben sie sich abgespalten. Und dann hat Activision die Geldglocke klingen lassen bei Destiny 2. Oh ja, kommt mal so ein scheiß DLC raus. Das ist unzigart, das fertig ist oder nicht. Er kriegt neun Flügel in den Raid. Ja, hier 20 Euro oder so. Ja. Ja, das war schlimm. Und seitdem sie weg sind und die eigenen Partner sind, läuft's wieder. Aber immerhin haben sie ja Vanguard jetzt gemacht. Das ist ja ein Mega-Hit geworden. Das ist Vanguard. Ich glaube, der war die Call of Duty. Der neue COD-Seil. Ach. Die Call of Duty Vanguard. Hat das jemand gekauft? Nein. Gott sei Dank nicht. Das ist auch super schlecht weggekommen. Ich war mir am überlegen, ob ich eine Battlefield hole. Ja. Wäre die es ja auch wahrscheinlicher gewesen als COD. Also Battlefield ist interessanter auch vom Gameplay her als... Allein der Hesup-Modus. Den haben sie ja wieder gut umgesetzt. Allein das, dass du drei Battle-Maps von drei Battlefields spielen kannst. Ohne Probleme. Im Endeffekt hast du in einem Game drei weitere Games mit drin. Zumindest im Multiplayer. Ich sehe immer nur Clips, wie Buggy das spielt. Es ist verdammt Buggy, aber es ist mega witzig. Die Bugs sind witzig. Gibt so ein mega geiler Auto-Bugs, wo du einfach einmal über die ganze Web fliegst mit deinem Auto. Übelst geil. Ja. Für Sieg ist gleich 10. Also was ich noch cool gefunden hätte, wenn der Hazard-Modus dann separat gewesen wäre, und vielleicht nicht die Fahrzeuge da drin. Also dann... Sondern so... Mehr quasi... Auf... Also man vergleicht da gerne mit... Escape from Tarkov, aber war ja nicht so. Da war ja quasi die Light-Variante. Weil man musste kein Gear sammeln, um damit rauszukommen. Also das war... Das war ja nichts damit. Naja, aber... So dieses Ganze, was man davon gesehen hat, war schon sehr geil für den Gameplay und so. Nur haben die Hunde und zum Beispiel die Fahrzeuge da immer ein bisschen rausgerissen, weil das so mehr auf das eigentliche Gameplay gewesen wäre. Und dann noch ein separater Modus, das wäre sehr geil gewesen. Aber das war ja damals auch der Grund, warum Firestorm so hart abgekackt ist. Ich glaube, das war ja der erste Battle Royale von Battlefield. Der war ja, glaube ich, auch... Und das, was ich gesehen habe, fand ich zum Beispiel auch sehr geil, obwohl ich den Battlefield-Teil auch überhaupt nicht mochte. Die ganze Explosion und was versichtiger ist. Das sah so vom Gameplay auch super aus. Aber wenn du einen Modus, wenn du extra einen geilen Modus hast und dafür dann 60 ist, muss und dann 60 Euro für einen guten Modus, dann ist es schon ein schwerer Stand. Ja. Ich mag halt generell die alten Waffen nicht. Ja. Ich hab kein Fan von. So, da wir schon bei Shootern sind, was hat der Halo gefunden? Ich meine, es ist der... Ja, vorletzte Shooter, der jetzt rauskam. Ja. Nicht gespielt. Halo fand ich an sich sehr cool. Also, Halo ist schon mal der Vorteil, der Multiplayer ist gratis. Ja. Das finde ich schon mal ist ein guter Punkt, warum man den mal antesten kann. Wenn es jetzt auch inbegriffen wäre, das Hauptgame, hätte ich den nie gespielt. Das ist halt schon mal ein Vorteil gewesen, den sie im Gegensatz zu den Battlefield-Macheren schon mal gemacht haben. Das war zum Beispiel sehr cool. Und die Modis an sich waren eigentlich auch ganz nett. Das war ja ein bisschen abwechslungsreich so, die kaum, du musst den Ball lange genug halten so oder Flagge. Oder der Fiesta-Modus. Ja, die großen, du kannst halt sagen, okay, 12 gegen 12, dann kriegst du gar nichts mehr mit. Das ist einfach nur Tod leben. Ja, so mehr oder weniger. Ich konnte mit dem gegnerischen Team rumlaufen, die haben mich nicht gemerkt, was einfach so ein Chaos war. Das war geil. Da war auch genauso gut anders rum. Die Fahrzeuge, auch wieder da, die Fahrzeuge haben mich am meisten gestört. So, da fliege einer mit dem Flugzeug rumballert die ganze Zeit drauf, einer campt da mit dem Auto rum, weil, oder Panzer steht da an deinem Spawn. Also, Fahrzeuge, wenn da kein Fahrzeug gewesen wird, da hätte kein Typ sich hincampen können an einem anderen Spawn. Ja, also, ich finde halt Fahrzeuge in so einem, immer schwierig umzusetzen. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel das auch nicht als Competitive Game an, deswegen kann man es halt irgendwie noch verzeihen. Ja. Aber wenn man alles gesehen hat, dann spielst du halt auch nicht mehr so viel. So, wir sind ja gerade beim Multiplayer. Gab ja noch so ein Multiplayer. Ich weiß nicht, ob Pal hat ja nicht gespielt, deswegen denke ich mal, gehen wir mal zum nächsten Game. Was wohl eher so in Palts Schiene geht, eventuell, weiß es nicht, meine schon. Chivalry 2! Der große Release! Das wäre eine Zählung, das ist geil. Ja, ich habe es nicht gespielt, ich habe nur ein bisschen was gesehen und das, was ich gesehen habe, hat mir dann auch gereicht. Der erzählt mir mal, David, was hast du gesehen? Also, ja, es gab im Endeffekt immer auf der Web eine Meter, Blau hat immer verloren. Fertig aus. Das war eigentlich, falls er so geil ist, es gab zwei Teams, Rot und Blau und Blau hat immer verloren. Im Normalfall. Es gibt eine Morte in dem ganzen Spiel, da gewinnt man mal Blau und das war's. Krass. Fand es auch einfach cool, wie Chivalry immer verglichen wurde. Das ist ja wie Morteau und Morteau hat es ja geklappt von Chivalry. Morteau ist halt tausendmal besser. Sag mal, das ist, aber vom Game-System. Ja. Morteau hat halt einfach das Beste umgesetzt. Ja. Aber Morteau macht halt auch keiner mehr. Das war nicht so toll. Na, ist halt, auf Dauer ist das halt nix, aber so, das ist halt so ein bisschen casual Zeit vertreiben, wenn du grad nicht so, wenn grad so kein Sommerloch ist oder so und da kommt Morteau raus zum Beispiel und das ist zum Beispiel ein guter Kandidat, um ein bisschen deine Zeit zu vertreiben. Aber ansonsten? Ja, da gebe ich dir recht. 2,6 Stunden immerhin. Ach, dann ging das. Was auch ging. Weil Sven ja auch mal vielleicht was erzählen kann. Bei Muten, Sven. Weißt du ja noch mal. Kommt dieses Jahr auch noch ein schönes Singleplayer-Game über den Hamster. Ein Ding? Bei Muten. Sag das mal so, ich hab mich sehr darüber gefreut. Hab mir ein bisschen Gameplay dazu angeguckt und dann war ich mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht. Also ich hab's mir noch nicht gekauft. Ich glaube, ich würd's erst kaufen, wenn's mal wirklich in einer richtig krassen Aktion ist, also wenn's wirklich günstig ist. Dann so wie zum Nebenbei daddeln abwarten. Das glaub ich, würd ich schon fast sagen, eines der Games, die dieses Jahr wirklich auch gehypt waren, was ja auch so lange ging, weil das war schon wie Last Guardian, also so Jahre braucht das für eine Entwicklung und je länger jedem Spiel dauert, desto mehr Hype kann natürlich aufgebaut werden. Das ist richtig. Aber das Spiel war halt ja eigentlich von sich so ein Indie-Game, was halt nicht so ein großes Entwickler-Team hatte und deswegen das so lang gedauert hat. Dafür sah's natürlich gut aus, aber man muss es halt nicht mehr als das sehen, man darf das nicht als Triple-A-Game halt ansehen. Und das wurde halt so gehypt wie eins, und das war halt das Problem von dem Spiel. Und auch das Problem von Sven. Ich fand das schon ein bisschen krass, weil ich das mit Dado gesehen habe, dass er einfach so eine Pistole gefunden hat oder die Gegenstände, dass er dann wirklich alles mit einem Schuss gekillt hat und er war noch beim Anfangsgebiet, also... Das ist halt dann schon heavy, ja... Und dann macht das Spiel auch keinen Spaß, weil du gar nicht so eine OP-Waffe hast. Dann musst du ja nicht nehmen. Ja, aber trotzdem. Aber wenn man es hat, dann nimmt man es ja doch auch. Ja. Ja. Wenn du irgendwie genervt bist, also dann nimmst du die natürlich und dann aufs Weg. Das ist so ein wenig wie bei Sikiro, weißt du? Wenn ich so eine OP-Waffe gehabt hätte ich dir den auch gegen den Dachbodenheim nie genommen. Der Dachbodenheim ist der war easy. Überhaupt nicht. Ich hab vielleicht ein Schmetterling besser. Also einfach. Ne. Doch. Na ja, über ein Spiel reden, was war es von 19 oder 18 rauskam, das ist jetzt auch. Aber da haben wir gerade über das Tootsieck-Spiel reden. Ja. Werden reden. Wann kommt das jetzt raus? Februar oder Januar? Februar. Februar. Gut. Weil das los ich jetzt nicht mehr. Und wird wahrscheinlich mit eins der besten Souls-Blake-Games. Dann können wir gleich nochmal drüber reden, was für unser Meister war das Game dieses Jahr. Weiß nicht. Ob wir alle eins haben. Sonst im Zweifel. Ja. Was habt ihr denn sonst dieses Jahr gespielt? Wallheim. Wallheim. Erzähl doch mal. Ah, schlimm. Ach, habt ihr nicht gezockt? Nee. Ich hab's gesehen und dachte mir so, nee, ist nicht meins. Ich wollte es trocken, aber leider Gottes nett. Was ein geiles Spiel. 91,9 Stunden. Okay. Ja gut. Kann man dafür machen. Wirklich gut. Ich warte die ganze Zeit auf Content-Updates. Das, was kommt, ist halt, ja, die bringen neue Häuser, Bauteile. Okay. guckt mich nicht. Ist an sich was Schönes, aber die müssen halt die Biome mal machen, neue Bosse einfügen und sowas. Weil es gibt momentan, glaube ich, fünf, ich meine, es gibt noch keinen sechsten. Und wenn du die halt alle tot hast, so, okay, dann hast du halt das Spiel durch im Prinzip, ja, mehr oder weniger. Dann kannst du halt alles bauen, was du dir bauen kannst. Und, ja, jetzt gibt es natürlich Leute, das sind dann vor allem Leute, die auch Minecraft normal spielen, will ich mal behaupten. So, dann baust du halt ein schönes Haus auf und alles. Dann steckst du da 30, 40, 50 Stunden rein. So einer bin ich halt nicht. Wenn ich ein Spiel durch habe, dann habe ich ein Spiel durch. Dann baue ich mir nicht nur eine Hütte auf. Und ich habe es halt während des Spielens nie gemacht, weil ich wollte einfach die Bosse killen. Aber Gameplay-technisch wirklich ein schönes Spiel. Ja, man hat viel zu tun. Das Crafting-System ist ziemlich geil gemacht. Das ganze Reisensystem ist cool. das Kampfsystem ist nett. Das ist einfach ein schönes Spiel, wirklich. Und wenn da nochmal Content-Update kommt, kann ich auch jedem empfehlen, holt euch das Spiel. Schnappt euch mehrere Leute, die ähnlich viel spielen am besten. Da da keiner sonderlich hinterherhinkt und dann zockt er gemeinsam auf den Server und spielt das Spiel. Weil das ist wirklich cool. Auch wegen der Progression, die man da hat im Laufe des Spiels. Das ist sehr geil. No, klar. Ach so, der Dotser bist du am wenigsten geredet. Was hast du denn so gedattet? Eben, Sven, was hast du denn so? Ich hab dieses Jahr fast gar nichts gedattet eigentlich. Das ist doch eine Lüge. Sven, das ist wirklich wenig gedattet. Sven, das ist ja doch mal dieses Gänse-Spiel mit den Enden. Ja, das hast du gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht, Gus-Gus-Tag. Erzähl doch mal. Sag mal, Jaston? Ich hätte mir gar nicht überlegen. Was macht denn so Spaß an Gus-Gus-Tag? Ja, das zusammen sein mit den Freunden, die man so gern hat, weißt du, und dann diskutieren. Den Freunden hat sie eher noch drunter. Ja. Sag, ich muss das danken, wir freuen dich so gern. Ja, weißt du, sonst sieht man sicher so selten. Das hört man nie was von einander. Ja, gut. Hat natürlich auch wieder dazu beigetragen, dass wir wieder ein bisschen mehr gespielt haben. Na, so ist es. Ja, kann man so sehen. Ja. Ja, sonst, was hab ich noch gespielt? Die ist ja CSGO ziemlich viel. Äh, Gus-Gus-Tag, das war noch nicht fertig, Sven. Ey, du brauchst ja nicht von CSGO reden. Ja, okay. Also, ich mein, Gus-Gus-Tag hat zum Beispiel sich halt CSGO, äh, Gus-Gus-Tag hat halt das gut gemacht, was Among Us schlecht gemacht hat. Der hat mich abseits gemacht. Die haben quasi das gemacht, was die Mods bei Among Us ähm, was die, was die Mods bei Among Us dann übernommen haben. Nur halt waren das die Entwickler, die das dann im Spiel direkt drin hatten. Man hatte bloß. Ist ja mit die Chat, wenn man Bock drauf hatte, was auch uns ja eigentlich passt ins Game hinein. Auch wenn es dann ein paar Stunden vielleicht auf die Ohren oder auf den Kopf geht. Ja, das ist es. Man braucht halt auch, man braucht halt auch eine Pause von den Leuten. Wenn es durchgeht, reden, ist halt auf Dauer schwierig. Ne? Aber ich mein, es ist trotzdem ein gutes Feature, dass es so easy drin ist und auch gut funktioniert hat. Was zum Beispiel noch euer Test bei Among Us damals, als sie einmal Proximity gespielt hat. Das ist so schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Bei der All-Lava bleibt da einer oben rechts, einer oben links und man hört sich. Da war ich halt schon raus. Aber ich finde das zum Beispiel auch, allein die ganzen Rollen, die da drin sind, das sorgt halt auch dafür, dass man mehr Möglichkeiten hat, so als Killer zum Beispiel, dass man mehr Möglichkeiten hat, sich dann zu entfalten, dass es nicht so einfach ist, einfach den Pfeil zu lösen, sag ich mal. Bei Among Us weiß ich noch, einer stand immer an dem Tisch, hat die Position geguckt, der andere stand in den Kameras, der dritte stand in den Lifelines. Ja. Ja, jetzt gerade ist der Kill passiert. Ja, da waren zwei Leute, ja, eigentlich hab ich es in Camps gesehen. Ja, das war halt. Ja, vor allem, das Spiel geht los, Licht aus, Türen zu, Double Kill. Okay. Ja. Zwei Leute raus. Das ist schon wie es anfängt. Ja. Wie es ändert. Das war halt, das Spiel. Und ich finde, zum Beispiel im Gegensatz zu, äh, Among Us damals haben wir auch eine andere, eine ganz andere Spielweise bei Gusto Stark da. Ich meine, das ist so ein Vergleich, wie wir Among Us gespielt haben, wie wir Gusto Stark gespielt haben. Das ist halt, finde ich schon ein Unterschied. Ja, aber bei Among Us haben wir auch nicht so viele Leute, wie bei Gusto Stark, oder? Auch. also, nicht mal, also, aber teilweise schon. Das sind Leute, war eigentlich irgendwann Standard. Mit weniger als neun hast du eigentlich gar nicht mehr gespielt, weil, ja, war ja nicht so interessant. Genau. Man will ja die richtigen Einstellungen dazu halt haben. Du willst ja das ganze Erlebnis quasi mitnehmen. Und das war zum Beispiel an sich auch halt so cool. Wir haben so casual gespielt und so auf Troll, also ich meine eher so, ich wäre ja ernst, aber das Hauptsache war das. Ich habe quasi jede Runde die Dode übernommen, obwohl ich nie Dode wurde. Das muss halt auch sein, weil das ist halt ein bisschen das Spiel noch ein bisschen am Leben. Wenn einer trollt, dann macht man halt auch zwei bis zwei mit. Ja. Das hat zum Beispiel auch der Proximity da sehr gut umgesetzt. Und man konnte sich einfach auch ein bisschen Scheiß drauf einlassen. Ja. Ich weiß noch, ein paar wendet aus dem Gefängnis raus und wusste, wer sonst noch Mechanik war. War mir egal. Morgen, das wäre jetzt schnell, wäre schneller beim Button. Ja, genau. Also, das ist halt so ein super Unterschied. Ja. Deswegen. Vor allem bei Goose Goose musst du erstmal wissen, wo der Button überhaupt ist, weil der so unauffällig ist. Ja. Hier oben. Muss du erstmal gucken, wie sieht der jetzt nochmal aus? Ich finde ihn teilweise immer noch nicht. Ich meine, das war ja auch ein gutes Beispiel, bei Among Us, bei Among Us wusste man immer direkt, wenn das Meeting-Signal allein kam. Als wir dann, als wir vorgestern gespielt haben, kam ein Meeting mit einer Glocke, und man hat sich gefragt, was siehst du? Da wussten wir auch nicht, was war. Ich meine, wurde jetzt einer gefunden, ja, nein. Oder was weiß ich, wie Sven da rumgelaufen ist, fand ich auch so. Weißt du, Sven da rumgelaufen ist, er ist fertig als Canadian, und er war der Einzige, der noch keinen Tag hat. Das war auch so. Ja, du. Ich wollte das so richtig aufbissen. Ja. Aber ich muss sagen, teilweise sind die Aufgaben bei Goose Goose Dark echt kacke. Also, allein die Aufgaben fand ich cooler. Natürlich bei den Menschen, wenn wir es alles putzen. Ja. Aber ich meine, das ist perfekt. Ja, das fand ich so ein bisschen doof. Da, okay, jetzt, da Kerzen anmachen, da musst du dann das putzen. Bei den Raumschiffen natürlich auch ähnlich. Da musst du Rohre reinigen oder so. Und dann natürlich drehen. Und dann hast du dann... Das Rohreinigen mit VD40 ist am besten. Ja, klar. Und dann war zum Beispiel, die neue Map war dann wieder ganz nice, weil die wird direkt wieder Abwechslung gebracht. Ja, erstmal Kakelaten zerschlagen. Ja, das ist richtig. Das war halt schon wieder Abwechslungsgleich gemacht. Und dadurch hat er schon mehr, direkt wieder mehr Maps gehabt als Among Us. Oh, Among Us hat jetzt auch vier, dann hauen wir jetzt einfach die Firmen raus. Ja, das ist das. Das Spiel hat einfach direkt mehr Content, als Among Us in der ganzen Zeit irgendwie geschafft hat, ranzukarren. Das verstehe ich halt auch nicht. Weil die haben gesagt, okay, wir arbeiten an Among Us so, ah, jetzt hat Among Us so einen Hype, dann arbeiten wir an Among Us 1 weiter. Bring doch einfach zwei raus. Ja, bring doch einfach zwei raus und statt einem 1 weiter zu bauen. Wo ich gerade... Ich meine, sie waren halt drei Leute. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie zum Beispiel, wie groß das Stack ist, aber kann ja auch nicht so ein Riesending sein. Ich meine, da sind sie bei Firmen, kann ja auch keine Ausrede sein. Ich meine, die haben ja so... Ich meine, bei denen der Folge, die Among Us da eingeholt haben noch, da hätten sie auch ein bisschen einstellen können. Ja, natürlich ein Euro Game, aber ich meine, da gab es genug. Ja, gut, ich glaube, das mit dem Einstellen ist schwierig. Ich meine, sie haben jetzt erhöht auf vier Leute, also hatten noch einen eingestellt und dann kam die vierte Map auch raus und jetzt machen sie halt vom Feeling her wenig weiter, sondern erstmal, sie haben zwei Rollen, nee, drei Rollen reingepackt und jetzt konzentrieren sie erstmal wieder auf Skins. Reicht er ja, sag mal, im Content? Jetzt heißt es erstmal, okay, ja, Kooperation mit denen, Kooperation mit denen, wir haben auch allgemeine Skins, wir haben jetzt League of Legends Skins, ja. Ja, ich meine, ich meine Skins sind cool, ja, man kann die ja spielen und sowas, weiß ich, oft teilweise, teilweise auch spielen, aber man braucht Rollen, man braucht mehr Auswahl. Weiß nicht, das Raumschiff war zum Beispiel eine sehr coole Map, ähm, was sie da rausgebracht haben, als vierte Map, das hat, war zum Beispiel ähnlich so, wie jetzt die fünfte Map, diese Stadt, da würde ich die, also, Goose Shempel, oder? Ja, irgendwie so, wie die jetzt zum Beispiel hieß, die, die so groß ist, zum Beispiel dann. Also bei Goose Goose Duck im Studio arbeiten vierzehn Leute. Okay, das ist ja insgesamt. Okay, zehn Leute mehr. Aber, aber die Firma hat nicht mein WGB der Ende. Aber am Anfang, die Gaggels. Die haben angefangen 2020. Okay. Angefangen und direkt Goose Goose Duck gemacht und direkt besser umgesetzt. Und die haben vor allem mehrere Projekte am Laufen, gleichzeitig, ne? ja, aber so viel, so ein bisschen Escape Room Dinge haben die halt auch. Ja, drei Online Escape Room Games wo dann auch mit Kamera am besten spielt es und so was. Na. Weird, aber okay. Vielleicht so ganz cool. Na, das stimmt. Also so ein bisschen Quiz und so oder so ein bisschen Rätsel ist halt auch, kann man halt auch mal für hier und da. Das ist natürlich auch ein nettes Nebenbei. Das heißt, da sitzen natürlich auch im Hype. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, ich meine zum Beispiel, das hat Among Us ganz gut gemacht, dass sie mal eine größere Map rausgegangen haben, damit es ein bisschen weniger Tryhard wurde. Ja, ich meine auf Among Us ist es halt top-time, wie nur vom Feeling her so, auch beim großen, äh, bei diesem großen Raumschiff da, irgendwann, wenn man die Kamera jetzt gefunden hat, sitzt man da. Ja. Aber es ist halt, äh, schwierig. Ja, das ist richtig. Ja. Aber, äh, was ich sonst noch gespielt habe, ich glaube, Gustav Dac haben wir jetzt gut abgeklärt. Ähm, Nö, 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 Reicht jetzt, glaube ich auch. Äh, ich habe noch Operation Tango gespielt, weiß nicht, ob einer von euch ist. Oh, ja. Operation Tango, ja. Das war mit Shining, oder? Ja, genau, das habe ich mit Shining gespielt. Das war auch Rätsel-Games, quasi Agenten, zwei verschiedene Sichten, das, da kann man auch sagen, wiederhört ein Spielwert. Hat das Game dadurch allein schon, ähm, sehr cool auch umgesetzt, so auch abwechslungsreich, also man muss halt quasi hacken, im Anführungszeichen, du musst halt dich miteinander absprechen, weil man verschiedene Sichten hat, man muss sich gegenseitig versuchen, weiterzuhelfen, so, um überhaupt ein Level zu schaffen. Aber das wird, fängt dann halt, sag ich mal, auf Schwierigkeitsstufe leicht, würde ich schon fast sagen, an, geht dann schnell über zum Normal, und geht dann auch sehr schnell weiter aufs Schwer, also, ich finde die ansteigende Schwierigkeit auch irgendwie nett. Also, ist natürlich jetzt nicht Hardcore oder sonst was, also, jetzt nicht so unmachbar, oder so, wenn du es raus hast, ist natürlich auch wieder kein Problem, ne? Ich meine, noch ein bisschen, was es auch schwieriger macht, wenn du jetzt nicht, wenn du aneinander vorbeiredest, dann ist es vorbei. Ja, ja. Dann, dann hast du ein Stundengang, ne? Ich glaube, das war der vorletzte Level, wahrscheinlich nicht an, an sich ging das Level. Ich glaube, einmal gab es einen Bug, das ist dann so, dann wird einmal schnell neu gestartet, war dann schnell raus, und dann haben wir einmal so eine Situation, wo es eigentlich klar war, aber ich glaube, vor nur dreiviertel Stunde einfach da ran saßen, weil wir einfach durchgehend aneinander vorbeigeredet haben. Das ist natürlich dann auch schwierig. Ja, klar. Aber das macht es natürlich auch ganz witzig, weil man nicht weiß, was der andere von einem will. Ja. Das hat das auch ein bisschen vom Spiel aus gemacht. Ich meine, natürlich haben wir jetzt noch Erweiterung, aber vielleicht auch ganz nice, aber ich weiß es nicht, will ich mich eher an was Neues ran tun. So, Operation Tango habe ich mit Steve zusammengespielt, 4,9 Stunden, wir haben es zweimal durchgezockt. Oh, nice. Also einmal mit Rollentausch. Und da hatten wir tatsächlich auch eine Situation, da haben wir beim ersten Mal dann irgendwie geraten, weil man musste so Beweismittel finden, irgendwie ein Handy oder was musst du so finden. Ja. Und ich weiß nicht mehr, an wem es lag, entweder lag es an ihm oder an mir. Auf jeden Fall haben wir einen Hinweis einfach nicht hingekriegt, weil der eine, was nicht kommuniziert hat, was er hätte kommunizieren müssen. So, und dadurch kamen wir halt nicht weiter und haben dann irgendwann geraten, meine ich. Und als dann die Rollen getauscht wurden, ist sofort aufgefallen, ah, okay, da wurde was nicht mitgeteilt. Ja. Genau das. Aber es ist so ein schönes Spiel, nur zu kurz. Das stimmt. Für 16 Euro. Ich meine, es gibt Vollpreis, die nur ein bisschen länger gehen. Ja, das ist richtig. Aber ein bisschen immerhin. Es gibt viele, die hätten da mehr verlangt. Ich meine, es ist ein Indie-Game, dafür passt das ja. Ja, das ist richtig. Da hätte ich tatsächlich vielleicht mal einen Spielvorschlag für die Zukunft. Ich meine, Yannick war ja sehr Spendal dieses Jahr, ne, hat mir so ein bisschen was zum Geburtstag geschenkt. Wie wäre es eigentlich mal mit First Class Trouble? Naja. Oh ja. Das wäre doch ein Spiel. Auch ein Game, was man nächstes Jahr gut noch einplanen kann. Das stimmt. Das ist richtig. Problem bei First Class Trouble ist, ich weiß nicht, wie viel ihr da gesehen habt an Content. Ja, wenn man, also mehr als zwei, dreimal, das wäre schwierig. Also ich hoffe, gut zu sagen, wenn wir es nicht spielen. Das stimmt. Das ist halt das Ding, ich habe dazu zwei Videos, glaube ich, von General Sam gesehen und eins von Tio und denke mir, okay, ich habe eigentlich alles gesehen zu dem Spiel. Weiß nicht, ob es sich da noch lohnt zu zocken. Es ist halt ein wildes Party-Gerl. Tatsächlich. Von den Maps her, ja, es ist tatsächlich nicht abwechselnd. Das ist richtig. Auch von den Tasks, ja. Ich finde es halt schwierig für 15 Euro, weil es dann wieder, für einen Fünfer würde ich sagen, klar, wenn ich sofort da bei 15 Euro ist dann halt wieder so etwas, wo ich sage, für ein Spiel, was ich vielleicht nur ein einziges Mal spielen werde für zwei, drei Stunden und dann reicht es. Fängt es an mit Phantom Blood. Super gemacht. Dann kommt Completed Tendency. Ja, und dann noch nicht jetzt mal. Habe ich abgebrochen. Bevor ich es vergesse, ich gebe mal zwei Sachen eben weiter von Hauden und zwar, fand ich schwierig. Er hatte zwei Themen für uns noch. Ja. Starless Crusade, das ist wieder geil, das ist ja ein GTA-RP. Diamond ist unbreakable, das ist zum Beispiel auch sehr cool. und Gold ist ausgesprochen, aber gestern. Also fand ich nur, und Stone Ocean ist jetzt die neueste, das ist Staffel 6. Aber bei Netflix sind nicht alle. First Class Trouble, ja. Ja, wahrscheinlich würde ich auch noch einen schönen haben. Und naja. Dann lieber Project Winter. Nur zweifelig. Wie hieß das andere mit dem Schiff? Ähm. Äh, weiß ich nicht. Wie hieß das? Irgendwas mit Red meine ich. Ja, das war so kurz im Hype, dass ich schon wieder vergessen habe. Ja. War überhaupt im Hype? Dread End? Ja, ja, das war ganz groß im Hype. Dread Hunger. Dread Hunger. Ja. Haben wir das nicht auch gespielt? Nee. Alter, 21 Euro. Schisch. Ja, finde ich das. Nur zum Hype. Du kannst keinen Ballismus machen. Hey, cool. Also ich glaube, du kannst halt auch ein bisschen da rumtreuen und so, aber weiß ich halt auch nicht. Also ich habe nur, also wenn ich Clips gesehen habe, habe ich auch nur gesehen, wie irgendjemand eine Flasche genommen hat und die ins Meer geworfen hat, weil da einen da rumschwammt. Okay. Na, also, hast auch nicht, also ich glaube, da gibt es bessere Social Games in dem Bereich. Ich glaube so, alle anderen für die 21 Euro gibt man schon bessere. Ja, 21 Euro ist halt heftig. Ja. Auch da wieder für einen Fünfer. Ja. Vielleicht dabei ansonsten. Fünfer, ja, dann mal so. Ah, alles gewaltig, ja, muss ich unterhandeln. Nein, da gab es so, ich meine, allein kannst du Devil's Bluff. Das ist auch so, auch cooles Game, was man spielen kann. Ich glaube, für fünf Euro oder so. Das lohnt sich zum Beispiel eher als so, zu tanken. Ja. Devil's Bluff ist zum Beispiel ganz cool. Also, auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, das könnte man auch mal ausprobieren. Das zum Beispiel auch so mit einem Imposter, du musst halt auch Hinweise sammeln. Das zum Beispiel auch sehr gut umgesetzt, so für das bisschen Geld. Ja. Reviews mixed. Das ist schon mal schlecht. Ja, du musst halt so sehen, man kriegt mehr oder weniger random eine Part dazu gelost. Das sind immer Zweierteams. Ja. Ja, ja. Und in den Zweierteams müssen irgendwie acht Rätsel oder so sammeln. Wer halt das Herz nicht die Rätsel hat, hat gewonnen. Und dann gibt es halt noch einen Imposter innerhalb von diesen acht Teams. Und der ist quasi der Teufel. Und der Teufel muss halt versuchen, alle zu killen. Okay. Also, er hat nochmal so seinen eigenen Sinn. Also, das macht zum Beispiel noch ein bisschen Randomness aus. Aber das spielt auch für fünf Euro auch zwei, dreimal oder so. Ja, die sagen alle, das Spiel ist tot. Ja, weil man mit Rantity spielen kann. Ja, deswegen geben die alle negative Review ab. Okay, das heißt, das Spiel kann sogar sehr geil sein, man muss halt die Leute haben. Ja, genau. Ist das. Und da, also ist halt elf gegen einen theoretisch, also zwölf Leute insgesamt finden. Das war natürlich auch mit wenigern, aber ja. Ja, natürlich mit wenigern geht es auch. Da wäre auch noch Torn of Salem. Das habe ich eine Zeit lang mal gespielt, aber auch sechs Euro. Da brauchst du halt auch viele Leute, weil wenn würde ich es privat zocken, weil halt online ist es nur englisch, dann lieber privat zocken. Auch da brauchst du viele Leute. Aber hey, kommen wir mal zu den Themen, die Hoden angesprochen haben. Dann fangen wir mit GTA-RP an, weil war ja dieses Jahr dann der Hype. Ja, nee, kein Fan davon. Tut mir leid. Ich fand es ganz schrecklich, was die Streamer-Community daraus gemacht hat. Also ich habe früher in, wer es noch kennt, San Andreas hatte einen Multiplayer-Modus für den PC und da gab es RP-Server, die waren richtig geil, die waren mega witzig, da hat man auch mit vielen Leuten zusammenspielen können, aber was die Streaming-Community aus GTA-RP für GTA V gemacht hat, ist das schrecklich. Fand ich nicht gut. Fand ich tatsächlich sehr schlimm. So am Anfang cool, aber was daraus geworden ist. Was denn genau? Weiß ich nicht. Was findest du da das nächste Mal? Ja, es gibt sehr viele Kontroverse, die da passiert sind. Es gibt auch teilweise, ja, also diese ganze RP-Szene wurde tatsächlich sehr gehatet von vielen Leuten. Von mir jetzt nicht direkt, aber ich finde halt, viele Streamer hätten sich, ich sage ja, viele, nicht alle, aber viele Streamer hätten sich in manchen Situationen auch einfach ein bisschen benehmen können, sage ich mal. Die haben sich schon oftmals sehr viel rausgenommen. Ja, gut, das ist aber auch eine Ausnahme. Ich meine, da war ja auch bei Rust aus, oder? Ja. Das war aber eine andere Situation. Bei Rust ist, wir haben auf einem eigenen Server gespielt und die spielen da auf öffentlichen Server mit anderen Leuten zusammen, die sie nicht kennen. Das ist etwas anderes. Ja, aber ganz ehrlich, war da jetzt so viel Drama, weil das Letzte, was ich alles mitbekommen habe, war eigentlich relativ entspannt. das Letzte war alles entspannt. Momentan ist ja, wie heißt der, gibt es Server, auch Monte und so spielen? Ja, keine Ahnung. Da zockt mein Nachbar auch drauf, Scummy zockt da drauf. Ich bin persönlich kein großer Fan davon. Wie heißt denn der, Bums? Ich auch nicht, ich bin halt kein großer RP-Fan. Mein Nachbar will mich ja immer dazu bringen, hol dir mal Whitelist, geh da drauf und blablabla und hast du nicht gesehen. Ist halt nicht meins, ne? Ne. Weil gerade, wenn ich mir dann kleinere Streamer angucke, die machen irgendwie alle das gleiche, stehen irgendwie abends am Pool rum und quatschen und dann heiraten die da, was ich absolut weird finde. Sondern die haben dann im Real Life haben die eine Freundin, dann haben die ingame eine Freundin, die dann auch wieder mit irgendwie verheiratet ist im Real Life ganz seltsam. Dann gibt's halt, also das, was halt, ich sag mal, also was halt mein Nachbar macht und so, das ist halt wieder was anderes. Die machen halt ein bisschen Mafia, dann machen sie, gehen sie arbeiten und keine Ahnung, aber das ist halt nicht meins. Ich weiß halt, die cool ist. Wir haben halt dieses Jahr, glaube ich, das einzige Mal, Sven ja auch, auch wenn da immer jeder auf dem Handy stattiert. Genau. Dann haben wir ja zum Beispiel, Russ war ja auch dieses Jahr so der Hype. Das stimmt. Das war dieses Jahr. Ja, stimmt. Im Januar, Februar hat er ausgebrochen. Echt? Ja, im Februar ist das April? Da haben wir das umgesetzt. Ja, ja, ja. Naja, und das hat mir eigentlich schon an RP-Erfahrungen so gereicht. Das ist für mich fast halt persönlich auch nichts. Also ich fand's mal cool, das auszutesten. Ich find's auch cool, wenn Leute daran gefallen finden. Das ist natürlich auch so ein, ja, nicht eigener Genre, aber es war so seine eigene Ecke und das ist für mich. Na, meins eher auch nicht. Pen & Paypal sehr gerne, aber in Videospielen irgendwie seltsam. Find ich auch. Pen & Paypal hab ich auch Erfahrung drin, das find ich auch persönlich besser, ja. Pen & Paypal ist geiler. Hab ich noch nie gemacht. Hab ich mal den Master gespielt, diesen Game Master. Der Dungeon Master. Ja, kann man so auch sein. Das war cool. Das war auch nice. Schön im Tabletop-Simulator, das war schon. Ja, vielleicht. Wir haben zum Beispiel mal einen Tisch gebastelt im Tabletop-Simulator für das schwarze Auge. Oh, wild. Also, da haben wir die ganzen Fähigkeiten zum Beispiel, hat mein Bruder alle eingescannt. Und dann auf Karten haben wir die gepackt. Das heißt, der hat das zurechtgeschnitten alles, nachdem er die ganze Scheiße eingescannt hat aus den Büchern. Und dann mussten wir das halt dann immer zuschneiden und auf die Karten packen und übel, ganz, ganz übel. Da stecken ein paar Stunden drin. Ja. Aber der ist am Ende gut geworden. Das ist gut. Hab ich auch so mein Geburtstag geschenkt bekommen, so ein Pen & Paper basierendes Spiel, also auf Steam, wo man dann solche Sachen auch machen kann. Ja, gut, ich hab's alleine, mit wem soll ich machen. Tolles Geschenk. Schöner Gedanke, aber alleine macht das keinen Sinn. Ich zeig mir selber den Weg. Ja, ich sag, wie es ist. Ich glaub, wenn ich mir selber Pen & Paper, dann bin ich der krasseste. Gab's tatsächlich, es gibt so Ein-Mann-Abenteuer, da hast du dann halt, kennt ihr diese interaktiven Bücher auch? Ja. Wo dann, genau so funktioniert das dann ungefähr. Das heißt, du hast dann da deine Geschichte, die kannst du dann durchlesen, kannst halt Entscheidungen treffen. Ja. Naja. Ist ganz nett, aber. Ja, ist okay. Und Forrest, Toadon, falls du noch da bist. Ich hab Forrest 1 gespielt. Ja, ich auch. Vom 9 hab ich gar nicht so gut bekommen. Das war's dann auch. Komm im nächsten Jahr, glaub ich dann, Sons of the Forest. Das ist so. Ja. Ja. Ich wollte jetzt Forrest immer spielen, aber Janis hat das immer nö. Ja, du kommst auf 4 zu spät. Du kommst auf 4 zu spät. Wie oft soll ich das noch durchspielen? Ja, wenn man es schon mal durchgespielt hat. Einmal dieses Kind gerettet, einmal gegen dieses Kumpel, und gegen, einmal dieser komischen Anstalter gewesen. Hab schon nicht mal gemacht. Na, da reicht's. Weil ich dann auch mit Leuten gespielt hab, die hatten es schon durch. Weil ich hab Multiplayer gespielt tatsächlich, und Story war irrelevant. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wen hab ich da gespielt? Mit Alex. Sicher? Das war mit Alex auf dem alten Kanal. Okay. Da habt ihr Multiplayer gespielt. mit Alex hab ich das auch gespielt, aber ich hab das später dann nochmal durchgespielt. War das mit Holger? Ja, mit Holger. Mit Holger, ja. Mit Holger. Mit Holger spiel ich die ganzen Coop-Actuals, wenn ich will. Das ist auch gut zu wissen. Ähm. Mit Holger auch noch auf dem alten Kanal. Bei Alex kann ich die hate. Ja, das war zum Beispiel an sich auch ganz cool so, weil da war's noch ein bisschen frischer so, dieses mit dem Survival-Coop so. Ja. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich find's zum Beispiel ganz nett so, ich weiß gar nicht, Sequel, Prequel, was es jetzt darstellen soll. Ähm. Finde ich ganz nett, dass die noch einen Teil dazu raus haben. Für die Fans davon kann man das auch machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ich weiß zum Beispiel nicht für mich, ob ich da sagen würde, hol ich mir. Man muss ja glaube ich erst mal mehr sehen, und erst mal gucken, ist das jetzt so viel Abwechslung, ist das jetzt so viel Content, den man da machen kann, weißt du, weil wir Games sind mittlerweile. Die haben halt am Housing rumgearbeitet. Ja. Das Haus-Sache sieht geil aus. Ähm. Ja, glaube ich auch ein bisschen um die Entstehung von der alten Mutante. Und die ganze Insel. Ja. Äh, DC. Naja. Ich hab auch schon, ich hab auch schon gesehen, sowas ganz, von der Grafik her, von der Grafik her sieht's geil aus. Mhm. Aber, das interessiert mich ja leider nicht mehr. Ja. Es tut mir leid, ich hab zu viel Survival durch, tatsächlich. Ja, da gibt's auf jeden Fall andere Games, auf die ich mich nächstes Jahr eher freue. Ja, gutes Thema. Ja, Spiele 22. Ja. Fangen wir erst mit den Festterminen an, oder mit denen, die auf jeden Fall nächstes Jahr? Also, ich würde erst mal sagen, wo man, denke ich mal, fest davon ausgehen kann, dass die 22 erst mal kommen. Okay. Da würde ich erst mal damit anfangen. Also, man kann natürlich auch festes Datum nennen, weil das passt ja auch dazu. Vielleicht mal ist ja auch Zukunfts-20. Ja. Tatsächlich. Also, ich freu mich auf Pokémon. Also, Remakes, ne, ja, finde ich aber schwierig. Ähm, wenn ich so gespielt habe. Ja, nichts, Kamera will nicht mehr. Warte, Bommelmütze? Bommelmütze-Trick? Nein. Bommelmütze-Trick war's. Okay. Ne, Autofokus ausmachen. Ne, ne, ne. Ne, ne, dich den Autofokus aus. das ist wichtig. Das ist dann nicht. Dann kann ich hier nicht Bommel-Trick machen. Ähm, ne, das ist ja wichtig. Ja, also, für neue Pokémon freu ich mich. Dieses, äh, Arcoise, weil es halt eine neue Reihe ist quasi in Pokémon. Nein, immer nur die sind. Ich mag alles in Pokémon lieber als die Hauptreihe aktuell. Weil das ist mehr Abwechslung. Mhm. Ähm, ich freu mich auf Elden Ring natürlich. Also wirklich. Ich, ich, ich zähle jetzt erst mal nur auf, worauf ich mich so freue. Ne, wir können, können ja gleich noch mehr auf die Games eingehen. Aber, ähm, wo ich mich aktuell eins am meisten drauf freue, ja, hab ich schon fünfmal erzählt. 2020 war Mongas. Dieses Jahr, war es gut, wo es Tag. Nächstes Jahr wird es E-Will. Ja, das wird so nice. Da bin ich am meisten, da bin ich am meisten Hype drauf. Auf was? E-Will. Du musst ja quasi, E-Will. E-Will wie Fiesling, ja, das ist ein Böse. Ja. E-Will ist halt, ähm, und dann noch vom Village. Also E-Will. Also das Will vom Village. E- E- E-Will, musst du quasi eingeben. E-Will. Das ist halt auch ein Social Game, wo ich mich sehr drauf freue. Ich glaube, das wird, E-Will. Das ist halt auch, ist ja auch mein Film. Das ist ja auch mein Film. Das auch erstmal In-Game ist, ja, musst du direkt bei Steam eingeben. Ähm, einfach so dick. Und, ähm, da freue ich mich auch drauf, weil, In-Game, da kann ich auch Scheiße labern, ja. Guss, guss, da habe ich mich, habe ich jetzt alles schon und erzählen, was ich mir Scheiße erzählen kann, ja. Da brauche ich ein neues Social Game, wo ich Scheiße labern kann. Thomas, uns doch mal an. Wie lange wird dieses Spiel ungefähr den Early Access Status haben? E-Will wird hoffentlich Ende 2020 und Anfang 2021 vollständig veröffentlicht. Ha. Ja, es kommt mit 2020 jetzt. Vor allem, es geht ja momentan nicht mit Early Access. Warum ist da Early Access drin? Deswegen gibt ja überhaupt keinen Sinn. Steht das auf Steam oder was? Ja, ja. Ich bin gerade auf Steam Webseite, also im Browser. Da steht was von denen. Das hat sogar schon Updates, was? Na klar, war ja schon teilweise draußen, gab eine Beta-Farbe. Welcome Home Update 0.38. Welcome Home. Die Übertragung läuft auch gerade. The fuck? Da ist jemand live. Seit 18 1,5 Stunden. What the fuck? Das ist doch... Das ist doch ein Ding. Das ist ein Loop, oder? Einfach abgespielt wird. Das muss das ein Loop sein, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Loop von den Entwicklern. Du kannst es auch nicht ganz zurückspulen. Das lässt Steam gar nicht zu. Das geht gar nicht. Early Access. Vielleicht kriegt man ja momentan Early Access auf der Website von denen oder so. Ich guck mal eben. Hm. Da könnte man das ja schon mal. Anspielen. Angucken. Ja. Ich will das ja, will ich aber nicht. Algen Ring. Wird auf jeden Fall geil. Oh ja. Fried auf meiner Liste. Ganz oben auf meiner Liste steht auch God of War 2. Was ich wahrscheinlich erstmal nicht spielen werde, weil ich keine Fiesse mehr fahre. Ist auch 22? Ja. Ist auch 22, ja. Krass. Da brauche ich mich auch ganz, 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 ganz wild freue, weil es kurz angeteast wurde. Die Neuerweiterung für Assassin's Creed Valhalla freue ich mich drauf. Sieht wild aus. Wird, denke ich mal, auch sehr wild. Die letzten Erweiterungen waren auch sehr gut. Hat eine etwas längere Story, die ein bisschen so, noch ein bisschen was aus der, ich sag mal, Vergangenheit erzählt, was Eivor angeht. Zumindest so einen kleinen Einblick, aber halt hauptsächlich in der Gegenwart von Eivor spielt. Ist sehr cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, Lost Park. Ein sehr, sehr cooles MO-RPG in Top-Down-Perspektive, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Es ist super gut. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, die ganze Ansicht, aber es ist super cool. Es ist so entspannt, das zu spielen. Und ja, das sind so erstmal die, die fest geplant sind für dieses Jahr. Lost Ark ist so ein Ding. Klar, man kann das einfach so ein bisschen nebenbei daddeln, man kann einfach nur leveln und sowas. Wenn man da wirklich progressen will und sowas, ist das, glaube ich, eines der schwierigsten Games, die du jemals spielen wirst. Ja. Ich hab mir da mal ein Video angeguckt von einem koreanischen Content Creator. Der hat dann erklärt, die haben da den leichtesten Boss, glaube ich, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gemacht. Und der Fight ging über 20 Minuten. Sobald ein Spieler einen Fehler gemacht hat, war im Prinzip Wipe. Und ey, das war nicht normal. Also das ist dann auch nichts mehr für mich. Weil da muss dann so viel Zeit reinstecken. Ich bin der Typ, der nebenbei daddelt. Das kann ich halt bei dem MMU nicht. Weiß ich nicht. Das fühle ich halt nicht. Dann denke ich mir, okay, dann spiele ich halt kein MMU. War schon anderes. Naja, ich bin noch nicht so ein Hardgrinder. Ich bin eher so sehr in den Hohspieler, der einfach mal so ein bisschen rein darin und seinen Spaß hat. Stimmt, das sagt freut mich auch noch drauf nächstes Jahr. Ja. Fandest du auch geil so den Anfang, ne? Ja, ich hab in der Anfang gespielt und dachte mir so, okay, alles, was ich so jetzt gesehen habe und gemacht habe, fand ich vom Feeling her cool. Deswegen hab ich gedacht, komm, du brauchst du dir auch für so, wenn es rauskommt. Reicht mir. Bin überzeugt. Kaufe ich mir die 0 Euro. Ja, worauf ich mich auch freue, hoffentlich dann mit Yannick und Sven zusammen oder auch mit jemand anderem noch mit zusammen. Rainbow Six Extractions. Haben wir ja sehr viel Gameplay schon gesehen. Ja, Yannick ist raus. Ne, Yannick ist immer nicht raus. Wir fanden das Konzept interessant. Ja, Pai spielt für mich mit. Der hat mehr Bock drauf. Moment, Rainbow ist halt dann wie Rainbow Six Siege oder was in die Richtung. Nein, Break for Blood für Rainbow Six. Scheiße. Ja. Die hatten doch schon Zombie-Monus und Rainbow Six und der war so schlecht. Der war nicht schlecht, der war interessant. Der hat also was ich an Gameplay gesehen habe, ist okay. Der hat mir nett. Ey, vor, nee. Rainbow Six Siege hat mein vernünftig und gehabt hätte ich sehr gerne, aber Extractions das was willst. Dann nehme ich jetzt Ja, soweit Schupper kann man mal. Für Spaß. Ja, für 40 Euro Sven. Ja, nee. Dann, wenn es günstig ist. Dein Leid. Dein Leid 2, Freunde. Dein Leid habe ich Dein Leid 1 abgebrochen, war ein bisschen öde. What? Ja, das ist Yannick's Meinung, meine Meinung ist, habe ich im Koop gespielt, also ich habe nicht mal allein gespielt, ich habe im Koop gespielt, dachte mir so, ja, nee, das kann ich meine Zeit besser bei Anlass verwenden. Also, Dein Leid 1 gespielt, mir war es zu realistisch. Mir war es zu realistisch, ich konnte nicht mehr spielen. Okay. Ich habe tatsächlich ein sehr übles Gefühl nach einer Zeit gehabt, so tief drin. Okay. Das war wirklich Train. Das hatte ich noch nie bei dem Spiel. Nicht mal bei Alien Isolation. Da hatte ich Angst, ja, aber nicht so wie bei Diegleid damals. Diegleid ist, glaube ich, mein Lieblingszombie-Spiel. Kann ich das Zombiespiel, wo ich am meisten so... Moment. Daisy? 390 Stunden, Komma 6. Daisy. Oh Gott. So zum Komma 9. 360 Stunden. Halt, ey. Nein, der war nicht meins. 360 Stunden reingegrindet. Warte, der Sieber hat den Grund, warum ich angefangen habe. Mit, äh, also im Bereich Streaming und YouTube. Deto. Deto. Werden sogar Streaming damit angefangen, waren dabei als die Dumpfe. Ja. 2014. Es kamen 447 Stunden sogar. Boah, krass wild. Ist ja auch Zombiespiel. Sind ja keine Zombies. Äh, ja. Sind ja eigentlich Roboter. Nein, das sind keine Roboter, das sind menschliche Leichen. Ja, okay. Ja, so die menschlichen, meinst du, ja. Das sind auch nicht wirklich Zombies, das sind die Poppins. Bitte, was? Was? Es gab auch so einen Roboter spiel doch, weil nicht. Ja, das ist es aber, das ist verbuggt. Roboter sind verbuggt, wenn. Ja, da gibt es irgendwie auch so ein paar Ja, das heißt irgendwie Iron, wie heißt das? Oder so Roboter, die dich umbringen wollen. Ja, genau. Ach so, das war ja dieses komische Gummel-Game. Ja, also das andere komische Gummel-Game. raus. Ja, Da hängen leid seid ihr raus, das ist ja schon mal traurig. Aber das wird nicht mehr der Gäste. Keine Ahnung. Nein, ich bin eher bei Elden Ring. Muss man den ersten Teil gespielt haben? Ne. Weiß ich nicht. Also storytechnisch brauchst du sowieso bei Dein Gleit nicht viel erwarten. Die war gar nicht so schlecht, die Story. Für ein Zombie-Game. Ja, für ein Zombie-Game. Da haben sie es schon. Ungefähr so gut wie bei Dead Island. Dead Island ist eine geilere Story. Aber gut, es ist immer so ansichtsbar. Ja. Elden Ring. Elden Ring. Für die Dark Souls-Fans. Ich bin gehypt. Für das Gameplay, was ich jetzt schon gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich freue mich da auch mehr drauf. Wird auch, glaube ich, also ich gehe da mal davon aus, dass es so die Top 3 Games des nächsten Jahres gehören wird. Nicht nur das. Was da gewinnen wird, liegt dann natürlich noch daran fest, wie es weitergeht. Also was man bisher gesehen hat, war cool. Man muss natürlich nur den Raske. Du, ich habe vor einer Woche dreimal hintereinander gesagt, warum kann ich schon Februar sein? Ja, wegen der nächsten Special Event. Verstehe ich. Ja, eben. Nee, wegen dem 25.02.2022. Aka, der Tag am Elden und an dem Elden Ring auskommt. Ja, das kommt nicht vorher. Erst die Special Week oder Elden Ring? Erst die Special Week. Erst die Special Week. Erst die Special Week. Weil da würde der Elden Ring gespringen. Ich muss mal nach hinten verschieben, Sven ist leider enttäuscht. Ich dachte, wir hätten beide so zusammen machen können. Wieso denn? Wie sollten wir den Elden Ring streaten? Ja, soll ich denn eine Special Week machen? Wir laden euch ein, uns bei Elden Ring zuzuschauen oder was? Nee, genau. Wir treffen uns alle bei dir. Und dann haben wir an einer Stieb wird getauscht. Ja, da stehen wir mit zehn Leuten. Ja, richtig geil. Das ist wild. Das ist toll. Und neun Leute warten nur auf der Tour und haben es sauber spielen können. Ja, toll. Wir haben in den Stuhl getreten. Oh Mann, ey. Super. Neun Leute sitzen bei Yannick auf der Couch. Ja. Das ist doch voll geil. Da geht's auf dir. Ich glaube, ich habe Secret Hitler und Villainess hier. Das ist für so ein Sieg mehr. Ja. Auf Deutsch. So leid. Auf Deutsch. Auf Deutsch sogar. Ja. Hör mich dabei. Secret Hitler nicht, das habe ich importieren lassen. Na, schade. Ich sehe gerade Evil Dead The Game. Geil. Ja, da kommt auch. Also, DVD hat jetzt auch so viel Konkurrenz bekommen. Das finde ich auch wild. Also, jetzt kam ja Prop Night raus. Jetzt kommt demnächst noch VHS raus. Also, VHS. Sonst steckt ihr dann die Kassette. Das kommt ja wahrscheinlich fertig dann nächstes Jahr raus. Ja, nächstes Jahr Evil Dead gegen eine eigene Variante. Und auch hier Leatherface kommt nächstes Jahr. Oh. Leatherface bekommt ein eigenes Game? Ja, vor allem Freitag der 13. machen. Okay. Gut, schön schlecht. Sehr gut. Moin, Freitag der 13. ist doch gar nicht so kacke. Das ist halt nicht wie Dead by Dead by Dead. Da kannst du um einiges mehr Zeit reinstecken. Aber ich finde, wenn du Casuals spielen willst, ist halt Freitag der 13. um einiges besser. Aber für das Geld damals ist es halt nicht gut. Ja, okay. Ja, die Marke war es halt wieder. Okay, Freitag der 13. 60. Ja, ich glaube, Freitag der 13. war einfach auch so ein Streamer-Game, ne? Ja. Da hast du so ein paar relativ entspannt, ohne da großartig sich Gedanken drüber zu machen. Bist du einfach reingegangen, hast da deine Truppe rangeholt, dann war gut. Ja. Hast du ein bisschen Spaß gehabt. Genau so sieht es aus. Aber der Rest war halt einfach so, ja, wenn du Casuals gespielt hast, war das so, ja, Leute, die nicht miteinander kommunizieren, die sich nicht helfen. Dankeschön. Ja, und dann kannst du so was halt immer vergessen. Ja, allein bei Prognite hat man es auch schon gesehen. Ich meine, das soll ein DPD-Konkurrent werden, so in der Art, nur halt mit Props, was hätte ich gedacht? Ja, also Witcher mit DPD. Ja, das habe ich auch Solo gespielt, der Kill ist aktuell viel stärker. Warum? Weil die den ganzen Mates sich nicht helfen. Ja. Habe ich so gesehen schon bei einem Jahr. Das war also das, wenn Games auf Teamwork basieren und dann du eine, dann in eine DPD-ähnliche Richtung gehst und dann die toxische Community damit ein bisschen anziehst, dann hast du einfach Pech. Ja. Auch wie bei dem Drang-Ball-Spiel, was du da gezockt hast. Drang-Ball-Brain, ah, hey, das ist ja wohl 10 von 10. Das sah so kacke aus, ne? Das sah auch 10 von 10. Das sieht absolut scheiße aus, stimme ich zu. Komplett Grafik von Kill PlayStation 3. Aber vom spielerischen Aspekt, also wenn du selber spielst, merkst du von einer schlechteren Grafik an sich nichts und vom spielerischen her ist das supergeil. Ich wollte mal Killer spielen, deswegen um die Erfahrung, vom spielerischen her ist das super witzig. Ich hatte mehr Spaß an dem Breakers-Ding in der einen Stunde, als an Freitag der Dreizinte damals. Weil der Dreizinte war so am Anfang ein bisschen cool, aber da so, da hast du mal Jason gesehen, hey, jetzt ist Angst, also nicht Angst, jetzt ist es mal spannend. Da ist es halt wirklich so, nein, ich mag auch Dragon Ball vielleicht, aber so spielerisch schnell war es echt cool. Weil es auch so schnell geht. Okay. Es hat keine Downtime, weil mein Vater der Dreizinte, okay, jetzt gucke ich die zwei Schränke durch, um die Telefondose fertig zu kriegen. Jetzt suche ich etwas, um Out-Zustarten zu können. Wenn du schlechte Mates hast, oder die dann nicht gerade wissen, wovon sie haben, oder also random ist eh kacke bei Freitag der Dreizinte, weil dann so machen die zwei Autos fertig und dann sind sie weg. Dann kommt noch ein Telefonanruf und mehr Komplik mehr zustande. Aber bei dem Game ist es einfach so, du hast zehn Minuten einfach Action, du gehst in das Haus, gehst in das Haus, dann hast du im besten Fall einen Radar, der dir sogar sagt, wo du hin musst. Das heißt, du hast einfach quasi das Game einfach schnell. Das heißt, das kann diese Action-Pause, sag ich mal. Du kannst ja auch Props verwandeln, damit du ein bisschen spannend bleibst, du vielleicht überleben kannst, weil du kannst dich ja nicht mehr, weil vor einer Dreizinte, kurz zu meinem Messer oder so, da ist halt... Du kannst vielleicht fliehen, wenn du genug gemacht hast. Das heißt, wenn du fleißig warst, dann kannst du zum Beispiel die Gelegenheit kriegen, abzuholen oder so. Das finde ich zum Beispiel ganz cool, dass du so innerhalb von 15 Minuten oder 10, also so maximal wirklich, du durchgehend was zu tun hast. Und wirklich so, okay, das geht schnell, das geht schnell. Das ist eine Alternative, die du machen kannst, ist auch cool. Ich glaube, du hast sogar zwei Alternativen. Das finde ich halt ganz gut und nice gemacht. Bin mal gespannt, was dann noch so rumkommt. Zwei Killer haben wir ja noch angekündigt, weil jetzt nur einer durchgehend. Fand ich ganz nett so den Aspekt. Ich habe auch zuerst gedacht, boah, das könnte jetzt ein bisschen trashig werden. ne, also wenn wir es in der... Trashig. Ja, fürs Interne wäre es aber auf jeden Fall witzig. Weil es natürlich jetzt nicht 60 Euro kostet. Dann bin ich natürlich auch raus. Aber wenn es preis angemessen ist, gucke ich da rein. Fünfer? Ähm, anderes Game. Ich hätte gesagt, free to play mit Skins oder so. Weil du hast ja schon deinen Skin-Inhalten, weil du dann... Wenn du Survivor spielst, kannst du den so unfassbar viel customisen. Hm. Achso. Und deswegen würde ich halt sagen, du kriegst du krassen Sachen halt nur von den Original-Charakteren, wenn du da auch ein bisschen Geld reinpasst. Und sonst machst du halt free to play. Äh, ja, machst du halt free to play und dann... dann bist du das. Ja. Wäre für mich der beste Aspekt. Ja, damit ist das so. Ja. Ähm... KOTOR Remake. Star Wars. Knights of the Old Republic. Damals nicht gespielt, werde ich nicht spielen. Kein riesen Star Wars Fan. Auch wenn mein Name aus Star Wars kommt, aber... kein riesen Star Wars Fan. Das wäre überlegt. Das wäre denkbar. Ja, ich hab... Ich hab... das hier die KOTOR nichts sagen. Knights of the Old Republic. Wie den Namen. Nee, wie den Kaisern Namen. Wie den Paisern Namen. Kaisern Namen. Banter. Das sind die fetten Reit-Tiere. Fetten Reit-Tiere von den Sand-Leuten. Ja, genau. Die original von den Kashi-Kom. Ach, die Dinger. Also die fetten Mammut-mäßigen. Ja. Die hässlichen. Die brauchen auch nicht. Ich weiß, wie die heißen. Ja, Banter. Also den Original-KOTOR, hab ich gespielt. Eine Zeit lang. Hat mich nicht so überzeugt. Also, ich kam auch von Jedi Academy. Deswegen hat mich danach nichts mehr... Verständlich. Danach. Das war bisher, bis dato immer noch mein Lieblings-Star Wars-Game. Aber würdest du KOTOR eine Chance geben? Es kommt für die Konsole und nicht für den PC. Also nein. Naja, es kommt ja auch noch für den PC. Bestimmt später wahrscheinlich. Ja. Aber gibst du ihm dann eine Chance? Wenn das Spiel nicht hier tot gehatet wird oder sonst was, wenn ich sehe, okay, ist cool, dann ja. Weil ich natürlich dann schon die ganze Story kennen dann bis dahin und natürlich nicht, aber... Ja, das... Ne, ja, das Story werden die ja nicht... Ja, gut, aber ich meine... Nicht mal... Ja, gut, ich finde vom Original das auch. Ja, siehst du. Ja, mal schauen. Von dem her, mal gucken. Also ich werde dem Ganzen auf den Schuss gehen, weil ich halt ein großer Fan bin. Vor allem von Knights of the Road und Public Saga allgemein, weil die halt noch besser ist als... Also tatsächlich besser als das, was sie heute anbieten und liefern. Ja, also ich bin da mal sehr gespannt, wie es wird. Sven, deine Games 2020? Definitiv Pokémon. Auch wenn es auch die PlayStation 2 spielt. Na gut, das... Also... das ist genauso wie bei Dragon Ball Breakers. Und für Palos noch ich will nochmal zu erwähnen. Wenn man spielen, wird man es nicht mehr. Ja, also ich denke mal, dass das Spiel ziemlich viel Spaß machen wird. Also vor allem ist auch mal was Geiles. Also sie haben einfach mal was Neues jetzt gemacht mit diesem, ich sage jetzt mal Open World. Auch wenn es nicht ganz Open World sein fehlt, aber halt dieser Ansatz halt... Ja, ist halt mal was Neues. Bisschen frischer Wind. Auch, dass du die Pokémon anders fangen kannst, dass du halt selber auch angegriffen werden kannst und sowas ist nicht halt ganz geil. Ich gehe mal gerade die Liste durch. Was hast du sonst denn noch so? Nur Pokémon oder? What Enduring. Das sind eigentlich die Welt, die ich... Okay, dann hol ich jetzt einfach mal so drei Namen. von Spielen, die nächstes Jahr noch kommen werden. Der Herr der Ringe Gollum. Nee. Nope. Diablo 4. Da kommt also... Ich stimme aus dem Hof. Der Herr der Ringe Gollum. Ist er nicht von Deadly? Spiel um Gollum. Von Deadly League, ja? Nein. Also doch von Deadly League. Ja! Ohne konkreten Termin. Ich glaube, das werde ich mir sogar angucken. Das werde ich mal verfolgen. Ich werde es mal verfolgen. Bei Deadly League leider mal raus. Und zu guter Letzt Wochen Nights. Nein. Die Fortsetzung von... Ja. Dem letzten Batman Game. Mag Batman nicht. Mal gucken. Batman ist ein Arschloch. Ja, ist so. Batman ist absolut overrated und... Das ist ein Arschloch. Ich mag auch die was bei uns. Das Ding bei Batman ist, warum ich Batman einfach so hasse. Er sagt ja immer, ich töte keinen und ich benutze keine Waffen und ich verprügel die Leute nur. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dadurch sterben Leute. Und zwar Unschuldige. Weißt du, du nimmst den Joker, verprügelst den, wirfst den in den Knast. Natürlich bricht der aus. Und dann jagt der wieder 10.000 Leute in die Luft. So, das ist doch... Bring ihn doch einfach mal um. Nee, aber kannst du ja nicht, weil du bist ja nicht so moralisch überlegen. Deswegen ist Batman in meinen Augen ein Arschloch. Weil der Punisher, der sagt, nee, wenn wir da was machen, dann bringen wir die um. Die Serie war so ein 10 von 10. John Berndtall, den liebe ich auch so sehr. Der ist cool. Der macht das geil. Gut, der Punisher ist der Marvel und Batman ist DC, ne? Ja, aber... Nein, nein, bei Punisher die Spiegel-Szenen am Ende. Ja, genau. Ich mag zum Beispiel auch, hier, wie heißt der? Daredevil. Mag ich auch nicht. Weil der ist genau wie Batman drauf. So, ich verprügel die nur. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du mal verprügelt? Ne? Als wenn wir die 12 Jahre auch gemacht, dann wäre er gesagt, als ich rausfragen wollte. Ja, Helden sollen halt noch einen Vokant-Filfass haben. Der Punisher ist halt eher ein Anti-Held. Ja, ist... Aber er ist halt böse. Naja. Ja. Eigentlich. Bei DC, Rorschach. Ich mag Rorschach. Also Watchmen generell. Watchmen, ein richtig geiler Film und Rorschach, absoluter Liebling da. Rorschach ist geil. Ist ja auch eher Anti-Held. Ja. Aber mag ich halt um einiges lieber, so was? Die sympathische Art von Anti-Held tatsächlich. Ja. Ne, Punisher doch auch. Der find ich auch so verliebt. Das ist super sympathisch. Ja. Ich bin da nicht so... Wenn man den Hammer in den Men reinhaut. Letzten Endes ist das ja kein schlechter Dude. Also er hat ja... Ja, ich weiß. Er hat seine Vergangenheit... Klar, klar. Ich meine, er hat sich auch für's Gute eingeschützt. Er macht ja nur böse Sachen gegen die Bösen. Und das ist ja gut. Ja, eben, genau. Ja. Aber ich würde beschützen. Und wenn das tatsächlich halt auch nicht okay, böse... Ja gut, das ist die ihm das Seine, ne? Das ist halt wirklich... Wenn böse weg ist, ist gut. Ähm, ich find halt... Deswegen meinst du jede so, ne? Weißt du, so Friede, Feuer, Eierkuchen. Langweilig. Ich bin halt ein großer Fan tatsächlich von den Batman-Spielen und freu mich drauf. Und gut, wenn ihr euch nicht drauf freut... Ja, ich bin halt immer zu überlegen. Ich wäge immer ab. Meistens mal gucken. Ich fand's zum Beispiel den letzten ganz cool mit Man-Bed. Ja, ähm... Der große Unterschied halt zu den früheren wird halt sein, du wirst halt auch einen Anti-Helden spielen können tatsächlich. Und zwar Red Hood. Also auch jemanden, der tötet. Unter Umständen. Dementsprechend... Das wird ganz cool. Ein paar gucken noch nicht, wie ich es hat. Ne? Sind alles so kinderfreundlich. Da leuchten die bei einer Skurgel noch nicht an der Bar. Ne? Also ich mochte die Filme. Ja, also die Dark Knight-Filme ist ja cool. Aber das lag auch immer an den Bösen. Weil Heath Ledger als Joker einfach... Oh, na mal. Ja. Äh, gut. Dann hier Tom Hardy als Bane. Ja. Tom Hardy mag ich auch gerne. Gut, dann bring ich halt einen anderen DC-Spieler. Von Anti-Helden. Suicide Squad. Killing the Justice League. Gengis Rass. Suicide Squad. Also ich hab halt den ersten Film nur gesehen. Ja, aber das ist ein Suicide Squad-Game. Das ist unabhängig von dem Film. Okay. Das Killing the Justice League. Das Killing ist schon heavy. Ich find halt Suicide Squad... ...finde ich keinen einzigen Charakter wirklich interessant, oder? Weiß nicht. Weil ich glaub ja drin ist, ist dieser Krokodil-Heini drinne. Deadshot, der ist ganz cool. Äh, dann Harley Quinn. Und der Feuer-Heini, ne? Und der Feuer-Heini, ja. Der Feuer-Heini. Und der Bummer-Heini, der Australier. Weil, was für ein langweiliger Charakter, ey. Ich brech einen Wanken ein, und ich kann mit einem Bummer-Heini werfen, Freunde. Ja, du. Okay. Irgendwas cooles müssen die aus Australier bringen. Irgendwas cooles müssen sie bringen. Wo ich euch auf jeden Fall sehe, ist auf jeden Fall Splatoon 3. Nee. Aber auf. Nee. Nee. Aber, wir werden die erste Mal mit einem Joke anfangen, ja? Ich weiß, ihr alle liebt Vin Diesel, ja? Arc 2. Ich hab grad einen Fehler gemacht, ich hab nämlich keinen Alert-Box an, und ich komm Samotaka rein mit dem Raid. Upsi. Oh, win, win, win. In meiner Szene, deswegen. Und vielleicht auch schwierig, also, ich geh einfach immer davon aus, dass die besten Titel sind, also immer, natürlich Eldering, natürlich, klar. Pokémon auch, also so, die eigentlich immer überzeugen von den Entwicklern. Du gibst ja nicht mehr so viele, aber es gibt immer so ein paar. So, was mich wahrscheinlich am meisten nächstes Jahr freuen wird, sind wieder die Games, die ich jetzt nicht auf dem Zettel hab. Genau, die einfach so spontan auftauchen. Ja, einen guten Tag hab ich nicht mitgerechnet. Hab ich schon einen Titel, der wahrscheinlich spontan bei euch auf dem Zettel auftauchen wird. Forspoken. Das wurde mit dem Drachen. Ja. Ja, den haben wir auf DT3 gesehen, wo wir dachten, du bist in der Rockrock. Richtig. Ja, warst du schon. Ja, komm, 2022. Aber das ist ja jetzt, ja, ja, nicht von Ubisofts. Ja, aber das ist ja auch kein Indie-Titel. Ich rede ja ja von den Indie-Titeln, wo man wirklich damit rechnet. Ja, gut, Indie-Titel. Ja, auf einmal diese Future Play Games gerechnet. Ja, aber kommt dann gleich wieder ein geiles neues Game raus, so, und dann war mir steht, dass da eine Discord-Gruppe, und man denkt sich, was ist das denn, und dann denkt man sich so, okay, ja, warum nicht. Ja, absolut, gönnen wir uns. Haben wir dir das ja einiges, einiges Mal gemacht, vor allem. Das ist richtig. Ja, wir haben uns einige Trash-Games, aber auch witzige Games rausgesucht. Na, nicht unbedingt Trash-Gelbens. Also, ich sag nur Trash-Games, weil manche würden das jetzt Trash-Games betiteln, aber, ja. Ist das mit Dragon Age 4? Warten wir das schon? Nee, haben wir noch nicht. Ich hab Inquisition gespielt, hat nicht so viele Freunde das Game, also der dritte, weil das halt so auch in die Länge gestreckt wird. Also, ich könnte zum Beispiel, ich könnte das auch nicht nochmal spielen, weil ich genau weiß, ich hab keinen Bock auf den Anfang. Der Anfang ist halt sehr, den musst du halt erstmal überleben. Das ist halt schwierig. Ich glaub, ich hab nur Dragon Age Origins gespielt. Ich kenne die ganze Story von Inquisition und fand das an sich ganz geil. Ich hatte auch so ein bisschen Game of Thrones-Feelings, weil ich hab Game of Thrones geschaut, dann Dragon Age, dann war halt, da gab's Drachen, da gab's Schnee, hat mich schon überzeugt, dass es besser ist als Staffel 8. Aber es ist nicht besser als Staffel 8. Und deswegen fand ich das zum Beispiel ganz cool, die Story und so. Und weil's danach weitergeht, bin ich mal gespannt, wie die das, wie die zum Beispiel ein paar Sachen lösen. Ja, Sven, ich wollte zu Ende erzählen, tut mir leid. Sven, wir nehmen dich dran. Nee. Nee, Sven. Wurde gerade was erzählen. Nee, Sven hat sich zuerst gemeldet. Ja, okay. Also, Dragon Age war doch das Spiel, wo man doch auch Entscheidungen treffen musste durch einen Dialog, oder nicht? Ja, genau. BioWare-System, du machst Entscheidungen, was halt sehr gut ist. Nicht mehr so krass wie bei Mass Effect. Mass Effect, das ist immer noch am besten gelöst bei allen Games. Aber, äh, das war auch noch da vorne. Konnte man da nicht auch alles und jeden im Zweck kriegen, oder irgendwie so? Nee, außerwählt, immer außerwählt. Außerwählt, okay. Es gibt immer die Kompagnons, Sven. Immer die Kompagnons. Immer die Begleiter. Es gibt immer ein paar Begleiter und es ist halt immer angepasst so. Der für beide Geschlechter, der für das Geschlecht, der für das Geschlecht. Das ist immer vor Probe. Ah, okay. So wie auch bei Cyberpunk. Das heißt, du hast, bei Dragon Age guckst, guck ich, hab ich, ähm, guck, also, äh, guck ich vor dem Run, welche gehen, welche nicht. Dann, danach geh ich, dann, wen ich dann mitnehme ins Team und so. Ja. Habe ich bei Inquisition so gemacht, okay, die geht, ja, komm, besser geht, besser wird's wohl nicht. Ja, du, wie muss man sich ja Schau machen, ne? Ja, das ist das Einzige, wo ich mich über Frostbolt anlasse. Weil nachher mache ich mir die Arbeit umsonst. Ja. Bei Cyberpunk, ne? Habe ich mir auch die Arbeit umsonst gemacht. Dann war das nur für, äh, war das für, äh, war das für, äh, war das für, äh, weibliche Charakter für, äh, andere weibliche, äh, für weiblichen Hauptcharakter. Ja, ich hatte männlichen, da war, ja, danach war die Luft auch raus, dann beim Game. Ja, da war es nur im Hintergrund. Äh, fand ich, na, sowas, das gehört irgendwie noch dazu. Der Hauptcharme muss noch was nebenbei machen können. Hm. Na, aber ich fände auch, aber Dragon Age hat auch ein paar coole Sachen so nebenbei, zum Beispiel, äh, wenn man baut man sich so eine Art eigene, äh, eigene Burg, so, was für die Story jetzt nicht wichtig ist, aber, konntest du dich zum Beispiel auf den Thron setzen, da konntest du auf Kasse meistens nicht klar, und dann konntest du so kleine Sachen nebenbei machen, ja, dann, äh, aber man musstest so Verbrechen lösen, also nicht, äh, warst du Richter gespielt, weißt du, wurde ja auch was vorgetragen, wenn man beim Mittelalter irgendwie so kennt, so, der König muss jetzt, ja, quasi Entscheidung treffen, ist er jetzt schuldig, ist er jetzt nicht schuldig, dann hast du so vier Entscheidungen sogar, und sowas für solche Kleinigkeiten mag ich zum Beispiel. Ich fand, äh, inklusive Schmerzen zogen in Kaugumme. Ja, da, du musst halt den Anfang überstehen, sobald du im Winter, im Schneegebiet bist, ist easy. Bis dahin bin ich nicht gekommen. Ja, deswegen. Deswegen. Das, also, sorry, der Anfang war halt einfach Fraugemi. Ja, also es ist halt wirklich so, am Anfang musst du halt erstmal über, erstmal, wenn du die ganze Gruppe hast, dann geht's los. Das ist bei vielen Spielen so, und bei Inquisition dauert es halt ein bisschen länger. Das stimmt. Ja. Ja, Sven? Können wir denn auch Hinrichtungen machen, wenn du dann entscheiden darfst, oder? Du kannst sagen, der kommt ins Gefängnis, der kommt, ich weiß gar nicht, der muss nackt rumlaufen, oder so, keine Ahnung. Ja. Oder der ist unschuldig, der wird getötet, bla, Ja, du konnten, das hat sich dann auch ausgewirkt auf irgendwas, und, naja. Alter, das ist ja voll ein geiles Spiel da. So ein ganz langweiliges Minigame, sag ich mal an sich, so, ja. Also, das ist ja langweilig, war schon ein cooles Minigame. Äh, Stalker 2, Freunde. Ja. Part of Chernobyl. Ja? Stalker hat schon was. Kann cool werden. Stalker freue ich mich drauf. Kann cool werden, stimmt. Ich denke, dann werde ich mir auch, äh, gehe ich von außer, werde ich mir holen. Außer ich lese da wirklich scheiße drüber. Weiß ich nicht. Stalker ist cool, aber weiß ich nicht. Stalker sind richtig geile Spiele. Ja? Ja. Ich will sie spielen, ich brauche einen scheiß Laufhärz. Ja, mein Hinterkonto spricht mittlerweile mit. Jetzt lang. Entschuldigung. Dass ich nämlich eigentlich sagen wollte, die hat mich gerade verraten. Die hat einfach schon The Witcher angeguckt, Staffel 2. No. No. Ich bin bei der letzten Folge. Bin ich bei der letzten Folge? Moment, hab ich schon geguckt. Nein, ich bin bei der letzten Folge. Nein, ich bin bei der letzten Folge. Nein, ich bin bei der letzten Folge. Nein, ich bin bei der letzten Folge angefangen. Ich bin bei der ersten oder der zweiten Folge. Ja, ich sammle immer genug, bis ich auf Netflix genug hab. Och, hast du? Lügnerin. Na? Da bist du nachher angefangen, heute bin ich fast durch. Krass. Ähm, was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Ich hab... Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Irgendwas, was Yannick sich auch räumt, aber ich wüsste nicht mehr, ich weiß nicht. Sind sie mir wirklich Probleme? Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber... Na, mach halt. Hey, im März kommt GTA 5 für die PS5 raus. Boah. Ja, Alter. Ich warte auf die Switch-Variante. GTA 5 kommt mehr Controlled raus als alle andere. Das kann nicht wahr sein. Ja, die wollen halt Skyrim überbieten. Ja. Ist wirklich so. Skyrim, wenn man jetzt auch dieses Jahr eine neue Variante bekommt, wo man angeln kann, ja, wie ich... Boah. Boah. Boah, nee. Das war für viele auch ein Kaufgrund. Ich kann angeln. Let's go. Aber kann man das nicht auch durch kurz machen? Oder... Ja, aber richtig, hier ist schon richtig cool, also. Ja, aber hätte man das nicht einfach so reinpatchen können? Ja, du, in der Mongas hätte man das auch so reinmachen können, ja. Dann sag ich mal's. In der Mongas hätte auch einfach die Modder anstellen können, oder hey. Oder Freelancer, für Sachen, was sie machen, kriegen sie Geld. Ja. Ist ja auch viel beliebter mittlerweile, dass man allein auf YouTube oder so, oder was. EA hätte auch einfach, äh... Ja, wen, wen einstellen können. Die fällt gerade das nochmal wieder nicht ein. Ich würde bei EA, glaube ich, keinen Unterschied mehr machen. EA ist halt EA. Ja, Paul, holst du denn FIFA 23? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, geil. Jetzt erinnert sich ja wieder die ganzen Vereine und so. Ich meine, da werden ja wieder Spieler gehandelt und so. Ja, der Content wird wild. Der Content wird wild. Neue Map. Neue Map, ja. Ja, das ist wichtig. Neue Map-Lizenzen. Dann haben sie, dann haben sie diesmal noch, dann haben sie noch aus der indischen Liga bestimmt noch einen Lizenz ergattet, bestimmt. Ja, bestimmt. Ne. Ne, niemals. Ich glaube, das haben wir dann sicher auch durch. Tiny Tinas Wonderlands. Ja, vielleicht wurde schon, da gibt's schon Kumpels, die sagen, hey, Yannick, das musst du dir holen. Nach Borderlands 3 ist für mich Borderlands gestorben, eigentlich. Das haben die verkackt. Ne, ja, das ist ja nicht Borderlands, sondern Tiny Tinas Wonderlands. Das ist ja Tiny Tinas. Das ist ja Tiny Tinas. Das ist trotzdem Borderlands. Nein, das ist es nicht. Ne, das ist ja Tiny Tinas, stimmt. Natürlich, das ist es nicht. Das ist halt nur der Reihe. Auch ist ein Ableger der Reihe von Borderlands. Ja, aber es ist nicht Borderlands, so wie es ursprünglich war. Ja. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich schon. Ne, das ist wieder ein Looter-Shooter. Wie das? Ja, bedingt. Ja, war die Runde mit dem unten? Nö. Nein, mit dem unten. Geil. Aber hey, es ist jedem das sein. Ja, aber Borderlands 3 war krass. Sonst wär ich da voll gehypt drauf, aber... Ne. Das hat mich fertig gemacht, das hat seelisch schon abends zurückgelassen als Spiel. Borderlands 3. Ja, Borderlands 3. Denk an die Tiny Tinas. Ja, mach ich auch, aber... Was? Aber ich glaube, die Games haben wir sonst durch, oder habt ihr noch was? Was jetzt noch erwähnt? Ich bin gerade am Überlegen. Ja gut, wenn er überlegen muss, dann ist er dann halt glücklich. Wir halten nur die Liste an, die ich hier gefunden habe. Weihnachten, Leute. Warum fragen wir hier wohl die Mützen und die eben? Oh ja, Weihnachten. So. Ja, dann haupt mal raus. Glühwein mit Zucker. Jetzt wird Tachlis geredet. Ja, genau. Oh, Gott. Gott, hör bitte auch nicht. Das Bett ist nachts. Ja, okay, tschau. Genau, der kein Glühwein. Auch nicht so, aber wenn, dann auch nicht Zucker. Weihnachten, entspannt oder großes Familiending? Leider großes Familiending. Entspannend bei mir, Sven? Also Heiligabend ist eigentlich relativ entspannt, aber die Tage an Nacht sind ein bisschen stressig, weil wir dann immer zu Omas müssen, dann noch zu Bruder und ja, wenn wir es ein bisschen stressig haben. Heiligabend, sehr entspannt, nur mit Eltern und Bruder, dann danach mit Tante, Onkel, Cousin, Cousine und Opa, also da sind wir dann gelocks neunt und dann den zweiten Weihnachtstag weiß ich noch nicht, ob ich da noch mitfahre zu meinem Bruder. Also, das weiß ich noch nicht. Weil den hab ich ja dann schon zwei Tage gesehen, das reicht ja auch irgendwann auch. Aber Heiligabend dann immer selber ziemlich entspannt waren hier. Außer bei David. Weil dann bei dir auch schon... Ich glaub, David ist nicht mehr im Plan. Reden aber ich höre nicht. Naja, dafür, wie habt ihr ja von mir. Bestimmt. Dann will wir ja nicht mehr zu reden. Also, wir machen das jetzt immer so, dass wir den ersten bei ersten Tag komplett alles abrattern, damit wir den zweiten bei ersten Tag komplett Ruhe haben. Das heißt also, ein Tag da richtig stressig ist, der zweite Tag ist dann an sich einfach erholt. Ist auch nicht verkehrt. Geschenke schon alle geholt? Ja, ich hab alles geholt. Ich verschenke mich. Komm bestellt. Ich lieb mich dieses Jahr. Ich muss für meine Mutter und für meinen Vater brauche ich noch. Ich hab für meine Eltern und meinen Bruder und ich haben den Deal, wir schenken uns. Und Sven und Holger haben wir uns auch mal was geschenkt. Das haben wir dieses Jahr auch gesagt, machen wir nicht. Ist das so? Ja. Oh, ich hab dir was geholt. Ja, gut. Ich hab auch... Ich warte immer noch auf mein Geburtstagsgeschenk. Also, hey, passt doch. Ja, okay. Ne, also ich hab für meinen Partnern ziemlich viel geholt. Ja, stimmt. Ich wusste, was ich holen soll. Da bin ich jetzt bei 120 Euro für ein Spielzeug. Quatsch. Quatsch. Der kriegt von mir ein 20 Euro Buch, wo dann sein Name draufsteht. Alter, quatsch. Wie alt? Ich weiß nicht, Digga. Musst du das? Zwei. Mit drei spielt die damit schon nicht mehr. Alt. Ach, Quatsch. Ich weiß halt nicht, wie viel Spielzeug die hat. Aber es ist mein Partnerkinder zum Beispiel so unfassbar viel Spielzeug. Wenn ich da hingehe, denke ich immer, Toys Tosser Ross. Deswegen kommt da auch irgendwas Kleineres. Ich hab da jetzt zum Beispiel so ein Buch. Es gibt so eigene Bücher. Meine eigene Geschichte oder so. Ich sag halt irgendwie so. Dann gibst du ein, wie das Kind da ist. Dann gibst du noch Bezugspersonen kannst du da eingeben. Onkel Janik oder so. Dann kannst du die Eltern eintragen, was weiß ich. Sagst du noch, wie alt ist das Kind? Hautfarbe, Haarfarbe, fertig? Und dann wird dann noch reingeben. Das ist quasi so. Geschichte ist vor, ist halt fertig. Und das wird dann halt noch hier bitte einfügen. Das wird dann eingefügt dann. Und dann sendet ihr das zu, wenn ich es gemacht habe. Geil. Das ist so entspannend. Ja. Ich bin froh, dass es in meiner Familie noch keine Kinder gibt. Denen ich dann noch was schenken müsste. Also ich hab theoretisch zwei Kinder, die was schenken muss. Ja, deine eigenen Zernierung. Nee, nicht meine eigene. Die schenkst du nichts. Nee, ich wollte gerade sagen, wir kriegen nix oder was. Nee, ich hab keine eigene. Also ich hab ein Patenkind und halt... Mir gut. Ein Bruder. Nee, nee. Also ich hab mein Patenkind und ein kleiner Bruder. Weil ich glaube ich keinen Patenunkel, sondern ein ganz normaler Unkel. Ja, dann gehört das nicht dazu. Ah, ich weiß nicht. Okay, dann nur so Kleinigkeit. Nee. Wie ein Stück Schokolade. Puffreiß. Ich war am Händedruck. Ha? High five. Kann ich froh sein, dass der nicht feucht ist. Weißt du. Ah, ich weiß nicht. Nee. Nee, das Schöne ist, worauf ich mich freue, normalerweise hat mein Opa zu Weihnachten immer Sauerbraten gemacht. Nee, das war so Tradition, Opa macht Sauerbraten. Und, oh, geiler Sauerbraten. Dann richtig schön Kartoffelklöße, Kartoffeln, Rotkohl. Wurde dann halt ein bisschen aufgeteilt, wer was dann noch macht. Aber Opa bringt immer Sauerbraten mit. Nur kann er das halt körperlich nicht mehr so gut, ne? Ja. Und dieses Jahr hat dann mein Vater gesagt, okay, scheiß auf, dann mach ich halt Sauerbraten. Also gibt's dieses Jahr wieder Sauerbraten. Oh, ich liebe Sauerbraten. Also so ansonsten traditionelles Weihnachtsessen machen wir halt nicht. Also ganz hatten wir, als ich klein war, hatten wir das hin und wieder mal. Das ist halt für meine, vor allem für meine Mutter viel zu fettig. Das verträgt die nicht mehr. Ähm, ja jetzt, ganz, oh, geil. Aber jetzt ist es bei uns immer Raclette. Weil du sitzt zu viert da, Eltern da, Bruder da. Und kannst halt gemütlich dann Raclette machen. Dann isst du auch mal ein, zwei Stündchen und so. Ja, genau. Quatsch dabei ein bisschen. Danach deine Rune und Spiel oder was, ein bisschen Quatschen eintrinken. Raclette haben wir auch, das machen wir auch immer, bevor wir abends ein Geschenk auspacken. Und davor immer direkt noch Raclette. Davor, dass du quasi ein bisschen vorbereiten, ist ein bisschen schnippelarbar, zum Beispiel. Im Zweifelsfall, na, ein bisschen, kann, kommt natürlich, ist halt jedem, man kann ja selbst sagen, was man da drauf haben möchte, dann kann man sich ein bisschen vorbereiten. Und, für sei es auch super entspannt, machen wir auch seit, eigentlich immer. Und haben wir immer, immer glücklich. Also Weihnachtsessen. Quatsch. Was sagen wir noch mal? Zwei? Ja, also mittags essen wir meistens Coladen mit Rotkohl. Und hier Kartoffeln und Soße. Und abends meistens warm auf Göstchen und oder Schnitzel halt und dann mit Kartoffelsalat. Also was schnelles dann. Weil wir dann nach dem Essen dann Bescherung und dann halt machen. Also schnell wird essen, damit man schnell auspacken kann. Ja, genau. Also früher, wo ich noch kleiner war, da mussten wir dann auch immer singen. Also dann hatten wir halt immer Weihnachtsbücher dann. Und dann mussten wir halt immer noch singen. Und dann ging halt komischerweise die Tür, die war halt immer abgeschlossen, die Stubentür. Und dann irgendwann ist man die Stiefahrt rausgegangen. Und dann komischerweise, wenn er wieder kam, war die Tür auch aufgeschlossen. Nachdem wir genug gesungen haben oder eine Weihers Geschichte noch vorgelesen haben. Und dann haben wir uns halt in die Stube gesetzt. Und dann kam halt auch Musik und alles. Und dann, ja, dann haben wir halt geknobelt um die Geschenke. Also klein war wohl die Tür auch noch aufgeschlossen. Von Wohnzimmer. Wir haben keine Tür. Bei meinen Eltern. Das ist halt erstmal Wohnzimmer, ist halt dann ein großer Raum. Ja, okay. Ich denke. Darf ich noch was zu sagen oder soll ich jetzt noch Deko? Ja, sofort. Ich bin gerade am Nachbarn. Okay. Ich habe keine Ahnung. Dann muss ich aber gesagt, mehrfach was zu sagen. Geschenke auspacken. Habt ihr da auch was, was wir machen müssen? Oder ist es einfach normal stumpf? Geschenke auspacken oder macht ihr da auch was für? Zum Beispiel. Wir müssen würfeln. Hier im Kreis. Wenn du Sex hast, darf ich ein Geschenk aufmachen. Wenn man keine Sex hat, gibt es der nächste dran. Und dann, bis er am Ende auf ist. Ich war nie Erster. Boah, das dauert ja ewig. Wenn wir nur eine Sechs haben. Und wie macht ihr das, wenn beide nur eine Sechs haben? Wie wenn beide eine Sechs haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Sechs würfelst, das dann sofort hingeht? Ja, genau. Ich habe eine Sechs. Alle warten, wie ich mein Geschenk auspacke. Dann ausgepackt, der nächste würfelt dran. Also so lange ist dann quasi Pause im Vorgang. Das Problem ist, ich sitze immer am nächsten beim Baum. Das heißt, ich muss immer aufstehen, Geschenk holen, hinpacken. Er muss auch mal aufstehen. Damit bloß ich der Einzige bin, der aufstehen muss. Ja, geil. Ja, und ich bin noch die Hilfselfe nebenbei. Du hörst ja auf die Klasse mit. Deswegen setze ich mich immer so hin, dass ich bei einigen gar nicht mehr aufstehen muss. Weißt du, dann Sofa und direkt daneben ist der Baum. Und deswegen ein paar Geschenke kann ich so erreichen. Das ist aber praktisch. Das ist eine faule Variante. Nee, also wir würfeln auch. Wobei uns ist das halt so, wir würfeln einmal in der Runde. Und wer die höchste Zahl hat, der darf sich ein Geschenk aussuchen. Und dann kann es sein, dass es sein eigenes ist oder halt das von jemand anders. Und dann darf derjenige das dann halt auspacken. Wo halt der Name draufsteht, ne? Achso. Und wenn halt zweimal dieselbe Zahl ist, also dann höchste Zahl ist, dann müssen die beiden nochmal hier stechen. Steht da kein Name drauf? Also auf dem Geschenk steht ein Name drauf. Und so, weil mit Aussuchung. Ich meine, man kann doch gezielt sein, es dann auch so. Oder wie haben wir das Systemumgang? Einfach eins nehmen, was einem zuerst in uns auch gefällt, ohne direkt auf den Namen zu achten. Weil meine Eltern schreiben, die nehmen ganz keinen drauf. So, dass man da wirklich gucken muss, was das jetzt ist. Und dann nimmst du halt einfach eins aus. Und dann kannst du nicht spielen, Namen suchen. Ja, genau. Jetzt ist es dann ja durcheinander. Bei uns ist das halt geordnet so, Janik, Papa, Mama und dann so weiter. Oder habt ihr das durcheinander? Ja, das kommt da durcheinander. Ah, okay. Also dann machst du am meisten Sinn einfach. Genau. Okay. Also die größten Geschenke sind meistens als erstes weg. Hm. Top. Boah, gut. Was gibt's denn, ne? Gelastend. Deswegen immer schon kleine Sachen in große Kartons verpacken. Ja, das find ich so geil. Das hab ich mal bei der, äh, in meiner Haus, ähm, als ich Azubi war, hab ich das auch mal gemacht. Dann war mega witzig, so Karton in Karton in Karton. Da muss man nämlich immer als Azubi seine anderen, ähm, quasi, ähm, auch ein bisschen kreativ, äh, für seine Azubi-Kollegen da was aussuchen. Heißt das dann, na, okay, du, hier hast, such mal für den Preis was draus, ne, ich muss, also ich muss das dann nicht bezahlen oder so. Aber dann halt quasi zusammengelegt immer, und dann durfte ich das für einen Azubi-Kollegen zusammenlegen. Ich hab dann so einen Riesen-Karton genommen, darin war ein Karton, darin war ein Karton, darin war ein Karton, und da stand dann, öffne den Schrank, und dann war das Geschenk. Das hab ich einfach so... Ich hab mich ja wieder so weggeschmissen. Also, ernsthaft. Seitdem, dann durfte ich das nicht mehr machen. Okay. Boah. Na, egal. Weihnachten. Hörst du dir doch mal. Bei uns ist es einfach, äh, reihum im Prinzip, also, meine Mutter läuft halt sehr gerne, das heißt, sie schickt gerne auf, und dann setzt sie sich wieder hin, dann schickt sie wieder auf. Das heißt, eigentlich wird da geguckt, okay, jetzt machst du ein Geschenk auf, dann machst du ein Geschenk auf, dann machst du ein Geschenk auf. Einfach so ein bisschen kurz und quer. Gerade je nachdem, wie viele Geschenke auch für die Einzelnen da sind. Damit nicht am Ende einer da sitzt und noch fünf Geschenke vor sich hat, weil er dann sehr viel Kleines kriegt, oder was? Naja. Alle anderen sind schon durch. Haben wir zum Beispiel auch, weil wir würfeln müssen, meine Mutter packt dann mal Holzkohl ein. Oder ein Stück Holz. Das heißt, wir öffnen, es freust dich, und dann hast du ein Stück Holz. Naja. Meine Mutter hat auch so einen Running Gag, die hat seit Jahren, hat die eine Schachtel von einer Uhr. Und wir vergessen das aber jedes Jahr. Das heißt, irgendjemand macht diese Schachtel auf, oder macht dieses Paket auf, sie dann eine Schachtel von der Uhr, denkt sich, hey, warum schenkt meine Mutter mir jetzt eine Uhr? Dann machst du das Ding auf, ist da ein Rubbel-Lost drin. Die machen die Schachtel und jedes Jahr und jedes Mal sind immer wieder verbierter, hä? Nö. Funktioniert. Was? Ist auch noch gut. Oh mein Gott. Damit bist du schon am Start? Damit, oder? Du, ich warte noch. Ich leuchte zu. Ja, das ist jetzt. Du bist dran. Ja, was soll ich groß erzählen? Weihnachtsessen und Gefängel. Ja, also, ähm, ich bin ja seit mehreren Jahren nicht in der Heim. Ich habe tatsächlich sehr lange schon am Weihnachten, wenn wir das in Jesus unterbringen können. Das heißt, ich bin jedes Jahr bei der Familie in meiner Familie. Und, ähm, normalerweise ist es so, dass wir dann dementsprechend alles verfeiern an Heiligabend. Ähm. Ruhe. Ruhe. Das ist mir egal. Ruhe jetzt. Auf jeden Fall feiern wir alle zusammen. Und dann wird gegessen. Normalerweise gab es, glaube ich, Gans oder Ente. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Frag mich bloß nicht mit bloß und so. Ähm, das gibt es jetzt dieses Weihnachten tatsächlich bei, äh, bei Jemtata. Zu Weihnachten. Direkt an Heiligabend. Und am ersten Weihnachtsfeiertag geht es zu dem Bruder. Da gibt es dann Bratwurst und Sauerkraus. Das ist auch so eine Sache. Und dann werden dort zusammen, äh, die Geschenke dann dementsprechend rausgepackt. Dieses Jahr wichteln wir. Normalerweise war es immer so, dass jeder jedem irgendwas geschenkt hat. Dieses Jahr wird gewichtelt. Oh. Ja. Auch wild. Bin ich auch mal gespannt. Ja, aber sonst so große Weihnachtstraditionen in meiner Familie gibt's. Aber wie hattet ihr das denn zum Beispiel? Wusstet ihr, wo ihr kleiner wart, auch singen, oder glaubst du das bei euch gar nicht? Bei mir persönlich gab's Weihnachtensingen nicht. Bei ihrer Familie, ja. Die wussten, wie ich singen. Ich glaub, wirklich einen Zwang hatten wir nicht. Das Ding ist immer, meine Oma ist halt, äh, immer so gewesen. Ja, komm, wir singen. So, jetzt, äh, jetzt kann sie halt nicht mehr mitfeiern wegen ihrer Demenz. Ähm, aber bei ihr war immer, ja, sie wollte unbedingt singen, hat halt, das heißt, die Frauen in der Familie, die haben dann immer gesungen und mein Onkel auch, weil der mochte halt eigentlich auch ganz gerne. Mein Opa hat auch gesungen. Und im Prinzip mit meinem Bruder, mein Cousin und ich, und meinem Vater auch, wir standen da immer, haben so ein bisschen blöd in die Gegend geguckt. Ah, okay. Bei mir halt immer diese langsamen Weihnachten, da sowas wie stille Nacht und sowas. Das ist halt, das ist halt auch anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Weil dann geht über drei Minuten so quälend langsam, oh, nee, das ist halt einfach nicht meins. Generell singen ist einfach nicht meins. Ja. Kann ich verstehen. Habt ihr, ähm, auf die Idee kam ich gerade auch noch, ähm, habt ihr alle so eine Art weinlass Film, wo ihr sagt, muss ich jährlich gucken oder so? Ja, jein. Für mich war das die Zeit, als ich in Leverkusen gewohnt hab und dann immer über Weihnachten bei meinen Eltern geschlafen hab, ähm, weil jedes Jahr zu Weihnachten, ich glaub, das war jedes Jahr Heiligabend, lief erst New Police Story mit Jackie Chan und danach lief noch so ein absolut trashiger Weihnachtshorrorfilm. Und die hab ich mir dann jedes Jahr angeguckt, weil ich die saulustig fand. Und ich glaub, dann mach ich eventuell dieses Jahr auch wieder. Ne, also so richtig Weihnachtsfilme hab ich gar nicht, was ich jedes Jahr gucken muss. Ja, also ich versuch wohl immer für die Vorfahrtzeit mal weinlass mal ein Koka-G zu gucken. Geil. Darf ich aber seit zwei Jahren nicht mehr. Ja auch ich. Ich gucke immer so zwei, drei Folgen und dann schaff ich's nicht mehr und dann vergesse ich das, dass ich das wieder gucken wollte. Und dann denk ich mir immer so, okay, brauch ich jetzt auch nicht mehr. Du hast so viel eingeplant bei Aka-Dal. Ich hab tatsächlich mehrere Filme, die ich normalerweise jährlich versuche zu konsumieren, aber es nicht immer schaffe. Und zwar sind die alle und zwar ausnahmslos mit Tim Allen Aka, dem Heimwerkerkönig aus auch mal, wer der Elbert hat. Ähm, tatsächlich sind es die Center Clause Filme mit ihm. Die sind ziemlich witzig. Und ähm... Verrückte Weihnachten. Wer wird das schlecht? Ähm, ihm und ähm... Bababa, wie hieß die Schauspielerin wieder? Äh... Jamie Lee Curtis. Hä? Die... Wo die ja nicht Weihnachten feiern wollen und dann... Ähm... Dementsprechend in Urlaub fahren wollen. Und das Ganze klappt nicht, weil die Tochter doch zu Weihnachten kommt. Einmal müssen die noch schnell Weihnachtsessen vorbereiten. Ein Tag, bevor sie kommen. Ja, ja, ich hab ich schon mal gesehen, die hab ich gesehen. Ja, das ist megawitzig. Das ist echt gut. Weil die werden von ihrer ganzen Nachbarschaft deswegen verteufelt. Weil die Weihnachten nicht feiern wollen. Amerika. Ja, schön, wir haben den Geist. Ja, doch, ist mega. Es ist eine Lampe runtergefallen. Uninteressant. Oh, Paranormal Activity. Ja, sowas von. Ja, aber das sind so die drei Filme, vier Filme, die ich eigentlich dieses Jahr versuche zu gucken. Nee. Was ich vorhin als Kind auch aufgeguckt habe, waren diese Kindermärchenfilme da irgendwie so wie diese drei heiligen Geister da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mit Ebenezer Scrooge. Eine Weihnachtsgeschichte. Ja. Die Frage ist, welche Version kennt ihr? Ich kenne die Zeichentrick-Variante. Ich wusste damals, das haben wir auch mal in der Schule, dann kam, ja, man hat es ja wieder, ein neuer, da gab es ja diese animierte Variante, das habe ich damals im Kino geguckt, mit meiner Klasse, ich weiß gar nicht, ich weiß, das war sechste, siebte, so was. Kennt ihr noch die Geister, die ich rief? Ja. Sag mir auch was. Es ist im Endeffekt dieselbe Story. Ich kenne die Live-Action-Version. Ich erinnere mich an so eine Szene, wo dann halt so ein Geister kam, was dann halt so ein Klöch in der Hand war, mit Outfits nur dran und so, also war relativ heftig. Das war als Kind, aber keine Ahnung. Das ist lang her. Das ist das Einzige, an das ich mich erinnern kann. Also das Kind hatte ich die Zeichentrick-Version nicht mehr geguckt. Und die Version von Ultimaus. Ja, beide. Same. Zeichentrick habe ich nie gesehen. Obwohl es ja von der Zeichentrick-Versionzeit so zwei besucht wird. Also ich glaube, ich kenne nur die eine von Zeichentrick, die dann immer Super-Edge-L oder so lief. Genau, Super-Edge-L. Und ansonsten bei mir war das auch sonst, also aktuell läuft zum Beispiel immer noch Kevin Alleyes raus. Ist auch ein Klassiker. Oh ja. Hört auch, wenn zum Beispiel jetzt der Cousin meiner Mutter kommt auch zum Heiligabend zum Beispiel vorbei, dann läuft er meist, jedes Mal das Gleiche, gleiche Zeit, wenn er da ist, dann fängt er gerade allein in New York an. Und ich würde mir jetzt aktuell noch an, noch Klaus hinzuzufügen. Das ist ja neu, einer der neuesten Teile von, also das Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie, von Netflix her. Weihnachtssilm. Ein bisschen anders, fand ich ganz cool, mochte ich sehr, deswegen habe ich den da eingepflippt, so auch ein bisschen in die Tradition. Ja. Fünschen manchmal auch ganz schnell. Oh. Also West-Filme sind eigentlich echt schön, eigentlich, wenn man so, gibt ein paar schöne, ja. Naja. Hoffentlich ist es cool, dass jeder was anderes auch hat. Das ist irgendwie ganz cool. Ich gebe ja auch genug, die Heer der Ringe gucken. Darf ich das nicht auch mal? Hey, Leute, der einzig beste Weihnachtssilm, ja, ist immer noch, stirbt langsam. Oh Gott. Das ist der beste Weihnachtssilm. Warum ist das ein Weihnachtssilm, wenn wir dann Weihnachtenspielen? Ja, das ist ein Weihnachtssilm irgendwo auch, ja. Er ist sogar Weihnachten rausgekommen. Deswegen. Ja, das ist so wild. Er ist damals Weihnachten in die Kinos gekommen, keine Ahnung, wann das war, 1900, schließlich nicht tot. Und deswegen wurde der dann in Deutschland zum Weihnachtssilm. Ist dann auch kein schlechter Film? Es ist kein schlechter Film. Klassiker. Action-Klassiker. Habt alle gesehen? 1988. Nee, da hab ich ihn noch nicht gesehen. Da war ich doch noch nicht in Planung. Nee, ich auch nicht. Oh, wild. Erscheinungsdatum, ein Provisier, 22. Juli. Okay, vergiss es mit Weihnachten. Echt? Ja. Fällt mir. Letzter, 20. Juli, offiziell. Deutschland. Erscheinungstermin, 21. Juli, offiziell. Schauen wir mal, ja, in Vereinigten Staaten. Schauen wir mal in Deutschland. Ich hab auch so, im Kopf, dass der eigentlich Weihnachten rauskam. Ich nehm mich auch. Äh, bla bla, story, bla bla, bla. Bla bla bla. Äh, ja cool, steht nicht da. Geil, der Wikipedia-Eintrag ist nicht vollständig. Dankeschön. Naja. Sehr schön. Hm. Ich kann dir aber alle Synchronstimmen, Deutsche aufzählen. Unter anderem, Manfred Lehmann. Nein, danke. Acker, bis alles. Ich glaub, das war bei sich ein sehr guter Talk heute. Und wie habt ihr das mit Weiner Spawn? Schmückt ihr den selber, oder? Ja, Family. Also, wir haben jetzt, wir haben zum Beispiel immer einen, den wir auf dem Dachboden runterholen, also keinen echten mehr. Ansonsten bin ich nicht mehr. Achso, kurz. Ihr sollt dann gleich nach vorne runter. Ja, aber die Nadel kriegen wir dann immer einzeln dran nochmal. Mit Tesa. Das ist einfach nur noch so ein Stampenverkammeter. Wir haben einfach so einen Stock dran. Naja, und die bauen wir dann nochmal zusammen, beschmecken den dann noch und dann bleibt er dann ein paar Tage stehen. Also, das machen wir meistens so zwei Tage davor, zwei, drei Tage. Ah, okay, weil ich hab das nämlich schon öfters gesehen, dass die Leute auch schon eine ganze Woche vorher schon den Baum holen und schon geschmeckt haben. Wenn ich einen Baum hätte, würde ich einen Plastikbaum holen. Ich nicht. Und den jedes Jahr aufstellen. Barst du dir Geld? Ich würde jedes Jahr selber ein Feld holen. Ne. Okay, Okay, klar. Das ist natürlich, wenn man so ein Kind dann hat, so ein Sohn oder was, da mit dem dann rausfahren, Baum fällen, ist dann eine ordentliche Tradition, ne? Ja. Ja, das mag sein. Tatsächlich kann ich da mal so eine Story aus meiner Kindheit erzählen. Das ist so geil von Keanu Reeves, er hat das gepostet mit seinem Porsche, was hat aber so ein Tannenbaum. Das ist so geil. Geil. Der gespore war mit Tannenbaum festgeschneidigt. Der Doom. Irgendwie wusste er wird. Ja, völlig ein kurzes Pind. André haben gesagt, ja, du bist mal einer angestellt, aber du machst das nicht. Der ist halt auch bodisch. Aber das ist anders. Hörst du mal damit? Also, ich als Kind hatte nie einen Nächsten. Ich hatte, ja, ich hatte keinen Nächsten. Das wäre jetzt doch gerade eine Horror-Story. Wir haben super erzählt, diese Geschichte aus der Gruppe. Ja, aber ohne Scheiß, wir haben seit, wir haben, glaube ich, bis wir, bis ich damals mit meiner Mutter und meinem Schlieferter umgezogen bin, einen einzigen Baum gehabt und der kam auch aus der DDR. Plastikbaum, am schönsten zum Zusammenstecken habe ich jedes Jahr gemacht. Der war ungefähr so groß, ungefähr so, nicht gerade viel größer. Das reicht vollkommen aus. Und das war wunderschön. Das war toll. Der Unterschied war mir scheißegal. Lieber habe ich Plastikbaum in der Größe daheimstelle, als einen Baum, den man erst fällen muss. Kann ich verstehen. Fände ich nicht cool. Ah, du, der Geruch ist halt geil. Ja. Also, so ein Richtigweißraum, der Gerust ist voll. Das ist ein ganz anderes Feeling, finde ich. Nee, finde ich nicht. Das sind tatsächlich echte Bäume ziemlich alt. Ich hatte einen echten Baum bei meinem Vater damals, weil meine Mutter, meine Mutter ist ja früh getrennt. Und damals, wenn mein Vater bei seiner Lebenswelt geflättet hatten wir einen echten Baum, ich fand den nicht cool. Ich fand den Geruch echt ekelhaft. Was? Zangengeruch? Ich mag den nicht. Ich würde mir damit vielleicht nicht sehen. Üstel, geil. Nee, äh. Ich brühe die ganze Nase von ihm. Ja, auf jeden Fall. Oh, herrlich. Schlimm, wenn ihr das konntet, ich könnte es nicht sehen. Mach ich heute noch. Ich auch. Ich war, ähm, vor zwei Tagen habe ich mit meiner Mutter zusammen deren Baum geholt. Beziehungsweise, ich konnte nicht mit in den Laden rein, weil ich meinen Impfpass nicht dabei hatte und ist natürlich 2G gerade. Auf jeden Fall, ich kam halt raus mit dem, habe ich halt eingegolfen mit dem Einladen, dann in die Garage getragen und zwar, die stellen den, glaube ich, in der Regel am 24. auf, aber ich glaube, diesmal wollte meine Mutter ein, zwei Tage Feuer machen. Bei meinem Opa war, das war so mein Großelter, war eigentlich auch immer Tradition, dass an Heiligabend dann die ganzen Enkelkinder, also mein Cousin, Cousine, Bruder und ich, da wir dann vorbeikommen, Baum aufstellen, schmücken und sowas. Äh, das macht dieses Jahr dann meine Tante und mein Onkel. Ja. Und dann wahrscheinlich ein, zwei Tage Feuer auch. Schick. Ja, aber meine Mutter macht es immer selber. Weiß ich so. Ja, also bei uns war es immer so, halt, meine Eltern haben es halt selber geschmückt und dann war halt am Weihnachten, also hatte ich abend immer Stube abgeschlossen, also kamen wir auch nicht rein und dann war halt der Baum schon geschmückt wenn wir reinkamen, also wir haben ja nie Gewicht was von. Das war aber geil als Kind, wenn du da so in so ein Wohnzimmer reingehst, dann ist es auch immer auf, so durch Magie, ja, Weihnachten war ja schon da, da kommt, der hat ja, Spätschicht, ne, weiß man, und da geht mir jetzt halt rein und dann steht er so fertig, ich möchte, dann Weihnachten war mit dem Geschenk drunter, das war schon cool. Ja, das ist wirklich cool, oder wenn man noch ganz rein ist, dann auch tagsüber auch immer so in die Stube wollte, aber nicht reinkam, weil er abgeschlossen war, und dann hat man so die Schlüssel doch geguckt. Ja, genau. Und ich an. Das habe ich, glaube ich, gemacht, bis ich fünfer. Weil jetzt ist es auch dabei, das war es vorbei. Da war es vorbei. Da war es mal eher, wenn du noch mit Abwass schützt. Ja. Das mag der Weiß erst mal ganz gerne. Genau. Ich hatte immer eine Spülmaschine. Nein. Lametta? Keine Lametta? Lametta haben wir auch, ja. Haben wir auch. Und so eine Wolle haben wir auch irgendwie, also Engels. Meine Großeltern immer. Meine Großeltern immer, meine Mutter hat es gehasst. Ich meinte, man kann nicht sagen, ich muss dir schon die Nahen wegsaugen, dann noch nicht Lametta, ja, ist ja mal klappt. Dann muss ich auch nur wegsaugen, ey. Das gehört alles dazu, finde ich. Naja, ich habe tatsächlich sehr schnell den Glauben an den Weihnachtsmann verloren, traurigerweise. Ich nicht. Ja gut, als Weihnachtsmann, da habe ich, war bei mir glaube ich ähnlich. Aber das haben meine Eltern auch nie so wirklich durchgezogen mit dem Weihnachtsmann. Da war ich relativ, nee, das war relativ früh geklattert, da die Eltern sind. Ich habe damals schon bei den, bei den Klassenkameraden da beziehungsweise gesagt, das ist irgendein Typ mit dem Bart, der uns irgendwie reingebringt, Nikolaus damals schon. Same physique. Damit war das Raumzerstörer gewesen. Nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Wenn ich nicht irgendwo mit dem Bart, den gibt es wirklich. Da war ich schon als Kind, die Welt brennen sie. Naja, aber ich, ich freue mich tatsächlich. Wir wollen bei den Klassenkameraden immer heulen sehen. Bei uns war es aber, ich war gerade bei den Kameraden. Bei uns war es eher das Christkind, sowieso, als Weihnachtsmann. Ja. Weil das Christkind hat das Geschenk gebringt, ja. Ja. Dorf. Ja, wir kommen auch vom Land, ländlicher als hier geht es dran. Okay. Meinst du? Ja. Ja. Ich, ich gebe dir mal einen Namen, gib mal Schalkentan ein. Ich klinge ja schon wild. Gib Schalkentan in Google ein und dann in Bayern. Schalke? Ja, bin ich, man muss ja los. Schalkentan. Schalke ist er schon. Schalkentan. Ach, mit einem H. Schalkentan. Genau. Schalkentan Bayern. Ihr habt ein geileres. 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 Direkt von Marco. GbR. Das ist ein Dorf, Digga. Das ist ländlich. Das Ding besteht aus, Vater, einem Bauernhof und maximal zehn Häuser, wovon eins hoch aus ist. Das war's. Das ist fucking ländlich, Digga. Also, bei Jürgendorf ist kein einziges Hochhaus. Was ist ein Hochhaus? Der Witz ist, dieses Hochhaus steht nur aus einem einzigen Grund da. Der Besitzer des Grundstücks hat es selber gebaut. Deswegen steht es da. Der hat sich gedacht, ich baue ein Hochhaus ländlich. Das passt doch, oder? Warum? mehrere Familienhäuser aneinander zu stellen. Ich mach doch keinen Sinn. Das ist kein Google Street View. Braue ich nicht. Hab doch auch nicht. Naja, das ist, also das ist wirklich das ländlichste, was du kriegen kannst bei uns. Also, mehr geht gar nicht. Vor allem die einzige Markierung, die ihr habt, ist das Original. Geiler Stuff von Direktvermarktung und dann die Bushaltestelle. Ja, das ist halt wirklich, mehr geht nicht. Und ich komme ursprünglich, also ich, ursprünglich, woran ich mich noch so sehr viel erinnern kann, ist meine Zeit in Sulzbach gewesen. Und das ist die Stadt daneben. Selbst die ist noch ländlich. Das ist auch mehr ein Dorf. Da kannte sich auch fast jeder. Das ist schlimm gewesen. Und meine alte Heimat. Da ist es schlimm gewesen. In Sulzbach kannte sich jeder. Und jeder kannte, kannte deine Familie. Das ist so schlimm. Na, ich mag sowas. Ist doch cool. Wenn es, ne, wenn ich 10.000 Leute, kennen nur wegen deinem Namen, das ist super. Nein, ist so super. Feili, ist auch cool. Guten Abend. Hallo Feili. Tschüss Feili. Hallo. Das ist der Feiler. Damit wir die Welt wieder brennen sehen. Ja. Ich will die Welt brennen. Und er nennt uns Schönling. Oh, da geht er aber ein Kuss raus. Oh, hier. Kuss auf die Nuss, sage ich immer. Ja. Kusschen aufs Nüsschen. Ja, haben wir nur ein Thema? Ich glaube, wir hatten jetzt... Plätzchen, macht ihr das? Nein. Meine Mutter und ich esst die. Ja, Das ist meine Tradition. Ich ess die weg. Genau. Ich ess die Kekse weg. Das ist der Plan. Als Kind hab ich geholfen, aber... Als Kind hab ich auch geholfen, aber ich wollte eigentlich nächste Woche selber mal ein bisschen barten. Das zeug ich mir vor. Ben, wir reden nächste Woche drüber, ja? Ja. Finde ich gut. Wir wählen doch, wenn es auf WhatsApp sind. Ja, ich will. Ja. Ich mach Plätzchen. Na du, Akadari kocht, hatten wir auch schon. Aber Backe. Ich hab nicht mal genug Platz, um nur zwei Kameras aufzustellen, wenn ich erinnere. Ich hab nicht mal geholfen. Ich hab grad zwei Kameras im Lauf. Ich hab grad mal eine. Das ist meine zweite Kamera, die ihr hier gerade seht. Ich hatte eine für direkt, für normal OBS, die ich immer verwende, und das ist jetzt grad mal die zweite Kamera, die ich nicht mehr verwende. Ah. Die zweite Kamera fürs Pack-Oven. Na Deo-Server bei einer Gesprächsthema, ja, Fidi, du. Oder auf Pizza auf Ananas gehört, ja, das sowieso. Das haben wir auch schon. Pizza auf Ananas ist ekelhaft. Ja. Das ist ekelhaft. Nee. So, hier ist es auch auf der Gesprächsthema, Nummer eins gerade. Nicht meins. Und Server von Spielern, Zwei Sofen, vor allem Holl und D-Sos. Warum ging die heute widerlich, so fight die oder was? Aber lieber widerlich, als wieder. Nee, nee. Am Montag ging die Server von der Spiel. Das war belastet. Aber Pall auf die Richtung teuer. Ja, ich war tatsächlich, also, heartbroken. Ja, in dem Moment. Ah, Beschärung hat die auch abends, ne? Oder? Naja. Ja, klar. Nach dem Abendessen, also Abendessen ist, das quasi ja Ragnet bei uns und danach ist dann Beschärung. Weil ich kenne das nämlich auch, Leute, das 20.15 Uhr läuft dann ein Camp, äh, keinmal allein zu Hause, dann kommt ein Pursör vorbei, dann läuft ungefähr allein in New York, dann sind wir halt schon fertig mit auspacken. Ne? Ich, ähm, ich weiß natürlich, was, äh, meine Eltern fragen mich immer, was ich mir wünsche. Ja. Ja. Früher war es immer so, das, 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 das und das. Heute ist es so, ja nix. Und dann fragen sie mich nochmal, ja nix. Was wünscht ich dir nix? Dann fragen sie nochmal, Klamotten. Klamotten. Für mich in der Regel. Okay. Ey, streckt sich erst mal über Klamotten? Klamotten, das sind geile. Bin ich ehrlich. Bestes Geschenk, was du machen kannst. Klamotten. Ja, mal ne neue Jogginghose, mal ne neues T-Shirt. Ich dachte, die Sachen von Stahlkind, hier, Freunde. Herz aus Stahl. Moment. Herz auf Verrollen. Das ist halt, vom Design her, Freunde, Stahlkind, Dismorg. Sehr, sehr schön. Und auch das Bild, was hier im Hintergrund steht, habe ich letztes Jahr bekommen. Bin halt riesen Tarantino-Fan. Ich habe auch noch ein großes, das hängt aber links von mir. Ja, schade, dass ihr nach den letzten, das ist egal, das habe ich, da. Einer kommt noch. Da habe ich drauf, das habe ich letztes Jahr, die Weihnachten bekommen. Oh, siehst du? Na, war cool. Aber ich finde, das will nicht. Aber ich habe mir viel selber geholt. Braucht noch mehr. Drehbuch auch, wenn das Schöne einfach aufhören wird, nach elf Filmen. Zehn. Zwölf. Nach zehn. Zehn. Achso, Feidi hat Pizza, aber okay, Anna ist noch Pizza. Vor Rooms zählt ja nicht. Feidi fragt gerade Pizza auf, also Pizza auf Ananas. Also, also, Ananas generell nicht. Ganz ehrlich. Ja. Als Kind fand ich auch cool, ähm, Hawaii-Toaster. Boah, nee. Das ist tatsächlich was, das kennen viele, außerhalb von Deutschland gar nicht, ne? Scheint wohl was deutsches zu sein. Toast-Arbeit-Toast, äh, ist was deutsches. Hab ich noch nie gegessen. Keine Ahnung. Fallig, egal. Wenn du vorbeikommst, ich möchte so sagen. Alles wird Ananas ist eben. Ich bin halt auch kein anderes Fan, du bist dort. Ja, ist gut. Ananas-Uni-Bäsche geht auch gar nicht. Es gibt Ananas-Uni-Bäsche. Ja, die gibt es. Ja, die gibt es. Ja, gut. Die Richtung gehe ich mit an. Das sind die, das sind tatsächlich die Ananas-Uni-Bäsche. Weißen-Uni-Bäsche. Die weißen-Uni-Bäsche. Das ist Ananas-Uni-Bäsche. Das ist Ananas. Das ist Ananas. Ich glaube, da war früher was anderes drin, und dann wurde später noch zu Ananas-Uni-Bäsche. Eigentlich im Roter war früher. Wir haben früher noch nicht. Im Roter war früher. Das ist besser in dem Fall. Ich glaube, wir waren wieder bei. Ich besprochen. Fruchtzwerge schmecken ja auch alle gleich. Geschmack kommt ja nur von der Farbe. Fruchtzwerge war aber geil. Als Kind Fruchtzwerge Eis. Oh. Oh. Ja, nee. Na klar. Immer schön die Löffel reinhauen. Das war erst im ersten Moment, wo es geil ist. Halt Stäbchen rein, ab in die Kühltruhe, und dann warst du später einfach genau das gleiche, nur musst du länger warten. Das sind so die Leute, die konnten sich kein Kratzeis leisten. Weißt du, warte ich mal. Was sind die Hater? Oh, nee. Kratzeis. Oh, das war alles. Ich habe mir dieses ja auch Kratzeis gekauft, ne? Kratzeis, ey. Boah. Und dann bin ich da wieder die Treppe hochgelaufen, und dann bin ich über die Katze gestolpert, und dann ist mir mein Kratzeis runtergefallen. Und das war noch nicht fest, das war noch flüssig, weil ich das auch in die Truhe packen wollte, und dann ist mir die Dose halt aufgeplatzt, und das hat alles geklebt, für heute war es mega eklig, und das muss ich dir dann auch alles sauber wischen. Da war ich so sauber. Hast du erst mal die Katze weggeschmissen, ne? Ja, klar. Ja, erst mal die Katze weggeschmeißen, richtig. Ich wollte die Katze wegschmeißen. Erst mal aus dem Fenster raus trocken. Ja, ich wollte die eigentlich auch als vier Lappen benutzen, aber wollte sie nicht. Ihr könnt sich ja selber sauber machen, ne? Ja, ja, deswegen. Sehr schlimm. Echt nervig. Na, aber okay. Also jetzt dreieinhalb Stunden, also dreieinhalb Stunden, also knapp drei Stunden jetzt Talk. Ja. So an der Sicht. Ja. War cool. Das war schön. Hat Spaß gemacht, fand ich. Ein schöner letzter Tag zum Abschluss von der Akadari Elite Gaming super wilde Weihnachtswoche. Ja, genau. Wie auch noch was ist der Ernst? Gibt's ja nicht T-Shirts. Also gibt's nicht, ja. Nichts hochgemacht. Gibt's T-Shirts? Nee. Nein. Du machst alles Marketing, Sven, deswegen gibt's natürlich nichts. Wow. Kann man denn diese nicht vorne in den T-Shirts kaufen? Was denn? Ja, und den nicht vorhanden in der Akadari Show. Nice. Ich find das immer noch sehr wild. Man denkt eigentlich, Janik wär der Boss bei Akadari Elite Gaming, ne? Aber eigentlich ist es der du. Gar nicht wahr. Ich hab's grad bei mir noch ausgezeigt. Bei mir auch. Bei mir auch. Ich bin da und da. Nee, ich bin da. Also du bist bei mir unten. Ja? Also Sven, Moment. Sven ist da. Ich bin hier. Nee, Moment. Janik ist da. Janik ist da. Sven ist da. Da weiß ich Sven falsch. Sven ist da. Da ist Janik. Da unten steckt unten ist der Fall. Weil wir hier. Komplex. Sven verkauft auf eine getragene Unterwäschung und getragene Kleidung. So viel Fans. Ja, ich hab auch ohne Fans. Ja, Sven auch nie Fans. Janik macht ja auch nie Fans. Nee. Das kann auch in Tech-O-Bail ich alle füllen. Sven macht da Fuß-Fetisch. Ich warte noch auf ein Ticket-Zie-Maus-Pad und sobald ich das hab, gibt's ein Nacktbild von mir. Oh, weee. Wenn die nächsten Streamer auskommt. Ja, das gibt's ja. Weißt du, wir machen keine Kleidung. Wir machen einfach Sammelkarten. Ja, genau. Was? Ja, das machen wir zum nächsten Event. Ja, und ab nächstes Jahr gibt's noch Sammelkarten. Wenn wir uns sammeln, das ist aktuell in der Arbeit. Ab nächstes Jahr gibt's das Fuß-OnlyFans von Sven. Jo. Könnt ihr euch Fußbilder angucken? Nein. Guck, ist auch ein Koffer. Oh, das ist kostenlos. Kostenlos. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ja, schnell. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht Fußbilder von dir kostenlos. Leute, Klippen, Dorscheife, let's go. Für Weihnachten. Da muss auch mal was Gutes zu Weihnachten draufschauen. Ja, also. Monka-COS. Ja. Ne, okay. Dann, nice. Dann danke für's mitmachen, Leute. Ich hoffe, ihr habt's. Danke für die Einladung. Auch danke dafür, dass ihr beiden ja vor allem auch fast alle mitgemacht habt. David sechs, alle sieben. Ja, natürlich. Bei einem Rekordaktuell an Teilnahmen. Ich machte eine Statistik draus, über wie viele Sachen mitgemacht habt. Ja, war ja auch alles witzig. Musst du nur gestern ins Kino. Es ging nicht an, tut mir leid. Danke für's streamen. Ja, danke für's Zuschauen. Genau. Ja, deswegen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen an alle, die hier gerade bei sind. Ja, und ich hoffe, die Woche war okay. Ich mach nach, auf Twitter hab ich schon was zugeschrieben. Auf Discord mach ich das in der gleichen paar Minuten. Das hab ich schon fertig getippt. Das ist optimal. Ich copyposte mir dann einfach richtig. Ich retuite einfach so'n Ding. Ja, so'n Ding ist das. Content-Clown, man kennt ihn. Na klar. Dankeschön, danke fürs Schönen. Dankeschön. Ey, die beste Organisation war immer noch hier Valorant. Das erste war super. Das erste war super. Hey, ihr hattet mal ein Vierter, ja. Und das zweite war auch an sich gut geplant. Ja, was ist wohl? Die anderen haben halt recht gebraucht. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich mir Pfeil geschrieben hab, hab ich ihn direkt enttäuscht, was wir nicht mit Valorant machen. Das weiß ich noch. Ja, hey. Ja. Ja, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Abend. Das ist natürlich auch dann gute Weihnachtstage. Genau. Schöne Feiertage, Freunde. Ja, genießt die Hörberfamilie. Einen guten Rutsch, falls man sich nicht mehr hört. Ja. Man wird's ja wahrscheinlich lesen, aber hören ja nicht. Dann spätestens im Februar sehen wir uns ja wieder. Ja, genau. Und alles. Dann fangen wir direkt wieder Bilder an. Ich werde noch einige Sachen versuchen zu organisieren, außer diese Woche. Mal gucken, ein bisschen Go's Go's oder so. Mal ohne die Dullis. Ja, das ist auch immer was. Ohne die beiden Dullis. Oder vielleicht mit euch nur ohne Stream oder so. Schaut halt mal. Okay, Nuss. Ich wünsche euch was. Ich will ja auch. So, raus hier. Raus hier. So. Nochmal Abschlusswort. Da wird es noch drin. Finde ich auch cool. War sehr, sehr cool. War sehr, sehr nice. Wir haben euch wohl Hoden, danke fürs Einschalten. Und auch immer fürs oft dabei sein. Auch bei Games oder ob es im Chat ist. Immer nice. Denn danke dafür. Gilt natürlich auch an Feidi. Gilt natürlich an alle anderen sieben Zuschauer. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch alle wohnerschöne Weihnachtstage. Ich wünsche euch alle. Wir werden nach Weihnachten noch einen kleinen Recap-Stream machen. Sven und ich. Deswegen noch keinen guten Rutsch. Für die, die es nicht hören, natürlich doch einen guten Rutsch. Für die, die es nicht hören, weckern. Das war die ARG Weihnachtswoche. Das war so der Prototyp von unserer. Wir wollten auch mal halt so eine Art Event mal machen. Deswegen mache ich jetzt noch mal eine kurzen Abschlussworte. Fand es sehr cool. Auch wenn ich viele Sachen auch mit notiert habe. Was ich noch verbessern möchte fürs nächste Mal. Ich habe schon was geplant fürs nächste Mal. Was ich machen möchte. Was ich noch für Ideen habe. Das wird bestimmt noch mal geändert und so. Deswegen will ich jetzt nichts verraten. Und nachher erst mal enttäuscht, dass es dann nicht kommt. Oder dann kommen mir böse Tweets hier oder so. Da bin ich wieder hoffentlich hier an Pranger gestellt. Ja, super geil. Es hat mich echt gefreut, dass es so guten Anklang gefunden hat. So mitmachen ist beim Zuschauen. Ich freue mich umso mehr aufs nächste Jahr. Dass es dann weiter geht. Wir haben im Februar. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Event. Das heißt, Januar machen wir einen Monat Pause. Auch aus Gründen. Und dann geht es direkt im Februar wieder krass weiter. Wir haben viele Themen da schon gemacht für An-Events. Kann natürlich sein, dass die Daten sich noch ändern. Aber ist ja normal. Deswegen werde ich das nicht ankündigen. Ich sage halt nur den Monat. Und es wird nicht die letzte bleiben. Ich freue mich auf jedes einzelne Event. Ich habe während unseres Gesprächs auch schon nebenbei Notizen gemacht. Weil man einfach immer wieder auf Ideen kommt mit der coolen Truppe. Das ist einfach so. Deswegen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Noch, ja, eineinhalb Stunden. Ja gut, eine Stunde noch. Fast aufgrund. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Resttag. Eine gute Nacht. Und dann guten Start in die neue Woche. Wunderschöne Weihnachtstage. Lasst euch komisch werden. Genießt die Familienzeit. Hoffentlich alles easy und so. Zu viel Stress ist ja nie gut. Deswegen hoffe ich, dass ihr da auch gut durchkommt. Und ja. Nochmal danke fürs Einschalten. Danke für das Jahr. Und ja, wir werden noch ein System machen, wo ich das hier nochmal her sagen will. Haut rein und ciao.